So ein Gorillapod wäre jetzt auch voll smart gewesen, muss ich sagen. Ich bin so gespannt, ob wir live sind. Ich auch. Also momentan. Ja, hier, Twitch-Apps, live. Geil, wir sind live. Domo, du musst reinhören. Okay, wir sind auf dem Kopf. Really? Okay, warte, warte, warte. Ich ändere das kurz. Das ist aber witzig. Warte, warte, warte. Das ist meine Hand, Freunde. Halt mal kurz die Halterung. Ja, ich halte die Halterung. Hi, Nahaufnahme meiner Hand. So, jetzt müssten wir richtig rum sein. Witzig, aber jetzt ist die ganze App falsch rum. Das ist ja dumm. Ja, ist egal. Warte, wie dumm das ist. Ist aber egal. Hä? Okay, cool. Ey, Aiko Zora ist schon da. Oh nein, wir haben nur noch 58 Prozent auf den... Was? Der Akku ist jetzt andersrum. Ach so. Sehr schön, naja, dann machen wir es so rum. Lol, da sind sie, die Leute. Hallo, Freunde. Herzlich willkommen von der Deutschen Autobahn. Wir sind auf dem Weg nach Köln zur FIBO und dachten, wir schmeißen mal den IRL-Stream an, weil wir heute nicht im Office sind, um euch eine Primetime-Show zu bieten. Eine Morningshow. Ja, mein ich ja. Paul ist da, ich bin da, Flo ist da, Dombo ist da, Fabi ist da, alle mal winken. Ja, wunderbar. Sehr schön. Ja, ich halte jetzt aber nicht die ganze Zeit das Ding so voll geil wäre. Gut, Armtraining schon vor der FIBO. Erste Frage an den Chat. Sind wir gut zu verstehen? Ja. Ja, und danke für die Abos, die schon reingekommen sind. Ja, Freunde, noch ein Abo entfernt und dann startet der Hypetrain. Da ist deine Kamera, ne? Ja, genau. Okay. Jetzt wird alles auf den Kopf fallen. Ja. Ja. Freunde, danke schön. Der Robert hat es für mich gemacht. Ich habe übrigens rausgefunden, wenn ich mich in der richtigen Frequenz bewege, sehe ich auch was im Spiegel. Für alle, die das jetzt gerade nicht verstehen, ich zeige euch mal ganz kurz, wie unser Rückspiegel aussieht, Wanne. Ne, drehe es einfach. Das ist unser Rückspiegel. Look at it. Mit geilem Paketklebeband festgeklebt. Das waren nicht wir. Das waren definitiv nicht wir. Nein, waren wir nicht. Was sagen denn die Leute, wie ist Audio? Hey, Audio ist gut zu verstehen. Nice. Ja, dann liebe Grüße an Shure, Freunde. Wir sind nämlich mit den neuen Shure Movemics unterwegs. Das ist total geil. Du kannst einfach per Bluetooth mit deinem Handy koppeln. Du brauchst nichts weiter. Genau. Also nur die App natürlich dazu und dann kannst du live gehen. Die können zwei Geräte gleichzeitig ohne Anschluss. Ich habe ein eigenes. Ich brauche nicht Dual. Okay. Warum geht es schon wieder so los? Ey, danke schön für alle Abos, die da reinkommen. Danke schön. Ihr habt schon Hype Train Level 4 abgeschlossen, Freunde. Ton ist mega. Ja, Ton ist wirklich mega. Freut uns sehr. Was ist das ein Geschoss, in dem ihr gerade seid? Wir sind in so einem 9-sitzer Mercedes Sprinter. Richtig. Ihr seht ja, wie weit der nach hinten geht da. Den haben wir auch, weil wir einen Kickertisch bauen und mitnehmen. Wir bauen ja unseren eigenen Kickertisch bei Leonhard noch nach der Fibo. Oh, wir sind jetzt gerade in der Sekunde in Sachsen-Anhalt angekommen. Ja, schön. Oh mein Gott. Und dann nehmen wir den nämlich gleich mit für die Pubgames, die am 4.5. stattfinden, Freunde. So ist es. Also unbedingt das merken, einschalten. Ich gucke immer, wenn ich von euch weg gucke, gucke ich zu euch, nämlich in den Chat. Ja, eigentlich, warte mal, aber das könnten wir doch überlegen an der Handyhalterung zu machen, oder? Ja, aber wenn das vibriert, kannst du es auch nicht lesen. Ja, das ist das Problem. Das ist halt Deutsche Autobahn und alles wackelt wieder, ne? Machen könnte es auf jeden Fall... Nur Chat, ne? Nur Audio gibt es hier gerade. Aber es gibt auch nur Chat? Ja, gibt es nicht mehr. Echt? Nicht in diesem Modus. Du kannst deinen Browser aufmachen und dann... Ja, aber hier kann ich halt auch zwischendrin in den Aktivitätsfeed rein gehen. Kann halt sehen, Unicom Psycho hat abonniert zum Beispiel. Warte, schön. Ich kann Umfragen starten und so. Das ist eigentlich ganz cool alles. Weiß. Wenn ihr Bock auf geiles Wiener Schnitzel in Köln habt, schaut euch das Restaurant Pöttgen in Neu-Ehrenfeld an. Das Restaurant gibt es seit 1907 und wird gerade in der vierten Generation geführt. Von dir? Wollte gerade sagen, alles klar Herr Pöttgen. Meins hat gerade Eigenwerbung gemacht. Ey, gibt es hier irgendwo eine Stelle, wo man das... Warte mal, ich probier mal was. Hier vorne sind so Getränkehalter. Ja, ich probier mal was. Es vibriert gar nicht so krass, wie ich dachte dann. Ne, warte mal. Wenn du es rausguckst. Na, ist vielleicht ein bisschen niedrig, aber... Wow, ist das flach. Warum ist denn das so krass? Warum ist denn das Ding so krass? Aber ja, guck mal wie es vibriert. Das haut nicht hin. Ne, leider vibriert die Karre einfach viel zu viel, dass wir das irgendwo festmachen können. Wir möchten so eine Handyhalterung dabei. Und so? Ja, das ist nice. Das wäre ein richtig geiler Winkel auch. Den mag ich sehr gern. Aber da musst du es jetzt die ganze Zeit festhalten. Das ist auch scheiße. Ja, ich mach es jetzt nicht die ganze Zeit, aber ich kann ja mal kurz übernehmen. Hier, du hast dafür den Chat. So, Freunde. Ich mach eigentlich so. Oh, du kannst den Leuten mal zeigen, wo wir gerade langfahren. Wo wir gerade sind, Freunde, da. Sachsen-Anhalt. Spannend. Autobahn. Ja, das ist total spannend. So. Aber ja, wir sind halt hier schön unterwegs und gönnen uns die Strecke, weil gefragt worden ist, wo geht es hin? Wir fahren nach Köln auf die FIBO. Ist einer von euch auf der FIBO? Gute Frage. Xardas, vielen Dank für 27 Monate. Auf der A2 sind wir, ne? Ist irgendjemand von euch auf der FIBO und kommt vorbei und möchte vorbeikommen? Ja. Da ist ein Ja. Ja. Geile Jacke, Paul. Danke. Leider nein. Mein Freund wollte hin, passt aber zeitlich nicht. Meine Chefs sind da. Warum kommst du nicht mit, Oktober-Motte? Meine Chefs, jetzt ist die Frage, also mit was für einem Business bist du unterwegs, dass deine Chefs auf der FIBO sind? Das ist ja super interessant. Ich bin am Samstag mit Nötigung, ein Foto mit euch zu machen, weil meine Frau sonst mad wird. Das heißt, du möchtest eigentlich nicht das Foto, sondern deine Frau und du machst das. Aber, weißt du was ein guter Trick ist, damit du deiner Frau was wirklich Gutes tust? Zieh ihre Lieblingsklamotten an, komm mit denen, mach das Foto mit uns und dann muss man nur noch den Kopf drauf photoshoppen. Das ist ein guter Call. Ja. Ist mein Mikro noch verbunden? Ja. Weil ich sehe nur einen ausschlag, er kombiniert es. Genau. Smartes Ding. Voll geil. Ich arbeite für eine Kanzlei, fürs Marketing und die vertreten unter anderem Fitnessstudios. Ja. Ah ja. Ja, aber warum bist du dann nicht da? Warum bist du nicht da? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ach schön, Halb-Trad-Level 5 ist noch am Start hier. Sieht man hier, wie viele Leute zuschauen? Theoretisch ja. Praktisch nein. Praktisch nein. Sind das die neuen Shore-Mikes? Yes. Das sind die Move-Mikes. Ich hoffe, dass der Sound wirklich gut ist, weil wir sind hier, also das Auto ist laut. Ihr glaubt das gar nicht, wie laut dieses Auto ist. Seid ihr Sonntag den ganzen Tag da? Ja. 533 ist das. Ja, das ist der andere Geschick. 580, 520, ja, das ist ja ambivalent. Der Sound ist gut, der Sound ist wirklich gut. Au, oh, ich mach mal kurz dein Handy. Alter, Dumbo ist stark. Dumbo kommt mit Tablet-Chat jetzt. Hier, danke. Gute. Das ist nice. Der Sound ist gut. Da seid ihr. Bild stockt, sagen die Leute. Ja. Das ist halt Deutsche Autobahn. Das ist halt Deutsche Autobahn. Wir haben schon extra unsere Stream-Qualität auf 720p 30 Meter gestellt, damit nicht ganz so viel übertragen werden muss. Ich glaube, für Autobahn-Lärm ist Sound mega. Das ist wahr. Vor allen Dingen, ihr habt keine Ahnung, wie laut dieses Auto eigentlich ist. Ja, das ist wahr. Ja. Von dem Auto hört man gar nichts. Nein. Ich fahre schon extra langsam. Wenn ich jetzt wieder ein bisschen schneller werde, dann ist es völlig gut. Die Leute sagen, Kamera offensichtlich nicht von schon. Ja, es wackelt halt. Das ist aber auch so ein bisschen die Karre, muss man sagen. Die Straße. Und die Straße. Das ist diese weirde Autobahn, die halt... Ich weiß nicht, was da gemacht wurde, diese... Das ist die gute alte Panzerplatten-Autobahn von... Ja. Ihr wisst schon wem. Ja. Das ist schlimm. Köln ist Dankeschön für 17 Monate. Liam, Dankeschön für 19 Monate. Oli, wo K-Pop? Was? Ey, wir hatten mal gesagt, wir machen K-Pop. Wir haben mal gesagt, wir werden Paul quillen und werden nonstop K-Pop streamen machen. Geht ob wir es hier gerade nicht, Freunde. Wenn wir Musik spielen, dann ist das ein bisschen problematisch im Stream. Ja. Obwohl es dafür vielleicht ja irgendwann eine Lösung gibt. Ja, wenn man dem glauben darf, ähm, äh, hier, äh, hier, äh, hier mal Dan Clancy sagen, aber... Ja, aber der Twitch-CEO? Genau. Der Dan Clancy heißt... Der Dan Clancy heißt... Der Dan Clancy heißt... Der Dan Clancy heißt... ...und wie zu erzielen, damit Abgaben gezahlt werden und die Leute dann tatsächlich ganz legal Musik in ihren Streams laufen lassen können, wenn sie einen Teil ihrer Einnahmen dann abgeben. Fände ich persönlich ja eine geile Lösung. Können wir das System dribbeln und nur noch meine Sachen hören da? Ich glaube... Ja, könnten wir tatsächlich... Also, bist du bei der GEMA gemeldet? Doch, ne. Wird das geclaimed dann aber bei YouTube? Mit Sicherheit. Ja, dann... Dann nicht. Kannst du uns whitelisten? Ja, da bin ich gerade dran, weil letztens meine eigenen Remixes wurden jetzt geclaimed. Sad. So. Ja, unterwegs ist Kamera wackeln, Teil des Charmes, das ist wahr. Aber es ist schon krass, weil einem fällt auch wirklich so auf Dauer der Arm ab, einfach so, hallo. Äh, ich überleg schon, ob man... Weißt du, Domo, kannst du mir die Klammer doch nochmal geben oder hast du die grad noch am Start? Die Klammer oder ist die weggepackt? Ah, okay. Dann hast du... Ich hab überlegt... Weißt du, was geil wäre? Das wäre eine Halterung für den Körper. Ja, aber das ist ja auch... Also selbst wenn ich das jetzt... Ich halte das ja... Ja, es wackelt trotzdem, sobald man hier... Ich hätte auch gerne eine andere Lösung. Zum Beispiel... Paul versucht gerade, das Stativ in die Lüftung zu kloppen. Ja, dafür bräuchte ich jetzt einen Brüller-Port. Aber ja, die Vibration der Straße überträgt sich aufs Auto. Aber die überträgt sich auch eine schöne Perspektive tatsächlich auch. Guck mal, wenn wir... Sobald wir das mit dem Auto koppeln, ist das halt nur noch am Wackeln. Ja. Das ist wirklich krass. Naja, Wackelkiste von Mercedes halt, ne? Dankeschön, Z-Hörner, für deinen Prime Sub. Dankeschön, Jelmann, für 41 Monate. Sehr, sehr geil. Ist wenigstens nicht so wackelig wie bei Bram, wurde gerade gesagt. Wenn er eine Kamera hält, den nehmen wir mit. OneFPSPC sagt, Ton mag ja wirklich gut sein, aber 200 Euro pro Mikro sind echt hart. Naja, du darfst eine Sache nicht vergessen. Die sind... Also ich zeige euch das mal ganz kurz. Die sind winzig. Die wiegen nichts, sind winzig und haben von allen, die ich bisher testen durfte... Und ich hatte die DJI's, ich hatte die Rode Wireless. Sind das, meiner Meinung nach, tontechnisch die besten? Und vor allem vom Funktionsumfang fand ich jetzt krass, wie einfach, wie die Koppeln kommen. Ja, erstens das, zweitens, haben sie halt ohne Empfänger, äh, Duel-Anschlussmöglichkeiten. Ich weiß nicht, ich kenne den genauen Terminus nicht. Aber du kannst halt zwei direkt verbinden mit deinem Handy. Mit Bluetooth. Keinem Bluetooth. Du brauchst keinen Empfänger, kannst aber natürlich auch... Pferde. Pferde. Und die Kühe. Nein, das sind Pferde. Das sind Kühe. Ach, Mann. Äh, und... Wirklich, Schuhe hat ja, also das weiß ja jeder, die sind relativ gut im Mikrofon. Die können das. Die können das. Und die haben wirklich all ihre Qualitäten jetzt in so ein winziges Ding gepackt. Und das ist schon ziemlich geil, weil das kommt in so einer kleinen Box. Das ist so, als ob man hier so Airports mitnimmt. Ja, korrekt. Ist echt ganz geil. Und zack. Sixty Grey, Sixty Mon, Dankeschön für deinen Prime Sum. I-Cryse Dragon, Dankeschön für 21 Monate. Wie die Akkulaufzeit ist, also keine Ahnung um ehrlich zu sein. Wir haben gestartet mit 85% und wir sind immer noch bei 85%. Von den Dinger. Ja, die Akkulaufzeit von denen ist krass. Und dafür, dass die so klein sind und eigentlich nicht wirklich viel reinpasst und der schon Audio-Technik drin ist, ich finde es nach wie vor echt krass. Ja. Äh, so, dank der Beus habe ich mir das Schuh MV7 geholt. Äh, ja, das ist auch geil. Es gibt das Neues. Ja. Das MV7 Plus. Es hat noch so einen, äh, so einen, äh, 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 Volume-Meter drauf. Das, was das, äh, USB-Ding hatte. Und so ein Auto, äh, äh, fast schon Kompressor, glaube ich, war es gewesen. Ja, den Gain auch automatisch reden kann. Das ist ziemlich geil, was die da reingebaut haben. Bambi Bay, danke für 10 Monate. Wie lange dauert eure Fahrt? Äh, aktuell 4 Stunden 40 bis nach Köln. Äh, grün, das heißt, aktuell keine Unfälle, kein Stau. Mal gucken. Aber ich habe jetzt das Hotel angegeben. Ja? Ja? Wir fahren da hin, checken ein, packen unsere Klamotten da hin und fahren dann rüber. So ist es. Weil der Vorteil ist ja, oh Gott. Ihr macht doch bestimmt später mal einen Zwischenstopp zum Essen, oder? Das ist das Beste am Roadtrip. Naja, das Problem auf deutschen Autobahnen sind halt die Raststätten, sind halt alle scheiße. Ja. Machst du nichts. Also wir haben einen Initialstopp gemacht. Wo ist das hier? Und wenn jetzt nichts unvorher... Also ich weiß nicht, ich habe das gestern schon im Podcast gesagt, den ihr am Montag hört. Ich bin so ein Typ. Lieber fahren. Steff mal ins Maul. Ich finde es schön, dass Olli vorn sitzen darf. Sie werden so schneller wachsen. Ja. Ja, süß. Da sehe ich doch den großen Dr. Freud Raststätten-Test. Also vielleicht halten wir auf der Strecke und dann schauen wir mal, was wir gottloses brauchen können, was wir hier zusammen testen. Ja, genau. Kann auch sein, dass wir mal einen Fahrerwechsel machen oder sonst irgendwas. Sonst wären die 3,50 Euro Zusatzfahrer auch verschwendet. Ich frage mich, ob ein Gimbal eine Idee gewesen wäre. Aber ich weiß auch gar nicht, ob so ein Gimbal im Auto funktioniert. Weißt du? Habe ich noch nie probiert. Gregor, die Sache ist, ich bin voll bei dir, wenn wir nicht heute noch direkt 16 Uhr einen B2B-Panel auf der FIBO hätten. Aber ansonsten verstehe ich jede Stunde stehen bleiben, Bier wegbringen, Bier neu holen. Ich verstehe gar nicht, warum der Chat jetzt so erpicht darauf ist, dass ich ans Steuer komme. Olli darf fahren. Olli ans Steuer. Ja. Achso, ich kann das ja so halten und dann kannst du so tun, als ob du fährst. Als ob wir so ein Pkw, als ob wir ein normaler Pkw wären. Und du bist der Fahrer. Aber du musst die ganze Zeit so weird in die Kamera gucken, dass du... Wie ausweichern? Oh mein Gott! Ein Olli auf Fluss Schoß, er darf lenken. Kann ich auch von hier aus freuen, ich kann einfach rübergreifen, aber macht man nicht. Farben zugefragt, ob B2B-Bobber-to-Bobber ist. Ja. Das ist korrekt. Paul, das ist jetzt ein bisschen spät. Achso, ja, aber für die Neues zugeschaltet. Zieh mal Handbremse. Ne. Schaut euch mal einen Quad-Log an, die haben auch Stoßdämpfer für alles von Mountain Beispiel. Ein Helikopter gleich. Ein Helikopter? Ne. Helikopter, Helikopter. Helikopter, Helikopter. Helikopter, Helikopter. Oh. Wirklich. Also über uns quasi. Justiz ist auch vor uns. Oha. Da ist die Justiz. Was ist da los? Haben die denn geladen? Alter, ich möchte ihn. Ja doch, hört man. Irgendwo ist ein Helikopter. Also er fliegt. Da ist er. Da. Oh ja, wow. Halt mal die Kamera nicht ins Auto rein von denen. Das ist vielleicht ein bisschen... Ach der Hubschrauber. Crazy. Hä, das ist ja... Der ist nah. Da, 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 da. Und ich glaube, sowas habe ich noch nie gesehen. Da, 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 da. Die Frage ist, warum fliegen wir nicht mit dem? Crazy. Was ist denn da los? Warum fliegt da ein Helikopter so niedrig? Ich habe Angst. So kein Bock auf Staub. Habt ihr es gesehen, Leute? Den Helikopter? Konntet ihr den sehen? Habe ich die Kamera gut gehalten, weil man sieht es ja leider nicht. Unfall vielleicht? Nee, oder? Vielleicht ist der Radio-Staub. Nee, aber die fliegen höher, die fliegen höher. Nein, die fliegen nicht so niedrig. Außerdem besitzen die nicht wirklich im Helikopter. Die spielen nur Sound ein, damit es so klingt im Radio, als wären die... Domo sagte gerade, im Radio gibt es ja immer diesen Verkehrstyp. Nee, gibt es nur in den USA. Der fliegt die ganze Zeit weiter... Immer noch niedrig, ne? Die suchen noch jemanden. Ja, drei Flüchtige im Transporter. Ja, aber ich glaube, hier in dem Ding ist einer drinnen auf jeden Fall. Ja, safe, safe, safe. So. Ah, Freunde. Achtung, in der Baustelle stehen auch Blitzer. Schreibt gerade einer. Geil. Wir brauchen gar kein Blitzer-Warner. Chat ist jetzt Blitzer-Warner. Es gibt keinen Blitzer-Warner. Nee, haben wir ja auch nicht. Niemand hat die Absicht, sein Blitzer-Warner zu benutzen. Chat macht jetzt Blitzer-Warner für uns. Ihr sagt das einfach immer. Das wäre auch geil. Ey, könnten wir nicht eine Live-Karte zum Nachverfolgen? Das wäre witzig. Ja. Hä? Ey, der fliegt immer noch so niedrig da oben. Was ist da los? Ja. Ich weiß auch nicht. Also mein rechter Arm hat jetzt übrigens aufgegeben. Ich kann gerne wieder kurz übernehmen. Gar kein Problem, Freunde. Oli hat die Kamera. Hallo. Guten Tag. Ähm. Das wäre geil. Ich hätte ja am liebsten eigentlich so hier oben gehabt. Ne? Mit einer Handy-Haltung, so für uns alle drei. Aber, naja. Wir können das ja auch nochmal testen mit der Klammer. Vielleicht ist das ja... Die Kamera war so weit, dass man nichts sieht. Das muss jetzt nichts kommen. Das ist auch... Man hört dich auch gar nicht. Ja. Ne? Okay. Äh, Flightradar24 sagt, das ist die Luftwaffe, wahrscheinlich auf einem Trainingsflug. Ja, der war ein Maschinengewehre dran, oder? Das war ein militärischer. Ja. Auf jeden Fall. Habe ich auch gesehen. Ist das ein Firmen-Bully oder Leihwagen? Das ist ein Leihwagen, aber man kann... Das ist auch kein Bulli. Ich wollte nur sagen, ich als jemand, der Bullis sehr mag, dass hier so ein hässlicher Mercedes Sprinter hat. Der ist wirklich... Der ist nicht gut. Wir sind nicht so begeistert. Ja, der ist... Der ist ziemlich geil für das, was wir vorhaben, nämlich zu mehreren und einen Kickertisch dann abholen, unterwegs zu sein. Aber... Domo und ich haben uns dabei ein paar V-Klassen angeguckt. Und ich glaube... Ich glaube, wir brauchen eine. Das ist nämlich das Ding, wir haben jetzt schon öfters mal überlegt, ob wir vielleicht nicht uns einfach mal einen kleinen 360er Transporter irgendwie gönnen, den wir ausbauen haben uns zu so einem krassen streaming Mobil, wäre halt auch eine geile Nummer. Aber ja, kostet halt Geld, Freunde, ist teuer. neuestem ziel ist firmensprinter die neuen sprinter werden in spanien gebaut ist es gerade spannend so wird zeit für einen eigenen reisebus ja stimmt reisebus wäre auch noch mal eine möglichkeit wir sind gerade übrigens an lost auf vorbeigefahren ist lost auf freunde oder der losstau ach ja ja wenn ihr wenn ihr gute tipps habe ich halt das mal hier wenn ihr vor der wenn ihr gute tipps habt für so handy halterung fürs auto die vielleicht auch so vibration rausnehmen oder so er gab es schon hier für mountainbike und so wie man auch da anschließen kann das wurde schon als tipp gegeben ein kleiner würde ich ganz aussehen ehrlich gesagt also ich gucke jetzt ob ich in unser hotel über amazon quadlock bestellen kann also hier gibt es ein quadlock fronthalterung für fahrradlenker gut das könnten wir aber trotzdem da oben anbringen und samsung galaxy handy frage bei sascha wie der das macht der ist letzter zeit öfters aus dem auto gestreamt meinst unsympathisch sascha ja jetzt stimmt auch super viel herringer ja alles klar also ich kenne ja dash cams aber was man hier so sieht nice smash cam das war sehr smooth das war wirklich sehr stark applaus ja gibt mir mal die mann vor dem superklein ich mache ganz kurz mal mikro fest sekunde aber das krasse an denen ist ja dass die super fest halten ja aber die vibration weder sie hat trotzdem nicht vor welchen mit vibration zu packen ganz kurz handy nehmen ja ich würde mal ganz kurz mit dem schweren geschütz arbeiten mal gucken was die mann foto super klemme macht aber die vibriert ja auch vielleicht hat sie bei sie weniger der anrater nahm und je länger der abend und die ganze übertragung ich probiere jetzt mal ganz kurz hier den rand zu basteln und zu gucken ob das irgendwas ändert kann nur sein dass das von der positionierung her schwierig wird wir da noch was anpassen müssen wir finden das heraus wollen aber die leute sagen auch schon ganz richtig lieber wackel video als beschissenen ton und das kommt jetzt zumindest dann schon mal lösen ja das wird schwierig hier da müsste man glaube ich zumindest ein armen muss hier an gefühlt weil wobei doch warte mal wir könnten wir könnten den an der hat kein kugel kommen das wird schwierig hier aber dann ist wieder so wackelig das ganze wochenende auf der messe ja sind wir es gibt quadlock auch fürs auto danke was macht er denn holl ist der fest holy shit habt ihr schon in die fallout serie reingeschaut wird gerade gefragt ja gestern abend mit meiner frau die ersten zwei folgen geguckt fantastisch also ich bin ja echt kein fallout mensch ich bin da gar nicht so richtig drin gewesen die ist groß aber ja holy shit ist die gut also die startet schon so extrem stark fand ich der anfang ja mein gott einer stark ja ich liebe das auch noch mal die szenerie mit dem daumen aufzugreifen und aber die ganze die ganze story dahinter ist so stark aufgenommen der oli bastelt hier das problem ist dass das hier so festgewichst ist dann hier ist keine gute stelle ich sehe den gottlosen dönerzeller dieses wochenende sagt hier whatsapp johnny ist halt köln aber wir sind leider wirklich ganz woanders hat einer von euch richtig griff kraft und kriegt den gelöst was der festgewichst ja und bis auf das recht mit dem käfig im auto wäre das einfacher das stimmt okay das wird hier nur so funktionieren dass ein bisschen problematisch ist das komplett durchgesuchtet die serie das auch krass heftig wie ist das fahrzeug von schubu positiv und negativ ich habe ich habe jemanden gerade die woche noch mal auf instagram geschrieben und habe das so zusammengefasst die serie kannst du am meisten enjoy wenn du ganz neu bei in dem schuh und thema drin bist wenn du noch nichts anderes gesehen hast gelesen hast also mega spannend wenn du das buch gesehen hast oder die gelesen hast oder die serie aus den 80ern kann es sein dass es ein zwei sachen gibt die dich vielleicht stören was die neue serie viel besser macht als die alte serie und das buch ist es und das liegt wahrscheinlich daran dass das die game of thrones macher sind die schaffen es einfach viel besser diese politischen intrigen und verwicklungen und verstrickungen besser darzustellen dass sie verständlicher sind dass man kann sie besser begreifen was da los ist weil das war schon auch im buch recht tricky weil man oft das ist halt aus aus seiner perspektive von john blackthorn und oftmals verstehst du nicht so ganz warum andere menschen handeln wie sie handeln ja das macht die serie besser weil sie die perspektive auch mal wechseln kann allerdings ist sind manche charaktere von ihrer grundsätzlichen motivation in der neuen serie anders dargestellt als im buch und das bei manchen ist das cool spannender ein bisschen moderner aber bei ein zwei charakteren stört mich weil es denen doch deutlich was wegnimmt was sie eigentlich sehr auszeichnet ich bin so gespannt was ollie da war es funktioniert leider nicht so wie ich will floh fährt ja bis wann ist der stream heute geplant mal gucken wie heißt noch mal die hey ollie und paul wie heißt noch mal die headsets die im stream benutzt das sind ich habe keine ahnung wir testen das jetzt freude wir alles für alles für euch kannst du es kurz halten dann trinke ich mal kurz ja sie kann nicht schlecht dass wir testen das gleich mal mit stativ freunde wackel kommt halt durch die a2 freunde warte ganz kurz doch es riecht nach mezzo mix gibt es wieder wildes kochen auf dem rastplatz ja ne pringels haben wir einmal eingekocht und das reicht auch für ein ganzes leben um ehrlich zu sein okay hört man das eigentlich ist klack 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 wer hat diese a2 gebaut man erst mal die scheibe einschlagen so jetzt habe ich natürlich hier was ich bin belastet ich habe zu viel sachen ich würde vielleicht die beine sogar noch ein bisschen ausfahren das ist ja ja klar ja ja klar da kannst du fest oder die mittelstange ich lasse euch mal daran teilhaben ich hoffe man kann sehen ja jetzt ist die frage warte die beine floh nele möchte gerne eine entscheidung getroffen haben ist es zu früh für energy nein ich verstehe frage nicht das ist deine antwort ich glaube floh ist schon energize stößchen warte reicht das von der höhe ne ja oh leute warte reicht das von der höhe so als kaputt gemacht ist gar nicht wahr so da soll ich noch höher gehen ich glaube das passt ja gut in der mitte festhalten und ich glaube das könnte sein dass das vielleicht angenehmer ist zumindest für uns zum besser hinten aufklappt das hat so ein hebel muss einmal runter machen kannst du bewegen und jetzt wird eine übergabe wirklich weil wir jetzt eine übergabe mache ich klemm noch mal ganz kurz mal nico fest hier so wird jetzt wackeln freunde ja ist okay steck ihn rein geht war schau mal also irgendwie ist nicht gut so das gute ist mit dem kopf kannst du es jetzt natürlich ein bisschen verschieben so wie wir es brauchen nein wir stürzen ab ach so du willst richtig hinstellen ich dachte jetzt einfacher nur zum festhalten weißt du stelle ich will es hinstellen ach so du willst richtig hinstellen mal so lol witzig so okay es ist genauso wackelig wie vorher aber niemand von uns muss mehr das festhalten ich gebe dir das mal kurz darum also ich halte halt ein bisschen mit meinen beinen aber vielleicht wir könnten vielleicht sogar noch höher gehen wir könnten noch höher gehen okay wir machen wieder mein handy und die leute sagen ist besser ja glaube ich nämlich auch freunde jetzt wird ganz ganz kurz wackelig ich weiß wie nah bin ich jetzt gar nicht so nah wieso eigentlich keinen 38 fahren auf die fibo wäre doch was wäre doch viel spannender wenn floh nicht sehen würde ja und einer muss pantomime machen das ist aber während er nix sieht macht auch voll sinn also ich habe mir erst ein bein das ist ein bein draußen freunde hat space wir richten gleich bild ein so weiter stativ steht warte mal ich halte sie fest das ist lieb wann seid ihr losgefahren heute morgen aus dem büro vor 37 sind wir los dann haben wir paul eingesagt willst du mehr so so macht wie du willst du wärst gerade jetzt gerade ich weiß nicht ob ich stehe muss man loslassen lass los ja ich wünschte ich könnte euch das filmen aber 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 ja okay so aber ist so wie ist ja man kann uns drei jetzt auf jeden fall sehen das besser als vorher es ist halt das wackelt natürlich ein bisschen aber nicht mehr so doll glaube ich ne aber geht von der wackelung her passt das auto ist gemütet ja wer ist eigentlich auf die grandiose idee gekommen die fahrt zu streamen ja die leute sagen ist viel besser tatsächlich die weide ist ich aber ja ich kann mich einfach nicht zweifel immer alle also leute sagen ist besser ist das freundlich das ist schön da will an kraft grad lang fahrt habe ich während corona die rastplätze gereinigt liebe grüße aus magdeburg was genau macht ihr auf der fieber und welche halle seid ihr also wir machen business dann machen wir mit den breed am samstag für alle die vorbeikommen wollen und ansonsten machen wir drehen wir ein paar videos sind da unterwegs treffen uns mit ein paar leuten die fitness innovationen an und hoffen dass wir wieder entweder komplett vergoldete hanteln oder so wobbly hantelstangen zum sich selber umbringen finden ich habe das beste interview mikrofon der welt übrigens in der hand du kannst hallo du hast du das andere mikrofon ja hast du verrat haben wir noch eins ja wir haben also lang ist nur einfach normales mann und das ist aber wo man das dran klinge kann hast du nicht gibt es doch noch ein auto podcast kein auto podcast bei dafür wäre es wahrscheinlich ein bisschen sehr laut aber wir haben podcast dabei werden einen on the road machen welche ja habe ich auch ein mit kaffee kann ich das nicht wenn das kannst du das mikro an klemmen oder halt daran klemmen guck mal links ich kann das auch wunderbar so halten das haut schon gut hin wie viel gibt ihr dieses jahr aus bei dann nicht nein sagen challenge die machen wir dieses jahr nicht wir haben folgendes geplant ist jetzt zwei tage auf der fieber und wollen zwei videos wir sind drei tage ja heute sind wir nur kurz dabei wäre es spät ankommen und die idee zwei videos zu produzieren an jedem tag eines damit was auf konzentrieren können ein video was wir auf jeden fall machen werden ist euch alle neuheiten von der fibo vorzustellen und beim zweiten video sind wir noch ein bisschen angeseitigt was wir drehen wollen aber da würde ich jetzt mal einfach ganz kurz auch euch fragen was findet ihr denn spannend was für ein video würdet ihr euch von der fibo von uns wünschen welche fitness neuheit würdet ihr denn erfinden ganz kurz um das hier um eine andere frage mit rein zu nehmen macht ihr auf der polaris auch ein meet and greet am sonntag kriegen wir bestimmt hin also wir werden ja wieder einen eigenen stand haben übrigens weil sie noch kein polaris ticket habt mit dem code dr freud spart ihr zehn prozent aufs ticket gönnt euch kommt und macht es zur einzig waren dr freud messe also wir haben hier ein paar vorschläge die leute sagen food tasting oder an xxl protein shake test von der messe wäre ganz geil ja generell test ist das größte also ein blog wo er alle möglichen sachen testet aber es ist schon also eigentlich wäre schon geil das stimmt wenn wir ein sohn xxl test von irgendwas machen so was ganz schlimm wie zb so die inriegel wenn man nur ein essen xxl test free workout booster oh mein gott dass er wird einfach jedes mal 330 milligramm koffein auch so schön so so ein shot aber was wir machen können ist ein xxl produkte test von der fibo das heißt wir machen uns ranking wieder fertig das ja auf dem handy machen und dann gehen wir einfach rum und testen generell alles an fitnessprodukten die es gibt und sagen was das beste ist xxl test fibo fitness food ja genau finde ich gut dann machen wir das als zweites so feierabend auf dem bau dr freud gucken ja verstehe ich kommt ihr auch mal zur fantasy basel in die schweiz kardina war dieses jahr nicht aber meine frau ist da die hat dann stand also wenn du jemanden von uns treffen wird also nicht uns drei aber jemanden aus unserem kosmos wenn du jemanden von uns treffen willst aber nicht uns alle ist halt da und hatten stand und verkauft das heißt da kannst du auch gerne vorbeischauen ich bin auch auf der polaris wegen euch letztes jahr war die einfach zuckersüß wir sind immer zuckersüß wer bekommt die meisten bilder mit bodybuilder jetzt nicht das format nennen wir dann bodybuilder der hat mich ja so abgeholt gesehen wie glücklich war ganz kurz ja ja wie wäre ein aller joko und klas wenn ich du wir auf der messe mit produkte testen wenn wir wenn wir die fotos nur drin machen dann sind ja bodybuilder oh my god mixa dankeschön für 16 monate vielen dank ich bin auch auf der polaris wäre super euch meine person zu sehen das kannst du dort tun herr feuer xxl ich mag wie du denkst es ist mich genau meine humor ich glaube gar nicht wie der große notausgangs test ja alle werden schlecht bewertet weise zu sind wenn ich du wäre würde ich mit zehn früher gott booster reinballern ja ja wie lange fahren wir noch vier stunden vor vier stunden hat sie die zeit nicht geändert seit vier stunden 40 minuten geschafft krass ja also wir werden auf jeden fall die neuheiten testen und die die fußstände ab grasen hat ollie hosenträger gute an soweit das hier so genauso aus wie hier das ist das ist der gurt das sehr gut dass die jacke da war ein gelbes auto sind gelbe autos ein ding oder was war das gelbe autos waren das gelbe autos ja ja es waren gelbe autos das war noch mal mit gelben autos wie war denn das paul immer wenn ein gelbes auto siehst dann kriegst den punkt aber musst du sagen das ist ein gelbes auto und dann kriegst den punkt ja also wer es zuerst sieht kriegt halt den punkt ja oder wenn du es nicht sagst darf ich dir eine reinhauen ja dann kriegst du eine geboxt schon sagt leute auch gerade aber waren das nicht nur käfer guck mal da ist ein käfer da sind käfer aber das muss paul geboxt werden wieso keine ahnung das hat auch gesagt die leute sagen die regeln genau das ist so geil und wenn das irgendjemand nicht sagt wird paul geboxt guck mal was ein gelbes auto lkw ey rowena mei fragt könnt ihr euch vorstellen fitnessvideos selbst zu produzieren ja nun ja können wir vielleicht ist das einer der gründe warum wir zur fibo fahren freunde vielleicht haben wir letztes jahr auf der fibo was gemacht was uns dieses jahr auf der fibo dazu sogar geführt hat dass wir bezahlt auf die fibo fahren ja also ich weiß nicht wer unsere videos vom letzten jahr von der fibo gesehen hat wir hatten ja die nicht nein sage challenge und sind an einem stand vorbei die uns angeboten haben angeboten haben eine fitness app für uns zu machen und wir durften also mit uns ja wir durften nicht nein sagen also könnt ihr euch vorstellen also wer uns gut kennt weiß was passiert ist wir sind ja dann doch relativ dedicated wenn wir sagen wir machen dann nicht nein sagen challenge und plötzlich kommt jemand und sagt ja aber eine fitness app eine eigene wäre doch schon geil könnt ihr euch das vorstellen da so richtig zu investen und wenn du dann den ganzen tag hält die aufgabe hast du sagen ja wurde das da bisschen kritisch dann haben wir alle gelacht dann haben wir plötzlich ganz schön viel zeit aufgewendet eventuell eine fitness app zu machen ja ernährungspläne zu schreiben trainingspläne zu schreiben videos aufzunehmen fotos gute fotos zu machen oder das machen was der trainer scheinen zu machen damit das ganze auch substanz hat sportklamotten zu entwickeln naja wer weiß was die zukunft für euch bringt freunde wer von euch würde denn eine fitness app von uns sich runterladen und benutzen hauptmann einzelne chat wir können ja mal also jetzt mal ohne spaß mich würde mal interessieren und da jetzt war die ehrliche meinung der leute weil sind für uns fitness apps gibt es wie sand am meer das ist uns auch völlig klar aber ich finde das ist immer ein zweischneidiges schwert sie sind zum teil sehr gefährlich so gefährlich wie die influenza die sie halt vertreten bewerben und so weiter und so fort und kaum eine dieser apps stellt eine reise vernünftig da also stellt irgendwie die journey wie das überhaupt ist an einen bestimmten punkt zu starten und an den punkt den man sich vielleicht wünscht hinzukommen und das gemeinsam vor allen dingen auch sind die meisten dies machen einfach schon haben die schon perfekten körper und wir uns überlegt wie wäre es denn wenn man wenn man das wie unsere kommt also unser 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 höchstes gut das seid halt ihr als community das ist so das betonen wir das betonen ich oft genug und wir haben uns überlegt was wäre denn der twist wenn man das wirklich als gemeinsame reise etabliert und dann darum irgendwie die idee baut und da saßen wir sehr lange dran vor allen dingen auch mit unterschiedlichen schwerpunkten also jemand der schon genau weiß was er tut und spezielle ziele hat jemand deren absolute lusche ist und sozusagen von null anfänglich redest du von mir jemand wo auch über gesundheitliche sachen geredet wird und wir denken auch an frauen so was ich damit sagen wir denken auch an frauen ja dementsprechend zum beispiel nadine macht auch mit richtig richtig ich hätte gerne etwas gamification also spiele scoreboards und quests und so also wie kann ich sagen erst mal starten wir mit mit grundsätzlichen der funktionen verlassen die ddr wir verlassen die ddr sachsen anheit auf wiedersehen oder das denken modern denken also wie vor gerade schon gesagt haben uns ist wenn wir das machen ist uns wichtig dass wir das auf eine nahbare art und weise machen und nicht so von oben herab als weil wir sind ja nicht irgendwelche adonen die sich hinstellen und sagen wir sind schon fertig wir sagen euch wie es machen müsst und deswegen ist halt die idee zu sagen lasst uns das gemeinsam machen auch viel passender weil gerade auch der und auch das ist auch so eine art von gegenseitiger motivation die da halt stattfindet weil man glaube ich bei allen level bei uns mit einsteigen kann im großen und ganzen ja und ja seid also die sachen was gamification ist und so weiter und so fort wir versuchen es ist natürlich alles so programmierungsaufwand und so weiter aber wir versuchen das auch immer weiter zu entwickeln und da zu gucken dass man halt viele schöne sachen challenges miteinander vernetzen community und so weiter und so fort das steht auch alles mit bei uns im vordergrund und weil jetzt schon ganz ganz oft gefragt wurde also im chat leute auch gesagt haben so ich habe wirklich auch ein bisschen mehr auf den knochen wird das auch was für mich sein werden auch ich das nutzen können ich denke ja weil also es jetzt nicht ausgerichtet darauf aber wir schließen auch niemanden aus aber es ist halt begleiten also ihr müsst natürlich immer selber auf euren körper schauen und achten auch mit ärzten sprechen wenn ihr jetzt bestimmte einschränkungen habt oder so da sind wir jetzt keine ärzte die euch den ärztlichen rat geben können aber vielleicht hilft es euch einfach zu mehr bewegung zu kommen weil das nämlich auch eine frage war wird das jetzt auch für home training geeignet sein oder für fitnessstudio etc beides ja also ja und ja und ja und auch bei der frage ob die kostenpflichtig sein wird ja wird sie das geht nicht anders machen dann war der spaß zu teuer wir haben jetzt erst mal auch also wir können ja ganz transparent darüber reden da besprechen wir jetzt die letzten sachen auf der fivo tatsächlich aber wir haben einen nutritionpartner der auch teilkosten erstmal übernimmt von dem was schon reingesteckt worden ist und dann gucken wir mal dass wir da alle gemeinsam irgendwie entweder vorankommen oder auch nicht also jetzt Thema jetzt nur Thema darauf bezogen wir sind großer Fan also kann ich jetzt auch ehrlich sagen ich benutze seit weil sie ein paar monaten deren produkte jetzt täglich und bin bin sehr zufrieden Leute fragen halt ist das dann so abo modell einmal zahlung nene es ist halt eine monatliche geschichte genau aber es gibt natürlich die die standardvarianten einmal ein monat drei monate sechs monate zwölf monate sowas und je nachdem wird es immer günstiger aber ja so ist es das heißt wartet da mal noch auf Details wir sind da noch nicht fest genau wartet auf Details und wir werden auf jeden Fall kann man das kostenlos testen also so ist es nicht welchen Preis peilt ihr denn an? ich habe gerade gefragt damit die Leute vielleicht eine Hausnummer haben damit sie wissen was ungefähr wir haben halt also es sind viele Zahlen durchgegangen wie es so ist bei manchen Leuten wie es günstiger wie die Preise bei anderen sind und so weiter und so fort aber es wird irgendwie schon so zwischen zwischen 10 und 20 euro im monat wird schon liegen könnt ihr sagen in welchem rahmen sich die entwicklungskosten bewegen? jein das ist schwer zu sagen wir haben tatsächlich einen ganz kleinen Partner an der Hand es wird erstens das und zweitens wird konstant dran gearbeitet also das ja so ist es also ihr müsst euch das vorstellen kümmer da hängen serverkosten dran entwicklung wartung pflege einpflegen von neuen inhalten erstellen neuer inhalten das ist im prinzip habt ihr also ihr habt wenn ihr so eine app habt einen weiteren großen fixkosten punkt halt auch auf eurer liste ist wie eine miete müsst ihr euch vorstellen ja und es ist äh das sage ich auch dazu ähm ne klar das wird nicht die einzige fitness und ernährungs app am markt sein und ja es gibt natürlich auch kostenlose alternativen gibt es das? gibt es kostenlose alternativen? naja es gibt hier und da gibt es nicht in dem umfang aber ja nein 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 es ist ernst gibt es kostenlose fitness apps? das behauptet gerade jemand zumindest für Studenten und Auszubildende ja gut okay da wo man das dann nachweisen muss dass man dass man Studenten oder Auszubildende ist das weiß ich wiederum nicht aber ich sag mal sämtliche alle und da rede ich von vielleicht zwischen 40 und 60 stück fitness apps die ich mir den letzten vier jahren angeguckt habe davon war nicht eine einzige umsonst also kostenlos wie wir auch weil die Leute müssen natürlich entwicklungskosten etc. genauso tragen also wenn es da draußen vielleicht irgendeinen reichen Hannes gibt da gesagt hat ich mache jetzt eine kostenlose dann herzlichen Glückwunsch ja ist ja schön nein wie gesagt das ist auch gar kein also nichts jetzt mal muss man dazu sagen die meisten leute im chat haben auch geschrieben der preis ist völlig okay aber man muss ja wir wollen ja auch alle abholen und entweder passt oder passt nicht ich verstehe ich verstehe auch dass jemand sagt ey für einen zweiten im Monat muss das genau meinen Tage treffen bin ich voll bei dir und da arbeiten wir ja auch dran also das ist ja auch die Idee dahinter und das ist der Punkt aber dann können wir damit auch abschließen ist einfach nur die wird auch konstant weiterentwickelt genau also was ich die eine Sache die ich dazu sagen möchte ist damit ihr wisst was euch vom Umfang erwartet also in dieser App gibt es Trainingspläne verschiedenste also für verschiedene Situationen die euch an die Hand nehmen wo ihr gesagt bekommt welche Übungen wiederholung ihr könnt das auch checken ihr könnt euer Gewicht damit tracken ihr habt einen kompletten Rezeptebereich wo es jede Menge Rezepte geben wird damit auch das Thema Ernährung abgedeckt ist und da wird es auch Rezepte von uns geben ganz viele die wir natürlich auch in Livestreams irgendwie abbilden werden und mit euch gemeinsam kochen werden und so dann gibt es einen Social Hub auch ganz wichtig wo wir auch über unsere Erfahrungen über unsere Rezepte und Tricks und generell das ist halt also auch es wird da auch Content drinnen geben definitiv und noch ein paar andere Kleinigkeiten da sind auch noch ein paar coole Features für die Zukunft geplant damit man da vielleicht sogar in Zukunft eine geile Live Integration hat da wird es auch in Zukunft ein bisschen ich sag mal Livestreams von uns geben aber mehr dazu alles später genau also weil jetzt auch jemand fragt würde es auch Verbindung zu Nahrungstracking Apps geben auch das ist gerade schon beim Implementieren dass man da selber tracken kann die Produkte eintragen kann und so weiter und so fort und auch Wasser zählen natürlich und so weiter und so fort solche Sachen kommen da auch rein ja gibt es einen Plan wann ihr wo auf der FIBO seid nicht ganz naja wir sind auf jeden Fall am Samstag 14 Uhr beim Meet & Greet in der Halle 52 bei der Entertainment Area da also da definitiv das ist fest alles andere ist wir laufen rum wir sind halt auf dem Weg und werden ja Videos produzieren dementsprechend sind wir überall aufzutreffen und weil einer gerade gefragt hat gibt es auch einen Community Chat das erinnert mich gerade an eine Sache die ich eh gerne etablieren würde ist ein bisschen weirde Idee aber ich finde die Idee irgendwie voll geil ist ein Discord wir haben einen Discord aber passt auf für alle die Discord nicht haben oder so auch generell was ich total geil fände wir kommen ja aus einer Zeit wo Chatrooms echt ein Ding war und da hast du manchmal ja auch Anbieter gehabt da gab es halt legit einen Chatroom in dem anderen alle drin und es ist ja so dass wir auf Twitch ja auch wenn wir nicht live sind kann man ja auf den Kanal gehen und im Chat schreiben und ich hatte diesen absurden Gedanken für alle die halt zu Hause sitzen und sagen so ich hätte jetzt Bock einfach mit allen anderen aus der Community ein bisschen zu chatten das könnt ihr natürlich auch einen Discord machen aber wie geil wäre denn das wenn wir unseren Live Chat der ja auch wie gesagt offline funktioniert einfach auch dafür benutzen wird weißt du man hat den Tab immer offen unseren Twitch Kanal und den Chat damit immer offen und wie witzig wäre das wenn da einfach den ganzen Tag was los wäre weil ein paar Leute einfach den als Chat Plattform benutzen fände ich irgendwie voll witzig die Idee ähm wollte ich einfach mal ja keine Ahnung das wäre irgendwie geil aber ich finde die Idee voll witzig ähm ja I don't know irgendwie das zu so einem Happening zu machen weil ich vielleicht habe ein paar von euch Bock äh das mal auszuprobieren weil sobald genug Leute da sind die das aktiv nutzen ich finde das tatsächlich witzig ich finde das irgendwie cool ich mag den Gedanken auch voll ähm ähm vielleicht hat ja der ein oder andere von euch Bock das mal ein bisschen zu machen äh wär schon irgendwie witzig ich glaube das bei Erik zum Beispiel bereits der Fall go for it ja also ich muss auch gestehen äh äh die Idee ist auch daraus so ein bisschen geboren dass ich hier und da das auch bei uns gesehen habe dass Leute auch mal so schreiben wenn wir nicht live sind ähm ja deswegen finde ich das cool Philipp natürlich kannst du uns auf der FIBO ansprechen sehr gerne sogar auch wenn wir theoretisch filmen es sei denn es ist gerade mitten in einer gezielten Aktion also wenn du siehst einer ist gerade beim Rudern und das wird gefilmt darf vielleicht nicht reingehen aber wenn wir durch die Hallen laufen und filmen kannst du uns auch in diesem Zeitraum ansprechen ja äh äh weil ganz viele Fragen braucht man dafür dann aber nicht Mods die aktiv sind äh da muss ich gerade ganz ehrlich gestehen das weiß ich nicht ich glaube Chat muss moderiert sein wenn wir live sind äh äh was sonst passiert das glaube ich nicht in unserer Verantwortung aber äh äh ja weiß ich nicht der Chat ist ja auch ein Automod drauf und so also da wird ja sowieso aufgepasst Denise fragt was würde euch mehr supporten wenn man die App abonniert oder hier falls man sich nur eins leisten kann das ist äh schwer zu sagen weil es kommt tatsächlich darauf an wie viele Monate du am Stück sozusagen abschließt wenn du nur die ich kündige jeden Monat Variante nimmst die am teuersten ist wie es immer ist bei solchen Sachen dann bringt es auf jeden Fall in der App mehr aber danach gehen die Abstufungen halt immer weiter runter weil das ist äh halt nicht gewinnorientiert geplant sondern so dass es sich gut trägt ja so ist es äh weil gerade jemand fragt gibt es Leaderboards so dass man sich mit anderen aus der Community messen kann äh nein und äh das ist auch ganz gut so denn äh Sport Fitness und auch Bodybuilding generell sind kein Wettbewerb äh also da möchte ich dir a in absolut großem Maße widersprechen weil 90% von Sport ist Wettbewerb ja ja okay ich weiß du weißt was ich meine worauf ich hinaus will aber Leaderboards in dem Fall halte ich bei Apps immer für Schwachsinn weil immer gelogen wird ja da ist dann nach zwei Tagen der erste mit 9999 Liegestütze am Stück und schon macht das ganze Ding keinen Sinn mehr wir haben uns das angeschaut auch in anderen Apps äh es gibt zum Beispiel so eine Liegestütz App das Leaderboard alle machen sie natürlich 10.000 Liegestütze in einer Minute weil sie einfach auf den Bildschirm tippen das lässt sich halt übel bescheißen äh deswegen macht das da keinen Sinn und ähm ich persönlich finde halt äh weißt du jeder soll halt so trainieren wie er selbst weißt du du hast manchmal an einem Tag hast du vielleicht auch einen schlechten Tag und ich finde es dann ich persönlich jedenfalls finde es beschissen wenn man dann ähm irgendwie so in so ein in so ein Wettbewerb reinkommt und sich dann vielleicht auch gerade deswegen übernimmt aber es kann auch eine Motivation sein das will ich gar nicht sagen das möchte ich die Sache ist es darf nicht Olli alleine beantworten weil Olli generell kein kompetitiver Typ ist äh auch im Sport nicht wir haben uns trotzdem bewusst gegen Leaderboards entschieden weil wir eben nicht wollten dass da so eine Drucksituation reinkommt für einige die dann ständig vorgeführt kriegen dass sie irgendwie perzentilmäßig zu den in Anführungsstrichen schlechtesten 10% gehören weil das spielt für die Leute selber überhaupt gar keine Rolle wenn du auf der Bank nur 30 Kilo drückst dann drückst du nur 30 Kilo und wenn du drei Wochen später 32,5 Kilo drückst dann hast du deine persönliche Leistung verbessert und das ist alles worum es geht es geht um deine Leistung um dein Wohlbefinden um deine Reise die können wir zusammen antreten aber in erster Linie geht es um dich und das soll jeder für sich verstehen und das ist das worum es uns geht und nicht darum irgendwie einen großen Wettbewerb aufzumachen sondern dass jeder für sich maximal profitieren kann davon mit der Hilfe von uns und den anderen das war sehr gut zusammengefasst vielen Dank da war ein gelbes Auto übrigens Fick dich was sagt man das? Chat hat gesagt gut gesprochen sagt Chat ja ganz genau das ist das was ich meine genau das ist ja auch richtig ich kann euch mal ganz kurz ein Beispiel geben ich habe zu Hause ich habe ein Palaton Bike ja ich wollte genau das gleiche Beispiel gerade bringen ja du hast da hast du ja auch diese Live Programme und dann siehst du ja während der Live Programme bei allen zugeschalteten wo bist du gerade und mich nervt das komplett also mich motiviert das auch wirklich vor allen Dingen wenn du dich vernetzt mit deinen Freunden und dann zum Beispiel nicht dazu kommst und dich dann jemand anruft und sagt also ich habe gesehen du warst seit zwölf Tagen nicht mehr auf dem Fahrrad was für manche Leute Motivation sein kann aber dann setz dir einfach einen eigenen Timer oder sag das in deinem Freundeskreis dass du da ist noch mehr Militär mit Panzern da sind Panzer da sind Haubitzen was ist da los ich ruf mal Julian an und frag mal die vor aber die fahren jetzt in die Richtung der Hubschrauber vorhin die treffen sich irgendwo in der Mitte und dann ist Krieg oder was ne ich glaube der Hubschrauber ist schon längst weiter oder der hat gewendet und fliegt jetzt mit denen auf jeden Fall ist Krieg wisst ihr grob wann die App released wird ich sage mal jetzt ganz ganz grober Zeitraum in der ersten Jahreshälfte wenn das passt passt das? achso ja ja also erste Jahreshälfte 2024 ganz ganz grob damit ihr ungefähr wisst ja das wäre aber das sind noch anderthalb Monate genau sowas also wir versuchen das so zu halten wir versuchen das auf jeden Fall in der ersten Jahreshälfte online aber wir werden euch natürlich Bescheid sagen also könnt ihr euch drauf freuen ähm ist auch ein guter Zeitpunkt um damit loszulegen finde ich tatsächlich ja du hast auch ein bisschen mehr Motivation noch also ich persönlich hab das halt selber gemerkt jetzt mit besserem Wetter, besserer Sonne also besserer Sonne die ist nicht mehr so kalt kalt, 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 kalt ähm ja hab ich auch mehr Bock klang für mich nach 2025 nee nee, nee release pünktlich zum 1.1. New Year New Year nee eben nee ach ich weiß nicht das ist immer so dann kann man auch nicht richtig einschätzen nee also klar also als Cash Grab fühl ich um zu sagen da kriegst du wahrscheinlich die meisten Leute die dann das einfach runterladen und abonnieren weil sie denken sie müssen was machen aber 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 so als zu gucken wie viele Leute haben wirklich Bock drauf ist das glaube ich ein richtiges Scheißdatum kann man sich als Tester anmelden wir haben jetzt keinen Beta Test geplant nein aber ihr könnt alle testen also ich sage euch ganz ehrlich die App wird einfach die grundlegenden Funktionen auch ein Workout und so wird es kostenlos geben könnt ihr reingehen könnt ihr einmal testen gucken ob wir euch ansprechen und dann äh abonnieren oder nicht so ist es yes yes hier Lillys Dreamland hat jetzt schon ein paar Mal gefragt Frage an Flo hattest du in deinem Schein mit Training für Frauen mit PCOS zu tun und wenn ja wird es Training Ernährung in die Richtung auch in der App geben ich weiß jetzt selber nicht was PCOS ist um ehrlich zu sein ich habe keine Ahnung was PCOS ist kannst du das wenn mir das einer also maybe vielleicht habe ich die Begrifflichkeit einfach nicht auf dem Schirm aber was ist PCOS bitte einmal schreiben was PCOS ist dann können wir besser beantworten Polyzystisches Ovarial Syndrom okay das also das also erscheint mir jetzt ich weiß nicht was es ist aber es scheint mir doch ein bisschen sehr speziell zu sein ja also so so breit aufgestellt sind wir da noch nicht haben sogar oder um die Frage einfacher zu beantworten ne tut mir leid also leider nicht wir schreiben ganz viele das ist eine gynäkologische Erkrankung die vor allem Frauen betrifft das haben wohl 20% aller Frauen habe ich tatsächlich muss ich leider sagen noch nie gehört wenn das 20% aller Frauen betrifft möchte ich allerdings tatsächlich sagen dass ich das ein bisschen ankreide dass das nicht Teil ist weil wie gesagt ja aber hier ganz kurz nur dass du es komplett gehört hast zur Vorbeugung kardiovaskulärer Erkrankungen oft körperliche Aktivitäten bzw. Sport empfohlen werden und solche Erkrankungen bei PCOS PatientInnen mit erhöhter Wahrscheinlichkeit auftreten wird ihnen oft die Trainingsform HIT empfohlen HIT ja ja High Intensity Intervall Training ist das ich nenne es trotzdem immer HIT Training weil jetzt gerade Franzi auch schreibt das bringt zum Beispiel als eines der Hauptmerkmale Insulinresistenz mit sich das ist ein ganz spannendes Thema mit dem habe ich mich auch schon ein bisschen auseinandergesetzt weil Insulinresistenz betrifft ja einige Menschen ich denke das wird auch Teil bei uns mal im Feed sein dass wir über sowas sprechen was man ernährungstechnisch machen kann dann jetzt Bezug auf den glykämischen Index jetzt dass man darüber mal zum Beispiel spricht wir werden jetzt natürlich nicht uns komplett darauf spezialisieren können das ist ein sehr eigenes Thema und auch ein sehr komplexes Thema aber mal über den glykämischen Index sprechen was der bedeutet und was das mit sich bringt das werden wir mit Sicherheit machen wir werden auch hier und da Achso Verzeihung ich würde nur ganz kurz wir werden auch hier und da noch ExpertInnen dazu holen und mit denen über einzelne Themen sprechen da ist es total gut auch mit Vorschlägen von euch und gerade sowas liebe ich sofort genau also wir sind da wir sind da extrem erpicht darauf euer Feedback umzusetzen und das erste Feedback was ich für mich persönlich mitnehme also gerade was die Trainerscheine angeht gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten heranzukommen dann gibt es verschiedene Akademien und so weiter ich hatte jetzt das große Glück dass ich halt eine relativ langwierige Sache gemacht habe mit TÜV-Zertifikation also ZÜV-Zertifikation und so weiter und so fort das was halt wirklich alles was dazugehört und so sodass ich das zum Beispiel auch als Kranken also ja das ist jetzt sehr weit ausgeholt und so Sorry ihr wackelt kurz ja der Schein den ich gemacht habe der ist schon sehr umfangreich dann gibt es halt bei Trainerlizenzen eine B-Lizenz eine sogenannte dann gibt es eine A-Lizenz und dann gibt es halt die Personal Trainerlizenz und ähm ich hatte wahnsinnig viel mit Anatomie ich hatte wahnsinnig viel auch Körperunterschiede Trainingsunterschiede Effektivitätsunterschiede Mann, Frau beziehungsweise biologisch Mann, biologisch Frau und so weiter und so fort aber ihr wisst was ich meine mein Gott aber wenn das 20% aller Frauen betrifft finde ich extrem krass dass das überhaupt nicht Thema war ja aber das ist auch das ist auch wieder so eine Sache Medizin also das Thema Medizin und Krankheiten die oder oder Symptomatiken die Frauen im besonderen betreffen ist ja echt immer wieder spannend wenn man zum Beispiel hört dass so Herzinfarktsymptomatiken genau bei Frauen ja ganz anders sein können das ist ja eh ein großes Thema aber danke für den Hinweis wir werden uns das mal anschauen und wie gesagt wir werden sowas und dafür haben wir diesen Social Feed in dieser App drin wir werden uns auf jeden Fall im Social Feed auch mit solchen Themen auseinandersetzen ähm ne dass darüber auch mal gesprochen wird und man das mal auch beleuchten kann etc aber da müsst ihr uns natürlich auch die Zeit geben äh und das Feedback ja ja das Feedback ist super wichtig ja dass wir äh ne weil wir haben auch das das Wissen noch nicht komplett mit Löffeln gefressen was das angeht wir werden das entwickeln und das ist eine Reise das ist kein das ist nicht wir releasen das und das ist fertig sondern wir sehen das schon als Reise mit euch gemeinsam so das ist halt wichtig zu sagen ja zwar ist das Domo im Hintergrund ja und Frau war eine ganze Weile lang ganz schön egal ist richtig dieses Auto ist so tief dass mein Getränk runtergefallen ist dass ich nicht mehr rankomme es ist so tief dass ich nicht mehr rankomme ich wusste nur dass ich jetzt gerade nichts sage deswegen habe ich es dir hingehalten falls du was sagen willst erzähl mal jetzt sag mal einen Kommentar zu meinem Getränk ja ich fahr da sind Autos da sind Autos ich bin auf der Autobahn schnall dich kurz ab nein haut das denn hin haut das denn hin wenn ich Flo das Mikro rüber halte hört ihr ihn gut also vom Ausschlag her hier in der App sieht es auf jeden Fall gut aus T weil du das gerade fragst habt ihr auch Programm für Schwangere beziehungsweise für die Zeit danach kommt auch ist auch in Arbeit da ja zum Beispiel was willst du sagen ist nicht ganz einfach zum Beispiel Thema Rückbildungsgymnastik und so das ist eine Sache da brauchst du geschultes medizinisches Personal das darf gar nicht jeder anbieten wir sind da natürlich auch rechtlich gebunden aber auch wir haben natürlich die Möglichkeit solche Programme dann quasi durch Experten und Expertinnen die sich damit auskennen die dementsprechend zertifiziert sind nachweislich auch für uns wichtig mit einfließen zu lassen genau zum Beispiel das Gespräch mit der die das Training für Nadine nach der Schwangerschaft gemacht hat kann sein dass sie dann einen Gastauftritt macht die Trainerin und so weiter und so fort ja ja das Thema haben wir tatsächlich auch schon besprochen also das ist schon bedacht tatsächlich es wird auf jeden Fall eine sehr sehr coole Nummer mal was ganz anderes was ganz Neues wobei Sport ja bei uns auch schon immer ein bisschen Thema war Ernährung ja auch seit ein paar Jahren ich meine aber jetzt wird jetzt auch Teil halt ein bisschen mehr Teil sein weil wir alle werden nicht jünger und ich finde das ganz ganz wichtig damit wir wir wollen ja lange was von euch und ihr wollt lange was von uns und schauen wir mal was wir da machen können um das zu unterstützen ja und es war so ich weiß nicht ob ich euch das schon erzählt hatte aber ich hatte ja im Podcast erzählt wie viel ich zugenommen habe und wie ich da dran bin und so weiter und so fort und ich habe mehrere Nachrichten bekommen von Leuten die mir geschrieben haben dass es ihnen ähnlich geht und ob wir uns nicht connecten wollen und das zusammen angehen wollen und ich musste mich stark zusammenreißen nicht jedem zu schreiben Mörderkumpad aber jetzt haben wir ja drüber geredet jetzt haben wir es ja rausgehauen ähm zumindest für ich weiß nicht wie viele Leute jetzt gerade dabei sind eben waren es 1600 ich weiß nicht wie guck mal jetzt sind aktuell 1660 aber was ich also eine Sache muss ich sagen die ich sehr schön finde neben dem ganzen positiven Feedback was ihr schreibt dass ihr euch sehr auf die freut ähm finde ich vor allem toll zu sehen was für ein Austausch jetzt gerade auch im Chat stattfindet ähm der sehr vernünftig und erwachsen ist und das mag ich sehr dass äh aber man sieht das ist auch es gibt echt viele Themen da bei euch ne weil jeder Mensch ist anders jeder Mensch hat andere Grundvoraussetzungen oder Probleme mit denen er zu kämpfen hat ähm und das ist ja genau das was wir wollen am Ende dass die Leute sich also durch die Community dass ihr euch auch ein bisschen gegenseitig supporten und motivieren könnt ähm und euch nicht so alleine dabei fühlen weil das ist gerade beim Thema Sport finde ich eine super wichtige Sache ganz oft wenn man das so für sich alleine machen muss klar es gibt Menschen die mögen das aber äh fängt man erst gar nicht damit an so weißt du und wenn du dann vielleicht ein paar Menschen in deinem Umfeld hast die dich ein bisschen motivieren können ist doch geil und weil äh Tim das vielleicht nicht mitgekriegt hat aber Nadine ist zum Beispiel von Anfang an mit dabei die hat auch schon Übungen da aufgenommen und Flo hat da auch schon Sachen äh Trainingspläne für geschrieben und so nur weil gerade jemand geschrieben hat bevor man sich Experten holt für einzelne Frauenfälle holt doch lieber Frauen ins Team schon mal das ist schon erledigt ja aber auch Expertinnen sind ja Frauen ja nein er meint ja vorher ach so ja klar ja aber wir können ja auch nicht in Anführungsstrichen irgendjemanden da reinholen nur weil es eine Frau ist sondern das braucht ja dementsprechend Substanz wir nehmen das ja sehr ernst äh weil das ja wirklich eine ernst zu nehmende Fitness App einfach ist es ist ja kein kein wir haben einfach nur Bock drauf und äh ja wie soll ich sagen das ist halt legit alles was ihr da alles was ihr da erfahren werdet ist wirklich einfach legit und da ist auch ein Punkt der mir extrem 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 wichtig ist als jemand der die Fitness Branche und Fitness Influencer Branche seit einigen Jahren wirklich beäugt und verfolgt ich möchte euch wirklich versprechen dass wir euch keinen Bullshit erzählen also es wird kein Scheiß geben von wegen hier äh wir denken mach diese fünf Übungen und dann hast du den Sixpack deines Lebens wir denken uns auf Krampf alle drei Monate irgendeine bescheuerte Bewegung aus die im Zweifelsfall noch irgendwie keine Ahnung irgendwas an den Gelenken irritiert und so ja einfach um erzählen zu können wir haben die neue Wunderwaffe gegen äh Fettpolster unterm linken Nippel oder so sowas wird es bei uns nicht geben also war gerade auch jemand fragt wird es ein Kalorien Tracking geben äh sind gerade ist das Team gerade dran zu implementieren ja äh kann sein dass es zum Start noch nicht da ist schau mal aber wir bemühen uns kommt auf jeden Fall ich finde eine Sache und da muss ich kurz drauf eingehen Gallus schreibt ich habe Alkohol gefastet von Aschermittwoch bis Ostersonntag und habe dabei nebenbei drei Komma klingt wie vier Tage sind vier Tage was wirklich nein was Aschermittwoch ich dachte das ist der nicht ganz wann anders nein ich dachte ich mache gerade einen Joke ne ich dachte das ja auch weil sonst macht es also wenn es ganz wann anders wäre ist gerade ich glaube das sind 40 Tage ich wollte gerade sagen das sind Wochen dazwischen ah ne es gibt vor Gründonnerstag gibt es nichts stimmt Aschermittwoch sind 40 Tage alles gut Gallus alles gut weil ich dachte weil er hat fast vier Kilo verloren in der Zeit und ich dachte so was wie viel Alkohol trinkst du wäre dann mein anderer Gedanke gewesen Nele schreibt aber was mache ich denn jetzt mit den Fettpolstern unter dem linken Nippel ja gut okay für dich als Frau sind Fettpolster unter dem linken Nippel wahrscheinlich sogar relativ wünschenswert Bild Aschermittwoch ist im Februar ich wollte mit der App auch auf Ernährung eingehen was mich speziell interessieren würde wäre Sachen zum Knochenaufbau oder für besseren Muskelaufbau zu sagen das wird wie gesagt also es gibt einen extra extra Bereich in der App was ist Knochenaufbau ich habe kein na hier Fruchtzwerge essen Fruchtzwerge essen ja genau Milch trinken ja ja ne würde nicht würde nicht ähm es wird Rezepte geben wir werden auch in dem Social Feed werden wir Artikel schreiben über über das Thema Ernährung ne es gibt sogar es gibt Trainings äh es gibt ein Ernährungsfeed es gibt ein Knowledge Feed und es gibt ein Social Feed so ist es genau es wird Rezepte geben die könnt ihr euch dann ausdrucken für Trembolon Dianabol alles gut Atyroxin alles dabei easy nein nein ich wollte gerade nochmal weil du gerade meintest von wegen so es ist immer geiler wenn man sich irgendwie connecten kann für Sport und so ne äh ich habe zum Beispiel sogenannte G-Dots wird Lena das sind Gym Dates over Distance das heißt wir rufen uns an wenn es los geht und trainieren geil finde ich mega sweet voll geil äh Thema Rezepte wird der Big Mac Nudelsalat in der Fitness App Einzug finden naja also ähm eher nicht so also in der Fitness App wird es wirklich um Rezepte gehen und so wo äh äh sie entweder ne ne wenn ihr jetzt irgendwie Rezepte sucht die hey was was kann ich proteinreiches zu mir nehmen oder wenn wir sagen äh kalorienbewusst oder so oder generell Thema Gesundheit auch ja wir können ja mal ein Bulking Special machen da ist der dann auf jeden Fall dabei so ist es ja ich soll irgendwo ein Fussel im Haar haben sag ich mal guck mich auch von vorne an das ist eine Lüge ihr guckt doch jetzt selber im Stream das ist eine Lüge du hast kein Fussel im Haar Lüge mach Kopf runter wie schnell ist denn hier ne das ist kein Fussel hab ich nicht gesehen äh oh und Lord Payne sagt Dr. Freud äh Dr. Freud Meal Prep please das wird auch äh definitiv Teil dessen sein wie kann ich mir Prep machen wie kann man es sinnvoll angehen et cetera äh äh Nährstoffe et cetera tracking das das Tracking wird natürlich auch gesplittet werden können in die großen drei Makro Bereiche also du wirst immer nachvollziehen können Proteine Fett Anteil und Kohlenhydrate genau ansonsten wenn du jetzt gerade was suchst unsere App ist jetzt halt noch nicht da äh ich benutze zur Zeit ich werde dann natürlich unsere App wechseln äh aber zur Zeit benutze ich zum Beispiel Yasio das ist äh zum zum Lebensmittel tracken Kalorien tracken und auch Nährstoffe tracken äh echt ganz cool macht Spaß damit ähm also das kannst du wenn du jetzt gerade was suchst kannst du das ja einfach so lange nutzen kann es sein dass wir gefangen in der Matrix sind dieser weiße Tiguan überholt uns gefühlt zum achten Mal ja das ist der das ist der Kontrollwagen der Agenten ne das ist ein Streamsniper ne glaube ich nicht doch bestimmt Streamsniper kannst du kurz kannst du kurz dreimal ich hab kurz eine Sekunde Warnblink anmachen wenn du das vor uns bist no no naaaa ne ich glaube ich auch nicht hier seid ihr müsst ja normalieren decken ja man wie in äh äh hier aber das gab's in mehreren Serien das gab's in Chainsaw Man war das wo sie gefangen sind und so äh aber auch Jujutsu Kaisen gab's dieses geile Ding am Anfang der zweiten Staffel wo sie äh diesen Korridor entlang rennen und dann gegenteilige Richtungen rennen und den zu zerreißen super cool das bestimmt der Griechbart der Korridor war übelst nice war das nicht auch bei Chainsaw Man wo die in diesem Hotel gefangen waren das war das Ding ne das war Chainsaw Man ja das war cool da war ein gelber Lkw danach wurde alles scheiße bei Chainsaw Man ich bin ganz ehrlich Freunde ich bin äh ich mochte den Anime sehr ähm aber äh ich hab den Manga angefangen hab ich das dann irgendwann gelesen weil ich wusste wo die weitergeht ähm er holt mich einfach nicht ab also grade zur Zeit ist der Manga eher weird weiß ich nicht so dieses ganze Chainsaw Man Church Ding und so das ist alles echt seltsam Domo soll sich nicht so lassiv auf die Lippen beißen im Hintergrund würde ich ja gesagt aber Domo die ganze Zeit so komm steck dir ein paar Salzstangen rein Domo ey weil gerade jemand sagt wenn ihr sagt wo ihr gerade seid könnte es passieren dass wirklich einer von äh stream snipet wer von euch also ich würde ja sagen eins in den Chat aber ihr sollt Auto fahren wär echt richtig schlecht ja äh mich würde im Sinne von dann ist man ja tot wenn er trifft aber das wäre auch wild gesnipet aber ey ich hätte gesagt eins in den Chat wer von euch auch grad auf der Autobahn A2 unterwegs ist aber mach mal nicht weil ihr müsst kein Handy während der Fahrt aber vielleicht kann ja nur Beifahrer das machen ne wir sind jetzt gerade ja auf der A2 wir haben noch 3 Stunden 17 nach Köln wo sind wir denn gerade hä? es sind aber 1,2,3,4,5,6 Leute schon die jetzt im Auto unterwegs sind auch Mike ja aber die kann ja Beifahrer sein ja ja wir sind jetzt gerade Abfahrt Leertersee 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 Raststätte Leertersee Raststätte Leertersee ja genau hä? Höhe Leerter? warte denn hat jemand gerade geschrieben noch bevor das definitiv im Chat angekommen ist also das Starkiller 32 live könnte sein dass du irgendwo sag mal welches Auto du hast welche Farbe wir sind ein dunkelblauer Mercedes wir sind ein dunkelblauer Mercedes wir sind ein dunkelblauer Mercedes V Sprinter Ding was auch immer Pandriok sagt bleibt stehen wir in siebeneinhalb Stunden nah wir warten natürlich äh 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 alrighty gelbet Auto gelbet Auto da kommt noch eins erzählt nicht wann zählt das? keine Ahnung aber das ist kein LKW Digga was ist das? das Mini LKW hast du gesehen wie er fährt? hat sie die Beine hoch neben das Lenkrad was war das so? die hat keine arme Oli er lenkt mit den Füßen weißer VB Crafter sagt er alles klar hä aber wo denn also wir sind jetzt leer zu Ost wo bist du? ha ha jetzt mal ernsthaft das interessiert mich mega jetzt Neon schreibt gerade abgehört dass Ronny Coleman auf der FIBO sein soll der Lightweight Bibi ha ha schön wäre geil den würde ich gerne mal sehen würde ich mich echt freuen weil letztes Jahr schon toll das äh Markus Römer aus der Ferne zu sehen und zu winken das hat schon Spaß gemacht äh ok er ist Richtung Peine das heißt in die andere Richtung wo ist Peine? Danke Endcyfer Dankeschön für 24 Monate Danke ich freue mich richtig auf die App habe seit letztes Jahr äh September 22 Kilo abgenommen und habe jetzt mit Muskelaufbau angefangen und ich bin über jeden Tipp dankbar sagt Living Chaos Mom geil erstmal Respekt 22 Kilo ist echt eine heftige Zahl ist richtig krass man ähm sehr sehr cool sind davon äh sind davon 3,6 Kilo das Kind gewesen wichtige Frage neu vorhin kurz aufgewacht Stream angemacht direkt wieder weggepennt nicht mal eine Tageszeit so so ein Nickerchen mit euch im Background war nice ok cool Funny 40 Monate Dankeschön vielen Dank für die Subs Ja schon wieder? Ja Mann was ist denn los? ist heute Einsatztraining? Panzer oder was? Ja ne Chat hat gesagt NATO Truppenübung ah ok und hinten was war das Magdeburg oder was äh soll halt ein riesen Truppenübungsplatz sein leider nicht ist doch geil Wann wird wieder Loot für die Welt sein? 2. November Wochenende weiß jetzt nicht gerade pass auf ich guck für die Namen Paul Mike fragt ob ihr euch dieses Jahr wieder am Boxautomaten messt ja von mir ich sag ja der Mike hat ja oh der hat hart trainiert der Mike hat hart trainiert also da könnte was gehen hart trainiert also bist du äh unser Mike? unser Mike er hat hart trainiert aber weiß immer noch nicht wie man boxt na mal sehen Mike was ist dein Einsatz? wie viel? wir sind jetzt übrigens Höheleerte wir sind jetzt gerade Ausfahrtleerte 9. und 10. November übrigens für die Person die gefragt hat Wann loot für die Welt? wenn der weiße VW Crafter nicht so schnell fährt dann ne ne der ist schon durch der fährt in die andere Richtung achso der fährt in die andere Richtung schade dann hätten wir den geholt also Mike sag deinen Einsatz und so aus Bogdorf Auto Bulletproof ist auch auf der Fieber Firefly danke für 49 Monate 10 Euro ist er wieder am Start Mike ich geb dir vorher ein bisschen Coaching haben wir letztes Jahr ja schon gemacht und wenn du dich erinnerst haben wir nach wirklich nach halben Minute Coaching hast du glaube ich 200 Punkte mehr geschlagen wenn ich mich nicht täusche glaub auch und ich bin richtig außer Form also Mike aber Paul der 10er könnte dir gehören du kannst äh Kniller ähm du kannst aus der Form sein wie du willst soll ich jetzt den Kniller bedachen bedacht den Kniller Kniller ähm du bist trotzdem Maschine an Boxautomat ja weil Paul hat einfach in sich Paul hat in sich so ein ähm weiß nicht ich glaube du kannst so ein Tier rauslassen einfach ich glaube jetzt sind auch einfach äh die paar Jahre Kampfsport die mir gesagt haben wie man richtig zuschlägt das könnte es auch sein ich habe eine ganz andere Vermutung so viel wie Paul immer von Positivität und alles vergeben und vergessen erzählt er kanalisiert einfach einen Hass dieser Welt dann in diesen einen Schlag und dann ist gut okay Truppenübung rund 1500 Einsatzkräfte üben bei Roten Heuberg über zwei Tage verteilt verschiedene Szenarien Spannend ist das hier aber Mike hat das vorhin auch schon geschrieben muss man einfach mal sagen auch mit Respekt an ihn der jetzt schon 15 Kilo runter hat nur darüber dass er auf Zero getränkungen gestiegen ist und Sport macht das ist aber auch voll also dieser Unterschied und man sieht es mittlerweile auf den Bildern ey ich schreib Mike auch jedes Mal wenn er was postet äh finde ich sehr sehr geil ne ich schicke ihm immer einen Dick-Pick was? man muss ja dazu sagen Mike bei dir alles klar Chef stimmt schwierig kommt auch immer nur als Antwort okay alles klar Chef man muss bei Mike auch sagen Mike du warst ja ich glaube letztes Jahr auf der FIBO hast du ja mitgefilmt und ich weiß korrigiere mich wenn ich das falsch sage aber ich erinnere mich aus Gesprächen dass das gerade dieses Erlebnis für dich ja auch zum Knackpunkt war auf der FIBO dieses weil du gemerkt hast da anfänglich sowas das für ein Unterschied machen kann ähm oder ne warte mal das war der Unterschied zwischen FIBO und dann die Gamescom auf der FIBO hattest du gesagt so crazy ich muss was machen und zur Gamescom warst du dann schon durch ein paar Änderungen hast du gesagt so krass ich pack das alles viel besser aus viele und regelmäßige spazieren weil spazieren Leute das mag immer keiner glauben wie fucking gesund spazieren ist ja das ist mega puhichai haben wir ne gar kein Problem ähm vorne und äh 15 Monate Klankasu Dankeschön wenn ich mich richtig erinnere äh es gibt ja so diese komische Regel von 10.000 Schritte am Tag äh das wurde mal aufgeklärt das geht zurück auf ein ähm äh äh auf irgendwas das ist Werbekampagne gewesen ja in Japan genau äh und das Witzige ist die Lagen mit diesen 10.000 witzigerweise fast korrekt bei Studien äh sagen 8.000 Schritte am Tag wären das Optimum also 8.000 Schritte am Tag sollen genau richtig sein sollte man ja also das mit 10.000 wurde sich ja ausgedacht aber ich finde es auch witzig ja kannst jetzt übrigens auch wieder fragen wen du willst manch einer sagt auch die 8.000 Schritte am Tag sind im Prinzip das Minimum wenn du dir den kompletten Bewegungsapparat anguckst den wir Menschen nun mal uns zu eigen gemacht haben dann sind wir Läufer wir sind ja Nomaden als solches wenn du so willst wir haben extrem langfaserige Muskulatur in den Beinen die Natur möchte dass wir laufen und das tun wir viel zu wenig wir sind viel zu wenig aufrecht unterwegs und wir laufen viel zu wenig und deshalb ich weiß es mag euch lame vorkommen wie sonst was aber einfach mal eine halbe Stunde raus in die Sonne spazieren wenn ihr noch richtig übertreiben wollt zieht Schuhe und Socken aus und berührt den Boden ja außer vielleicht wenn ihr in Frankfurt am Main am Bahnhof kommt oder so nein aber ich meine eher so Wiese also es sollte nicht Beton sein ja oder es gibt ja natürlich auch immer den Fall dass ihr einen Beruf habt in dem ihr schon sehr viel Bewegung bekommt ich kann das zum Beispiel sagen Marco hat einen Job da macht er 20.000 Schritte am Tag ja da musst du natürlich abends jetzt nicht mehr für die Gesundheit los und 10.000 Schritte machen er hat auch Captain Drehrumbum geschrieben auf Arbeit jeden Tag um die 24.000 Schritte das ist dann teilweise ich kann kann euch das sagen es war bei Marco auch so das ist so ein Messer der hat dann angefangen was arbeitest du also interessiert mich doll bei Marco weiß ich es ich meine bei Captain der hat dann angefangen Beintraining zu machen oder auch laufen zu gehen und er hat dann gesagt so ja krass wir tun die Beine und die Gelenke total weh wo ich auch zu ihm gesagt habe ja kein Wunder du machst unter der Woche jeden Tag 20.000 Schritte das belastet ja auch die Gelenke also da ist halt schwierig Bewegung reinzukriegen und so da muss man vorsichtig sein genau muss man sagen wenn du anfängst zu laufen tun dir erstmal vor allem die Füße weh es sind auch gänzlich andere Belastungen weil wie gesagt ich habe ja gesagt unser Bewegungsapparat hat ein paar bestimmte Bewegungen die er gerne macht auf die wir konzipiert sind das ist von Mensch zu Mensch auch nochmal ein bisschen unterschiedlich was die Muskelverteilung im Körper angeht aber prinzipiell sind Laufen zur Fortbewegung und Rennen und Krafttraining keine verwandten Bewegungen das heißt nur weil du 25.000 Schritte am Tag machst heißt das nicht dass deine Knie auf dem Squat klar kommen das eine hat mit dem anderen nichts zu tun übrigens die sind alle die diese über 20.000 Schritte machen haben geschrieben Einzelhandel Einzelhandel Notaufnahme Möbelhaus Notaufnahme Möbelhaus das liegt aber auch daran dass im Möbelhaus die Wege einfach nur so von der Kasse mal schnell ins Lager zack 11.000 Schritte ja genau so ich spaziere jeden Tag 8 Kilometer zum Kippenautomaten durch den Wald da würde ich mir einfach das Rauchen abgewöhnen wieso er hat doch nicht gesagt dass er raucht das ist einfach sein Punkt wo er sagt hier ist schön da dreht er um hier klaue ich das Geld oder ist es dein Kippenautomat und du holst immer die Kasse raus ja genau ich muss sagen es wird echt immer wärmer vor allem auch hier so mein Bein gerade ja 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 weil es für mich richtig anstrengend weil ich das Tablet zwischen meinen Knien halte mittlerweile tun mir meine Leisten schon sehr weh ich würde gerne die Füße mal ausstrecken das verstehe ich ich halte den wo? da aber da kannst du da kann ich schlecht lesen tatsächlich kannst du nicht mehr lesen ich bin hier auch so ein bisschen mit meinen verklemmten ich halte das Stativ fest mit meiner Beinhaltung ich glaube wir müssen da nochmal dran arbeiten hier nee ich will das jetzt nicht auch noch auf meinem Bein haben kurz Fenster auf lass die Autobahn hören ok Oha Ohren zu Freunde ich hab Angst boah der Unterdruck boah der Unterdruck ist mies du musst weiter aufmachen sonst ist ganz unangenehm wär jetzt besser war anders ich hatte kurz Angst dass das das Mikrofon rauskriegt Gott dann wird gerettet wir haben jetzt entgegengesetzt die gleiche Frisur das war gar nicht windig es ist gar nicht so laut von der Ömer wird gar nichts Mikro ja das gute Mikrofone sind danke nochmal für die Motivmikes diesen wirklich gar nicht so das ist ein halber daumen das ist gar nicht krass ich kann etwas so kleines so gut machen ja das war mal deine frau was oder meinst du den neuen moment der legit wo es so groß ist der sound den er verursacht das wie das wie dieser was du baddorf irgendwann stelle die stufe da ist nichts mit ninja wixen wir haben gesagt wir benutzen das wort nicht mehr wir nennen das jetzt sich ein kevin sich ein kevin ja dann muss das mindestens war klar das sind das übrigens auch in ordnung also ganz kurz ernsthaftes statement dazu wer hat damit ein problem ernsthaftes statement dazu wieso zum fitness muss man dazu eine meinung haben ja wie oft einer am tag sich einen schleudert alter lasst den jungen noch in ruhe machen wir könnten falls wir doch noch mal nach vorne ich wollte ein bisschen weniger space machen aber guck mal wir können die leute noch ein bisschen straße zeigen ja so ich wollte ein bisschen weniger space weil mittlerweile hat sich das stativ ein bisschen verstellt das fenster das geil ja was vorbeifährt mindestens einmal am tag damit man keinen hohenkrebs bekommt so das ist auch gut für die prostata so ist es da gibt es aber noch dinge die sind noch viel besser es passiert sagt aber es geht doch nicht darum wie oft sondern wie lang das erste mal da ist ja auch ein smiley dahinter außerdem ist zweimal rookie numbers freunde was stand da sieben mal am tag leute das ist die challenge später grill mit den eltern und morgen fibo mit euch wochenende wird mega ja wir freuen uns auch auf dich maik wollen wir uns mal zu kevin gesellen was euer rekord also jetzt auch generell im leben auch aus der jugend wir wissen wir waren alle mal jungen hohen haushalt war hoch aus der jugend alter ich weiß ich habe mal mit meinem cozen challenge gemacht war er dabei nein nicht dabei sondern wir haben einfach nur gesagt ein koma wir wohnen 600 kilometer auseinander lass mal gucken heute ich weiß nicht da waren wir 15 oder so also jetzt sagt jetzt euch einer person record acht mal am tag da geht ja mal mehr als acht mal meine acht mal tut schon weh tut es aber gab ja eine competition ach so so eine competition hatte ich noch nie aber ich sag mal ich glaube ich glaube sogar es war 23 noflex 23 ist mega hin sagt jetzt macht das thema nicht lächerlich man macht das thema lächerlich wir reden ernsthaft darüber nur weil wir es lustig finden über was von vor über 20 jahren zu reden ich will jetzt nicht also ist jetzt ist jetzt wahrlich kein flex aber ich habe jetzt mal ernsthaft darüber nachgedacht ich glaube der tag an dem ich am häufigsten zumindest zum schuss gekommen bin war einer wo ich tatsächlich einfach oft sex hatte so ein mann ist den ganzen tag zu hause und macht im prinzip nichts anderes tag es gibt solche tage ja waschtag 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 aber da ziehst du durch mit beenden ja klar krass ne ich war so ein echt typ ich muss sagen haus hastig hastig auf den tod überhaupt auf den tod haus kommentar gilt mich richtig fünf mal punkt 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 richtig heutiger urlaubstag guck mal hier das gelbe auto aber das ist so gelb dass ich euch drehen darf das gelb grün hier schreibt blutengeschreibt frau hier und je nach tag und zeit dreimal mindestens so finde ich auch gut dass frau noch mal rauskommen mit der ganz oft tatsächlich muss man muss man leider sagen immer so fast schon als manche haben das gefühls wenn tabuthema finde ich absolut nicht ja auch schon das gar kein tabuthema viel zu selten und leider leider ist es für viele auch ein tabuthema obwohl es gut ist auch wir uns oft fünft mal langweiliger tag in der gaza und ich weiß gar nicht aber ich würde mich bei dir wahrscheinlich irgendwo ein rein so hier quarks.de darum zu masturbieren frauen richtig gut machst dir selbst denn das hat viele positive effekte für deine psyche deinen körper deine sexualität positive effekte für die psyche abbauen von sexueller spannung bessere laune durch dopaminausschüttung stressabbau und entspannung durch serotoninausschüttung auch der schlaf verbessert sich mehr sexuelles selbstbewusstsein durch kennenlernen und akzeptieren des eigenen körpers positiver effekt für deinen körper stärkung des beckenbodens durch aktivierung verschiedener muskelgruppen verbesserung der vaginalen gesundheit durch stärkere durchblutung und ankurbeln der sekretproduktion und schmerzlinderung durch endorphin freisetzung und körperliche entspannung zum beispiel bei regelschmerzen hilft auch und letzte sache positive folgen für deine sexualität kennst du deinen körper gut kannst du deine bedürfnisse oft auch besser an sexualpartner innen kommunizieren deine orgasmus fähigkeit verbessert sich und mehr sexfantasien und schnelle erregung deine libido steigt manche frauen empfinden ein gefühl von stärke und mehr sexueller selbstbestimmung also bloß sarah schreibt gerade hilft auch manchmal bei kopfschmerzen ja hilft extrem bei kopfschmerzen ja ich habe kopfschmerzen oder auch also mir zum beispiel auch bei bei schnupfen ist immer die nase frei danach ist es ein random ich glaube tatsächlich das recht ich glaubte ja bei also ist bei mir so vielleicht wegen adrenalin oder so ich weiß es nicht aber ich kann das jetzt auch einfach nur so von erfahrungen sagen wärme adrenalin bei paul hilft das kopf überhängen ja man kenne ich auch jawohl jede sagt ein mädels lernt beckenboden zusammenzuziehen ist nice ja dass er auch bei männern tatsächlich kann man trainieren okay das ist jetzt das ist jetzt ein komischer take aber ja lernt das weil wenn ihr zum beispiel typen habt der ewig braucht damit geht es schneller zu ende ja 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 macht atemwege frei durch die blühe ja okay ihr stück mir alle zu ja ok deswegen adrenalin ja crazy wenn man heuschnupfen hat bringt das auch kurzfristig was scheiß auf moment also auf geht's zukünftig einfach wenn ich im sommer wieder so eine miesattacke habe einfach auspacken ja kein problem haben wir darüber gesprochen wo ist die fibo in köln ist die fibo wir haben jetzt noch zwei stunden und 51 minuten auf tacho wäre es so warm es wirklich warm dabei ist hier die die heizung schon auf 18 und klima oder ne warte mal ja aber das krasse ist hier mein oberkopf ist kalt nein mach nicht auf low da frieren werden ja ich habe mal zwei grad runter gemacht ich mache uns hier mal guck mal die lüftung an dann haben wir ein bisschen luft ich mache das extra runter auf den schwanz das hier oben links ich dachte du hast hier haben wir hier so ein catering service kommt hier jemand wenn ich hier drauf drücke zieht doch die jacke aus ich bin hier eingeklemmt ich kann die jacke nicht ausziehen soll ich die esp ausmachen kann ich total egal ich kann auch p wlan hütchen auf das ist ich glaube ich bin mir nicht sicher aber ich glaube p wlan hütchen ist wichtig ich glaube das ist parkassistenz oder ja was haben wir denn noch hier also das ändert gar nicht doch kameran parken auch willst du den aktiven brems assistenten aus haben automatische verriegelung tankstellen suche winterreifenlimit aus ok es sind ein winterreifenlimit sind die reifen vorne mal angekommen naja das macht es nicht dass du mit winterreifen wird deine geschwindigkeit limitiert aber es geht jetzt finde ich mit der luftung hier vorne alles besser oder großes q&a aus dem auto ja wenn ihr noch fragen habt freunde fragen habt ihr mal her damit ich bin für q&a ich bin auch für q&a sind auch inzwischen schon 1800 werden immer mehr dumm ist und neugierig neugierig weil er da einfach sitzt er sitzt da nur er existiert da wir machen komplett offenes q&a ja alles alles von von dr sommer bis dr was auch immer ihr wissen wollt was gibt es noch für dokter mir nicht die ich wirklich doktoren sind meine ich doktor bis dr sommer bis doktor nein das danke für viel verschenkte danke 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 apropos heilpraktiker wir haben gerade beim bei unserem ersten rast bei unserer ersten rast haben wir jemanden gefunden der zum glück ganz ganz unauffällig fotografiert einen heilie hat no shit saß tatsächlich bei uns jemand der den heili ausgepackt hat und ich habe völlig gottlos eine currywurst gefrühstückt die uns ins gesicht gedrückt mit sehr stabilen pommes nebenbei bemerkt und nebenan saß so eine eule mit ihrem heili das ist echt crazy war auch witzig auf der auf der toilette ging auch einiges ab da hat erstmal ein vater mit seinem kind randaliert erstmal die ganze anlage da auseinander gestimmt das war super lustig da kam einer und die kam vor allen dingen ein vater mit seinem sohn und die kamen aber aus dem frauenklo beide ich glaube sie haben einfach nicht hingeguckt wo sie reingegangen sind und dann wollten sie bei sanifair gibt es doch diese diese kleinen durchgänge für so kleinkinder die dann da durchlaufen weil die müssen nicht zahlen und das haben sie aber von ihnen versucht aufzudrücken das ganze alarmsystem von sanifair ist losgegangen das war sehr schlimm und ich war dann und dann auf klo und neben mir in der kabine ich war beide zusammen auf klo sein arzt hat ihm schwerhebend verboten und neben uns in der kabine super wild war ein typ ich weiß nicht ob er inder oder pole war man konnte nicht so richtig auseinanderhalten das war also also im zweifelsfall würde ich jetzt wirklich um euch zu erklären wie lustig dieser akzent und dialekt war würde ich behaupten das war ein polnischer landsmann indische abstammung es klang wirklich wild und er hat die ganze zeit sein handy über sprach commands gesteuert also weiß man ist ja schon so auf toilette hält man sich erlaubt stärke technisch zurück aber er saß erhalten es ging die ganze zeit ohne pause er hat richtig den google ist genutzt da alter ich bin wirklich traurig dass ich nicht dass ich nicht hören konnte was er sagt weil wer weiß was er gesagt hat auch mein gott kugel da guckt was aus meinem hinteren raus was ist was tun wenn ich die colaflasche nicht mehr rauskriege so keine ahnung da waren riesen baller was von dem brutzler die gibt es noch ja und es war gerade riesengroß einfach nur der brutzler mir ist jetzt kalt was eure lieblings blume jede die nicht abgetrennt und in der base gesteckt wird meine frau hat extrem schöne orchideen ich weiß wie der tag aber ich finde euch ideen cool ich fasse die nur leider an und dann sind die tod deswegen darf ich die auch nicht anfassen und ich mag ganz klassisch weiße rosen ich finde die sehr edel ich finde die sehr geil ich mag so als rosa rosen ich glaube wir haben ein problem leute sagen stream das wieder da ja wir sind im nächsten ort angekommen freunde wir haben tatsächlich den bereich deutschlands mit der beschissensten netzabdeckung erreicht das ist mittel bis süddeutschland ist wirklich schlimm und dabei habe ich schon ich muss das ganz ehrlich sagen gar keine blumen ok jetzt hat jemand anders gesteckt ich verstehe mammut mannys kommentar nicht ich weiß nicht ob das beleidigend oder lustig jetzt steht ollie das matschgesicht durch störung hä du wirst gerade so pixel 3 haben ach so lol deswegen als sie ja und mannys guter dass keiner der dich irgendwie durchgeleidigt im schlägt ja hätten wir auch gewundert du ganz ehrlich wo seid ihr denn in mitteldeutschland ich weiß gerade nicht gut dass twitch das audio priorisiert aber dann ist das auch noch da gewesen das natürlich nice sehr geil ich habe gerade so wo seid ihr denn in mitteldeutschland und ich dachte so hier ist 130 hier ist ein edeka mehr infos habe ich gerade nicht rastplatz scharfstritt scharfstricht scharfstrift das was ollie sagt scharfstrich ist der scharfstrich freunde seit ich schon nicht dunkel deutschland durch ja simon also badmünder ist zum beispiel hier abfahrt zwei stunden 40 aktuell weiß ich ob wir bei zwei stunden noch mal eine kurze pause einlegen wollen oder so ach so in 40 minuten mein gehirn war gerade so in zwei stunden das macht doch keinen sinn ja hier kommen noch andere fragen fahrt jetzt so wie sind eure pläne wahrscheinlich fahren wir hin ihr müsst jetzt wieder die fragen von vorne stellen weil ich habe mir keine einzige gemerkt alter ollie ist drin so hast du einen plan für nächstes dazu ja ja habe ich hier vorne das chest piece was ihr kennt das wird dann endlich von felix also von meinem kumpel felix aus dem griff weitergemacht da kommen noch ganz viele so er hat so er hat eine ganz bestimmte stilistik ihr seht es hier an meiner hand das ist dieser stil den erfährt und das wird dann quasi noch erweitert das geht ein bisschen höher zum hals und über die schultern und verbindet quasi andere tattoos und ansonsten habe ich noch so ein paar so ein paar ideen die ich unbedingt ich will noch unbedingt ein paar ideen auf mein schrottbein haben ihr wisst jeder der irgendwann hast du so viele tattoos dass du anfängst mit dem schrottbein und ich will halt noch so ein paar grafische sachen ich will vor allen dingen auf der rechten hand noch was kann ich was auf die rechte hand machen draufspucken oder was bei deiner bewegung weil du nennst das so ja deine hand zeigen aber ich dachte du willst dir was in die wange machen ja und dann wollte ich unbedingt noch meinem großen idol nacheifern und wollte mir noch eine runde doom to life auf die stirn tackern lassen wann wieder mehr gaming content jetzt zum beispiel nächste woche am siebzehnten machen wir 15 stunden stream wieder und da wird es auch gaming geben und wir machen immer mal wieder gaming ich finde wir haben viel gaming content in der letzten zeit liebstes wegen java kommt ja auf dem dr freud live youtube kanal könnt ihr die video dieses jahr nachschauen wir können euch auf jeden fall schon mal eine sache sagen während wir jetzt gerade unterwegs sind sitzen unsere cutter an zwei formaten die wir noch gedreht haben die dann auf youtube kommen werden das wird auch sehr schön wir haben jetzt nachdem der erkennst du die cola test so gut ankam haben wir direkt einer kennst du die fanta test hinterher geschossen war auch sehr sehr lustig und wir haben ein neues format gestartet spaß mit heißt das und da wird gestartet spaß mit ton aber nicht ton wie ihr denkt nicht audio sondern tatsächlich der ton mit dem man sachen formt wir haben uns daran wir haben grandiose statuen kunstgeschafft sehr wild sehr sehr wild könnt ihr auch darauf freuen könnte er dann auch für einen guten zweck ersteiger bestimmt so ist es träger fragt oli wie läuft eigentlich deine kpop schulung weiß ich nicht die wollen wir uns noch die kpop schule wer mehr kpop experten mit an bord ihr kopf schulung verstanden und war etwas irritiert ja ich mache jetzt kopf gesang achtung alle mal aufpassen ich glaube zwar ganz unangenehm vermutlich kopf generell kopf training ich mache das ja mit anheben absenken und so weiter und so fort ich mache das ja mit meinem bauke coach es ist so häufig flott mir das beigebracht was flott mir beigebracht hat er ist wie die körperte frosch klingelt so und jetzt jetzt machen wir das geräusch jetzt du musst ein zungenbein musste hinten runter drücken hat deine zunge dann rach jetzt machen wir das klingt coaching wirklich coaching ist so bodenlos niedrigend die geräusche die du da machst so wo dein ding hat sich leider gespürt und weil gefragt worden ist was macht mehr was bringt euch mehr stream nachschauen hier oder auf youtube immer auf youtube also nachschauen dann wer ist die schaut schaut bitte auf youtube ich habe das ja auch neulich im stream schon mal gesagt ein valider kritikpunkt sorry oli ein valider kritikpunkt den ich auf youtube gelesen habe den ich nachvollziehen kann ist dass die leute extrem im vod es vermissen den chat mitlesen zu können ja ich fabi und und ich wir arbeiten schon seit längerer zeit an redesign habt ihr schon mal gehört und da sind wir auch an verschiedenen ideen gerade dran wie wir gerade sowas auch besser abbilden können das heißt wartet mal bis da das neue da ist ist auch gar nicht das mikrofon mittlerweile halte ja könnte ich auch machen ich hab's nicht ich hab's mir nicht mal angeklemmt das klemmt einfach wirklich im finger so ich habe soll ich im stream schon gesagt wir hatten gerade davor eine frage und die wollte ich jetzt beantworten ich komme gerade nicht mehr drauf da wird der chat integriert youtube ja in dem neuen layout wird der chat integriert und dann wird er auch auf youtube zu sehen sein 0 auf 100 in 68 sekunden so ist es was die video dies betrifft freunde handhaben wir das jetzt so war uns wirklich youtube sehr viel mehr bringt und wir auch das feedback von vielen bekommen dass wir die schauen auf youtube mehr spaß macht wir haben dass den livestream wenn wir gestreamt haben doch bis zum nächsten tag meistens ist das video die auf twitch verfügbar sobald das video die aber auf youtube läuft wird es auf twitch von uns deaktiviert das heißt es gibt eigentlich wenn alles perfekt läuft keine zeitpunkt wo er das video die nicht findet wenn ich es auf twitch nicht mehr findet dann wird es auf youtube und so bleibt kanal sein dr freud live kann er gerne auf youtube suchen wenn ihr da noch nicht folgt folgt gerne ein abo da lassen dann findet ihr die video dies auf jeden fall immer wir sind flohs vocal coaches eigentlich miteinander voneinander nein wissen sie nicht ich betrüge sie immer noch beide miteinander ich finde dass ich muss ganz ehrlich sagen dass es so fake dinge gibt ja aber einfach nur so reinklämt und jetzt hab's jetzt ruhig mal machen von allen piercings die es gibt finde ich septum piercing wirklich am hässlichsten muss ich ganz ehrlich sagen es tut mir leid seine team duschen oder team baden duschen ja prinzip lebenstechnisch duschen aber once in a while auch gerne mal baden duschen schon geil nippel piercing ist auf platz 2 der hässlichsten ja ich finde nippel piercing auch ganz freundlich für männer oder generell beides ich finde es auch bei frauen nicht was ja bin ich ganz ehrlich ich finde es bei frauen auch nicht schön ich verstehe jeden der sagt so ja auch finde ich schön ich bin da ich bin da nicht nur hier ist der rubschrauber abgebildet schon auf dem auf dem schild hat soll ich sagen ich finde es auch hässlich aber ich verstehe jeden der es schön findet wie du kannst nachvollziehen eventuell auch nicht dass du weißt dass es menschen gibt die es schön finden und da hast du nix gegen nein ich kann nachvollziehen dass menschen das schön finden ich persönlich finde es nicht ästhetisch aber ich kann trotzdem nachvollziehen dass jemand sagt ich finde das ist eine verschönerung was ist denn prinz-albert-piercing ist das ein dick-piercing ja ja das ist vorne der ganz fiese das ist der durch die haarenröhre da schön paul das mit dem hubschrauber das ist hier wir sind nämlich glaube auf höhe gütersloh wenn ich mich nicht irre da gibt es diesen einen hügel auf der abfahrt wo der helikopter draufsteht das siehst du gleich ja aber trotzdem war es einfach lustig zu sagen weil historischer stadtkern stand da und da waren hubschrauber abgebildet ihr kennt doch naked attraction ja diese ausgeburt der hölle in sachen reality tv wurde dir nur anhand des schwanzes ein partner suchst im prinzip ja und ich wurde es von unten nach oben ja 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 digga da war mal ein typ dabei der hatte den prinz albert aber ich schwöre dir alter das ding war entdeckt größte abos vorhänge schloss ja in dem stil wirklich alter daten o gottes willen ich hatte non stop schmerzen noch tage nachdem ich das gesehen habe erkannte tier o7 wirklich nicht mehr haben wir konnten zu sagen so sie kurz an dieser stelle 1 10 nehmen ja klar mit dem kann ich nicht dass hier so sie kannte ich nicht war mir dann neu im chat da ich das erste mal gesehen wird hier da wirklich wahrgenommen seit bei uns vorher noch keiner gemacht das habe ich bei uns im chat wurde das noch nie vorher gemacht quasi quasi so ein schäkel zum lkw abschleppen schreibt jemand ja 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 genau das das war die folge habe ich damals mit meinem mitbewohner gesehen glaube ich sagt der fuchs ja viel gut kampfkanzi dafür 16 wir sind bei rindeln weil gerade gefragt wird und welches piercing findest du denn dann am schönsten kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen es gibt jetzt also ich sag mal so ich bin noch nicht in den genuss gekommen wofür man das hat man hat das auch nur dafür dauerhaften fidget im maul das ist fantastisch cool ja weiß ich nicht keine ahnung was ich wirklich steht einfach nicht auf body modification in irgendeiner art lasst ihn doch jetzt fragt ihn doch nicht auf krampf was für piercings er geil findet offensichtlich keine habe ich keine besondere vorliebe dran da wozu war wozu das da es reicht schon dass ollie mir zweimal am tag sagt dass ich eigentlich in knast gehöre ja weil ich tätowiert bin ständig sagt ich habe selber zwei tattoos bin jetzt auch enterbt ja tattoos an frauen generell sexy oder abschrecken ich sage jetzt eine sache so diese generell fragen kann ich gar nicht beantworten weil ich finde ich kann ja ist bei piercings aber ist auch der tut aber schon zu es kommt auf den menschen an es kommt einfach auf das gesamtbild immer für mich an mensch kann auch mit piercing und tattoo attraktiv sein wenn das im gesamten einfach zu den menschen passt so deswegen kann ich das nicht so pauschal antworten absolution noch mal ein versuch lest ihr aktiv im disco die vorms brett wenn also ich kann sagen wenn ich dazu komme definitiv und gerade wenn ich aktiv bei beim podcast zum beispiel eine frage stelle und möchte dass die leute sich dazu äußern dann gucke ich am aktivsten rein wo sie auch zugeben und ansonsten wenn ich halt zeit habe gucke ich immer in den discord rein ich auch und ich bin auf unserem eigenen discord unter einem unbekannten namen drin aha unter cover so ist er mit den rechten paroden ja 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 und nie paul aber die ausländer nehmen uns schon die arbeitsplätze weg tschüss niedersachsen wir sind gerade aus niedersachsen jetzt sind wir in nrw 80 achtung das schild wir sind ja über wegen der brücke jetzt ist bei nesse davor wegen der brücke warum sagt mir keiner was willkommen jungs nrw hallo lest ihr noch das reddit ich bin ganz ehrlich freunde einer der gründe warum ich den discord auch neu gemacht habe ist weil wir gar nicht so viel dazu kommen auf so vielen unterschiedlichen plattformen wirklich alles irgendwie wahrzunehmen deswegen war das ziel so ein bisschen einen einheitlichen anlaufpunkt zu kreieren den man dann auch wirklich ein bisschen besser sehen kann und neben den insta dms die schon wirklich voll sind ich schaue nicht mehr aktiv ins reddit bin ich ganz ehrlich das liegt aber unter anderem auch an der plattform muss ich ganz ehrlich sagen ich bin 100 prozent bei ollie gerade wenn es darum geht sachen zusammen zu raffen so dass wir nicht einfach dutzende plattformen irgendwie bespielen und im auge halten müssen deswegen finde ich das discord so wahnsinnig wertvoll deswegen kommt wieder auf unser discord aber generell wir haben es ganz lange geschafft aber wir haben es irgendwann nicht mehr geschafft dass die reddit kultur doch auch bei uns einzug hielt und da habe ich wirklich einfach gemerkt ah nee guck mal außerdem gab es mich nicht so früh außerdem gab es da auch noch den faktor dass es sowohl das sprechstunde reddit gab was wir sowieso aktiver benutzt haben und auch noch ein dr freud reddit und dann auch hier und da sich gerade die auf dem dr freud reddit sehr vernachlässigt gefühlt haben und deswegen haben wir auch einfach gesagt mit der einheitlichen discord nummer können wir halt wirklich und das ist ja der punkt die ganzen communities untereinander trotzdem können sich separieren wegen eigenen channels und so weiter aber sind trotzdem auf einer plattform vereint und um da die frage noch mal zu fragen ich glaube ich gehe einmal im monat gucke ich rein ob und guckt mir aber dann bin ich so ein bild leser guck mir die überschriften von brett an wenn es mich wenn ich es gut finde klicke ich rein und wenn nicht dann also kriegst du nie rein sandre danke für 20 monate weil gerade ein paar mal gefragt wurde es gibt ja zwei discords welches ist in der aktuelle der dr freud discord ist der alte discord auf dem werde ich auch demnächst eine at all nachricht verfassen und noch mal drauf aufrufen haben wir schon einmal gemacht dass es jetzt den neuen nämlich den 360er das dort gibt den wir ja ein bisschen größer angelegt haben also das kommt an sich ist entschlackter weniger bots weniger räume ist alles ein bisschen übersichtlicher weil das auch muss ich ganz ehrlich sagen der alte discord echt mittlerweile sehr aufgebläht war und da auch viel altlast noch mit drin ist und so und das wollten wir weg haben deswegen gibt es halt den neuen 360er wo auch podcast mit drin ist wo live stream mit drin ist wo youtube mit drin ist und alles weitere wo sport mit reinkommen sport mit reinkommt und so deswegen den 360er da könnt ihr gerne mal rauf gehen dann seid ihr da schon mal mit drin das ist schon mal sehr schön plus muss man nämlich auch dazu sagen klar gibt es discord als app für android auf den alten discord haben wir keinen 100 prozent zugriff weil wir ihn damals nicht erstellt haben beim neuen ist das halt anders wenn er stream ruckelt wir sind halt in nrw freunde einfach und einfach wissen jetzt daran nichts denn nichts ist wir sind eben an minden vorbeigefahren gibt es was woran ihr automatisch immer denken muss wenn ihr minden hat in jens nebst nicht bei mir ist es kurs das kommt aus minden ich habe plan viel viel kurs gefällt mir dann gerade automatisch wieder auf so war living kurs man sagt minden da sitze ich gerade schaue ich zu witzig könnt ihr mich abholen fragt eindeutig mike bärenbeine warum schreiben alle bärenbeine bären 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 ja kenne ich nicht aber muss ein ding sein habe ich mir jetzt mal das konzert was ihr je besucht habt und welche sind geplant das schwierig es wird sich eines der besten konzert erlebnisse hatte ich aber gerade erst drüber gesprochen wo ich auch die beschissenste vorwände ich je gesehen habe gesehen habe und zu beleid dass ich das sagen muss die beschissenste vorband war tokotronik die waren so schlecht das gibt es gar nicht aber es war das gleiche konzert es waren die beatstecks das war dieses legendäre konzert wo die ärzte das erste mal wieder in berlin gemeinsam aufgetreten sind nachdem sie zehn jahre keine konzerte gemacht haben da war ich dabei und es war schon echt ziemlich fantastisch konzert ansonsten also ich kann sagen eines der besten konzerte war tokotronik zum beispiel als sie noch nicht so bekannt gewesen sind und das wirklich in so einem winzig kleinen rahmen hatten nein aber was wirklich so wo ich mich extrem krass daran erinnere war wie hießen die die big city life gemacht haben matter fix genau da war da war big city life noch nicht durch die decke gegangen und sie hatten ein konzert in berlin wo du wirklich einfach nur in so einem raum wie so ein clubraum einfach und die sind mit einem ist die band so reingegangen die hatten keinen separaten eingang die hatten kein gar nichts und dann sind wir zusammen da rein und die sind dann auf die bühne gegangen und haben dann losgelegt und dann sind sie wieder mit den leuten und haben dann weiter gefeiert und das war irgendwie cool sowas mag ich immer gerne platz 3 enter shikari platz 2 enter shikari treptower park mit vorband alexis on fire ne nicht alexis on fire also war war nicht treptower park war hier ist diese kleine dreckshalle wo immer alle konzerte sind max schmeling ein nicht die max schmeling die andere kolumbia ja genau platz 3 platz 2 war papa roach im lido vor lass mich lügen 800 leuten oder so keine ahnung ich glaube nicht mal dass das geplant war ich bin bis heute davon überzeugt die haben sich verlaufen und platz 1 ganz eindeutig mit 150 leuten in einem absolut also absolutes party massaker materia das war so heftig diese kleinen private konzerte sind eh immer die geilsten ich habe ja ich habe ja irgendwie so die angewohnheit auf konzerten ich ziehe immer die 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 frontmänner irgendwie an ich habe mehrere geschichten wo der frontmann der band irgendeinen zusammenstoß mit mir hatte dass wir bei 30 seconds to mars passiert da saß jared letto hat meine hand gehalten während er auf dem stuhl neben mir stand ähm ich hatte das mit campino im admiralspalast der neben mir auf dem stuhl stand ausgerutscht ist und mir auf den schoß gelandet ist und ich hatte das noch irgendwo aber ich habe es wieder vergessen ich glaube bei knorkato war noch was geriet aber ich weiß es nicht mehr genau mit campino hatte ich mal einen streit wild auch wir waren auf der gleichen party und er kam an und meinte er hat eine idee für für einen song auf den stift habe ich habe gesagt nee aber du kannst gerne eine notiz in mein handy machen ihr jungen leute und dann haben wir uns darüber gezankt für ungefähr 15 minuten wie doof ich seine einstellung zu altbacken finde und wie doof er meine einstellung zu jung findet und dann sind wir auseinandergegangen war ein guter abend jetzt hat er den song dir gewidmet das song heißt arschloch ohne stift weiß ich nicht genau mein konzert war wild ja mein so ich werde äh wie heißt denn dieser typ mit dieser knackigen stimme jan delay oh ja ich hab ja mal gesagt dass er rotzevoll ist und bitte nach hause gehen soll das war auch gut nachher bei der 1 live krone und ähm was ich glaube der bis heute epischste vorfall manchmal kennst du das wenn du so plötzlich ungewollt extrem cool bist in der gruppe ähm kenne ich normalerweise nicht aber einmal hatte ich das und zwar hatte ich überlegt ob wir nach diesem materia konzert äh das war irgendwie so komisch unabgesprochen und dann haben wir überlegt ob wir noch auf die aftershow party dazu gehen und dann wusste ich allerdings nicht äh ob ich äh brini und bio mit reinnehmen kann weil ich da nicht vorher mit irgendjemand gesprochen hatte hatten wir darüber diskutiert dann hatten wir gerade so diesen moment wo ich sagen wollte okay gut ich kann ja mal fragen vielleicht bringt es was und im nächsten moment klingelt mein handy und auf dem display steht einfach marten ja ich geh ran und er war wo seid ihr kommt hoch das war schon extrem geil ich glaube ich habe mich nie wieder so cool gefühlt vor leuten die kommen wirklich nicht wirklich nicht habe ich nie wieder mega nice er ist der aller echte hue winters im chat grüß dich äh ollie mach uns nen gig auf der fibo klar ich komm nach alles klar wie viele seid ihr denn? sag mal ernst gemein eine frage wie viele seid ihr? ich weiß wo naja wenn ihr kommt jetzt ich habe Tickets ich mach euch Tickets klar so, you, 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 come for me äh, wäre geil ähm eine Person ich gebe dir ein Ticket ich schicke dir jetzt ein Ticketcode und du kommst her was wirst du? weiß ich nicht aber du kriegst einen Creator du kommst überall rein Zugang rein zu geben mein winters mein dj buddy ich muss sagen halt auch sehr geile konzert erfahrungen waren tatsächlich alle hgt konzerte auf die ich war war das halt immer einfach einfach mal drei stunden dumm sein irgendwie geil so in einer großen gruppe ich sag ja ich sehe uns beide bei clown core war ich dabei so zwei stunden zehn minuten also wir könnten gerne demnächst noch eine rast einschmeißen finde ich oder ich bin auch durch kennst mich ja also von mir aus kümmern ein getränk aber auf toilette gehen wo sie nicht haben nicht so richtig zum trinken welche musikrichtung könnt ihr gar nicht hören es gibt eine bestimmte art das finde ich nicht in ordnung ich finde das sollten wir noch ausdiskutieren nachher ich fand das war ein affront gegen mitarbeiter aber es gibt so bestimmte technostile die ich nicht kann die ich einfach als nervig im schranz das kommt aber und das habe ich mal ein seltsames experiment klingt das jetzt aber das habe ich mal als experiment gemacht unter welchen also es gibt welchen techno den mag ich nüchtern es gibt techno den mag ich bekifft es gibt techno den mag ich betrunken und es sind alles aber unterschiedliche ja verstehe ich aber was ich an sich ich höre wirklich wahnsinnig viel also ich rede jetzt nicht so ich sterbe nicht wenn es irgendwo läuft aber ich muss jetzt nicht irgendwie so schlager oder so hören aber es ist auch nichts wo ich jetzt denke so mein gehirn blutet also bei zumindest vielen sachen es gibt da schon auch harte aus ja die echt scheiße sind die auch textlich zum teil wirklich einfach scheiße sind aber es ist das finde ich jetzt immer noch so lustig ich weiß das ist eine weisheit von vor 50 jahren aber die erfolgreichsten amerikanischen pop songs werden übersetzt deutsche schlager ja ist korrekt nur mit mit was auch mit pfiffigeren beats ja ansonsten höre ich wirklich viel was ich als bei mir ist es halt schlager aber damit meine ich jetzt nicht so manne schlager den kann ich noch so freuen alles so party ja jetzt vorsicht nichts gegen die amigos amigo die amigos sind ausgenommene was man ganz und die flippers auch und aber so klassischer sind die die aus dem weihnachtsmänner das waren die glaube ja aber kommt halt auch was schlager geht also weißt du bei skandal um rosa also spider murphy gang oder auch alt wie ein baum bei den pudis oder so ich bin da auf der tanzfläche ich bin da da ich hatte das neulich im live stream mit den leuten was für mich der absolute kill ist die die band sich am wenigsten leiden kann wenn du die an was habe ich schlechte laune ist rosenstolz und jama war ein gutes lieb die haben kein gutes lieb doch dieses weil ich es war denn das was mit alles und der chat weiß bestimmt irgendwas mit alles hat das im titel pubertin du hast völlig recht wir sagen danke schön 50 jahre die frippen was genau das ist uns lieb ist alles alles ich hasse das was wir brauchen das ist so die stimme ist auf so einer tonhöhe die mich einfach nervt und vor allem wie diese diese dieses liebe sein lang zieht da kriege ich aggressionen wirklich ganz schlimm weiß ich nicht warum das für mich ist das brauner ton das ist liebe sein was ich auch nicht abkann ist so sind so metal richtungen so slam oder so alles was wirklich nur so pig squeal scheiße drin ist sowas also das kann ich mir nicht geben so alles alles wo wirklich der komplette metal nur ist da bin ich raus da bin ich komplett raus diga kerstin zockt du hast so recht dieses lied ist so furchtbar die die immer lacht da werde ich wirklich ja kassi lot war da werde ich aggressiv ich hieß sie so kann sein aber ich weiß nicht mal kannst du das anstimmen kann ich nicht doch doch dieses dieses was diesen du hast diesen diesen prekären billow beat der wirklich wie aus einer library klingt dann hast du dieses mit diesem hall unterlegte die immer lacht immer lacht immer lacht dieses ding und das zieht sich nuns doch durch das nicht kann ich sein also kerstin zockt alles was du schreibst unterstütze ich sehr sagt jetzt mich auch andreas gabar hier ist völlig überbewertet ja es gibt aber da der riesig ne natürlich ist er riesig wie steht ihr zu elektroswing ich bin mir nicht mal sicher ob ich mir jemals elektroswingen in meinem leben angehört ist ganz geil kann man sich ganz gut geben elektroswing schätzt also kann man kann man wirklich kann man wirklich machen wo ich drauf macht das tod worauf ich hängen geblieben bin tatsächlich zum arbeiten weil mich das extrem in der zone holt ist breakcore wird also breakcore ist wirklich wenn du so richtig hyperfokus dich irgendwo rein stürzen willst du musst so richtig tief rein irgendwo gehen ohne pause und unterbrechung ziehe ich mir zwei stunden breakcore playlist rein bei einer hat den nächsten song gefunden der für mich auf demselben spektrum wie rosenstolz und die die immer lacht ist und zwar tanz der moleküle aggressiv kann ich nicht sagen kenne ich persönlich finde ich nichts mit viel zu nette viel zu netter mensch werde ich mich hüten ist jetzt nicht mein lieblings song aber mag ich zu doll glaube ich gerne aber kann ich gar nicht das ding ist schon auch so willst du hier noch mal kurz raus fahren one up sagt ich bin zurzeit auf sowjet synthwave hängen geblieben klingt erstmal gut ich liebe synthwave lipperland da fahren wir sowas von raus ab nach lipperland leute ganz kurz für alle die bock haben das vk das vokaster 2 ist gerade bei thoman hat mir angeschickt ich habe ihm gesagt er muss erst mal zwei kaufen mega im angebot statt 330 euro nur 69 euro das stück ich habe ihm gesagt er soll erst mal zwei stück kaufen so ausfahrt freunde ab nach lipperland wir könnten auch tanken ehrlich gesagt ja guck mal siehst du auf der tankanzeige ich glaube der ist links ja das drittel nur noch wollen wir wollen wir die kamera mit raus nehmen einfach auf ein stativ stellen und das ist aber safe und diesel ja 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 safe und diesel wir können euch natürlich nicht mit reinnehmen in den laden leute weil die leute aber wir können ja hier aber wir stellen das stativ erst mal kurz raus ja das ist links an deiner tür direkt an der kante wollen wir hier drin bleiben während flot tankt und dann parken wir und dann gehen wir raus alle rast machen weil dann können wir dann um ja ich muss nur ich zahlen oder ihr bleibt drin und ich tanke ja das geht auch das ist natürlich was ich komme ich bin hier draußen mein bein oh gott halt mal kurz beim mikro hier nimmst du mal das andere so lang naja freunde ich muss auch gleich mal jetzt kann ich hier hängen weil es sind nur noch 35 prozent das kann ich hier den nahbesprechungseffekt nutzen naja besprechungseffekt wir fahren noch gar nicht mehr ich weiß gar nicht ich glaub die dinge haben keine besprechung hallo auch aus detmold ja hallo nach detmold an dieser stelle und was wird als nächstes getestet auf der fibo wir werden alle produkte auf der fibo testen als video warum ist gerade an der tanke der empfang schlecht vielleicht wird er gleich besser sollte die jacke ausziehen du sollst die jacke ausziehen sagen die leute also sollst du nicht vergessen die jacke auszuziehen wenn du wieder einsteigst wegen warm das kann sein nachher wahrscheinlich war von lte bewegung nach stillstand umkalibrieren muss das jetzt schon besser das kann sein schön spannendes thema ja hallo die leute sehen dich ja also doch so ein bisschen ich würde vorschlagen wir gehen gleich mal rein in die raststätte und kaufen mal so drei vier produkte und dann werden die mal hier live getestet oder warten keine ahnung vielleicht für noch etwas geiles macht quatsch er fährt runter zum tanken das schlimme ist dass man ihn in dem spiegel gesehen hat das absolut würdelos war aber nicht im stream der große dosen gerichtet jetzt sehe ich ja auch mal ein chat ist übrigens super angenehm wenn man nicht auf den schild achten muss und jemanden hat der den einfach so vor kuratiert das problem ist nicht dass wir keine handy halterung haben wir haben eine handy halterung sondern mehrere das problem ist dass der transporter und die autobahnen so wackelig sind dass wenn wir das am auto fest machen die ganze zeit so mikro wackeln warum kostet denn diesen liter 2 euro 16 was bei 110 euro 49 liter 2 euro 16 der liter diesel nice grüße gehen raus nach wie gesagt neulich eine autobahn 260 240 bezahlt ja für ultimate autobahntanke halten das ist wirklich so brutal alter aber ich finde seine strategie auch wild umsetzen ums auto rumzulaufen um die nummer zu finden ich habe nur angst mit dieser lederjacke wenn er sich jetzt noch handschuhe anzieht dann geht er da rein und verprügelt irgendjemanden also ich bin ganz ehrlich wenn jemand mit einer lederjacke wie pauls reinkommen würde wegen doppelten preisverlangen die tankpreise auch schnell hochgemacht ja guck mal da kommt einer mit hast du die lederjacke gesehen digga guck mal was ist das was ist das hugo boss ex porsche und geil machen wir mal ein liter 2 euro 16 digga ich finde mal der trägt kurze hosen ist schon so weit ist auch zeit ich habe wirklich überlegt digga ich habe ernsthaft mit dem gedanken gespielt ob ich kurze hosen einpacke ich habe eine eingepackt weil ich ein schlauer mensch bin ich habe eine eingepackt für den sport ja ganz genau ich hoffe das hotel hat ein fitty ehrlich gesagt ja hoffe ich auch aber ist ja nicht so dass wir auf eine fitness und bodybuilding messe gehen wo eine milliarde geräte stehen ich hoffe oh ja fällt mir gerade ein i'm sorry das war eine andere idee die ich hatte für ein video ob wir daraus ein ding machen schaffen wir einen trainingstag auf der fibo und trainingsplan so ein stabilen oberkörper tag a ganz genau so und dann auf verschiedene stände gehen und versuchen die geräte zu benutzen ja aber natürlich schaffen wir den also das ist keine challenge weil dann gehen wir einmal zu dhz drüber und machen halt einen trainingstag flo woher ist dein arm reif mein arm reif mein arm reif ist von einer ganz hatte ich auch mal auf instagram gepostet das ist sogar in meinem aktuellen karussell post drinne der ist von einer ganz fantastischen künstlerin die aktuell in new york lebt und die macht die es ist halt mal kurz das ist fein silber und es wird per hand wirklich geschlagen und dann schickst du und da schickst du einfach wenn du das möchtest kannst du da auch bilder hinschicken selber von zähnen von menschen ich lauf da einfach kurz hin ich lauf da einfach kurz hin so wie ich das gemacht habe oder so wir parken jetzt hier vorne also bis auf die kleinen vampir ich nehm das einfach mit und Flo da wie weit reicht der Empfang? weiß ich nicht mal gucken ist ja bluetooth das reicht nicht soweit mal gucken bis auf die kleinen vampir features die ihr hier in den eckzählen seht sind das einfach die zähne von meiner frau du hast vampir ich wollt grad sagen ne? hast du vampir features dazugefügt? ja hier ok freunde der laden ist danke aus ne wir gehen ja gleich nochmal raus freunde ja genau wir machen jetzt nochmal rast also wir gehen jetzt auch gleich nochmal rein und holen ein paar sachen pinkeln wir bleiben mit der kamera aber draußen was? willst was abgeben? ja geil dummo will pinkeln und wir gehen live mit freunde wackel wackel oh Musik hier 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 oder links oder rechts bleib stehen was hat er denn jetzt schon wieder ich glaub das ist weil ich nicht angeschnallt bin aber ich hab auch nicht verstanden aber die mucke ah danke ein Sicke nein oh Gott alles ist schlimm kannst du die ausmachen? ja ja bitte 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 unterlassen sie das bitte nicht dieses Wort ja jetzt mal ernst ihr sollt machen der darf denn der ist schwarz ausgerechnet radio geht kurz an das sind mit der singen man sa va hier ist überall wir sind alle behindert ne aber links war nicht behindert parkplätze freunde brot salat grill jetzt maximal weil ich weg wegen paul wie das auto ausrastet bing 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 ja schöne biefi rolle jetzt ja auf jeden jetzt stehen wir jetzt stehen wir ja wie das dinge ausrastet auch so unregelmäßig was hat er denn naja wenn ich mich hier so hoch hebe hört er nicht macht das nicht mehr loll wirklich er spürt es ja nur über das gewicht im sitz weil ich so fett bin bing 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 b kann sein dass es windig ist geht wir haben keine puschel drauf ich habe aber die puschel bestellt es gibt noch puschel jetzt habt ihr mich dual guck mal jetzt komme ich jetzt komme ich von beiden seiten freunde das macht zwar gar keinen sinn weil das alles zu einem audio rüber gequält wird und ihr irgendwas randomiges sieht aber ich bin da für euch ich bin da ich erzähle euch jetzt wie schön das hier ist ihr habt gar keine vorstellung davon ich weiß nicht warum ich jetzt in beide reinrede aber ist egal olli baut ja olli baut auch mehr um als ich erwartet habe wie hoch das stimmt nicht hier ist kein wind ich würde im wechsel ich würde kurz mit gehen was holen ein bisschen zu krempeln brauchst du was ja ich muss eh auch noch mal auf toilette also ich komme dann einfach nach wechseln wir gleich alles klar bis gleich ich hab den chat ich bleibe anscheinend hier alleine ja ja so ich habe jetzt auch den chat wie möchtest du mit dem chat reden hallo chat weil ich möchte es auch ins bild musst du nicht ich will dich nicht zwingen hier farby farby trägt übrigens unsere wunderbare 360 kollektion gerade schon hier das t shirt da den zipper du musst dich jetzt umdrehen farby und hier an der seite die sport 360 in der jogginghose ja freunde ja ist auf instagram schon gefragt worden du musst das jetzt nehmen wenn du redest du bist jetzt dabei aber du musst wie gesagt keiner keiner zwingt dich hier du kannst dich auch wie du möchtest nein wenn du da bleiben möchtest bleib da das ist farby farby ist für zum unsere grafiken zum beispiel mit verantwortlich oder hauptverantwortlich muss man sagen die überarbeitet auch gerade das von eben olli angesprochene stream design und so weiter und so fort wann kommt der 360er online mit dem release der sport app also dauert noch ein bisschen passt die 360er hose auch bei kurzen beinen ja ja so ich versuche hier nice top job den du machst siehst du dankeschön habe jetzt für farbe da wo seid ihr aktuell lipper lipperland lipperland nord wer herkommen möchte viel free so dachte kurz farby wer 16 farby hat sich sehr 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 gut gehalten nur mal so ich bin 26 das wurde das letzte mal auch schon gefragt ob ich über 18 bin ja sehr gut gehalten keiner denkt bei mir auch dass ich schon fast 40 bin außer er er denkt das fern treffen an der raststätte wer es schafft innerhalb unserer kurzen 20 30 minuten pause zeit hierher zu kommen der dem gebe ich ein fuffi so let's go ich bin ich bin schwer gespannt ich starte schnell den helikopter paul 16 ja du bist kein tag über 30 jahre jung ja ich glaube auch das war ein fehler ich bin ganz ehrlich ich bin ich bin ich stehe dann dazu wird knapp stehe bei lidl in hamburg an der kasse ok voll aufmerksamkeit auf das klettergerüst stimmt da sind jugendliche ja das ist schön für die die sind noch fit ne ist nicht floh im hintergrund das sind junge leute aber ich würde davon ausgehen so wie die aussehen dass sie auch zur fibro fahren 50 euro oder umgerechnet zwei liter diesel ja ist echt so ich freue mich wirklich wenn hier jemand herkommt ich freue mich wirklich macht ihr während der fahrt eine sprechstunde nein aber wir werden auf jeden fall einer aufnehmen während der reise also wir werden ja bis montag in köln bleiben und von da dann weiterfahren in das komische land namens bayern und dort dann unseren eigenen kickertisch bauen und da dann wieder nach hause fahren ihr kommt doch eher nach köln dann warte ich halt hier ne ne es geht jetzt nur um hier an dem rasthof wer jetzt zum rasthof lipperland nord kommt kriegt von mir 50 euro so primetime am montag wird gefragt wir versuchen primetime am montag aus dem hotelzimmer zu machen vielleicht klappt es aber auch nicht immer dieses bayern bashing ja sorry aber euer könig ist halt auch selten dämlich die hat das mit dem kicker tisch geregelt ja wir haben das mit dem kicker tisch geregelt wir fahren hin bauen unseren eigenen kicker tisch und nehmen den dann mit und haben den für die pub games auch dazu hast du das design gemacht mit chirin zusammen das außen design für den kicker ja welches hotel bezieht ihr das sage ich jetzt einfach so nicht das seht ihr erst erkennt ihr wahrscheinlich dann irgendwie von der insta story oder so und 20 minuten stehen 1000 leute da das wird teuer das stimmt das wären 50.000 euro die habe ich nicht bayern ist ein schönes bundesland das bundesland also an sich geografisch sehr schön geologisch dann auch ich weiß nicht wie man das sagt aber hat eine schöne landschaft hat hier und da auch sehr sehr schöne orte aber ja nur weil unser könig doof ist muss das land ja nicht doof sein nein aber er schafft es viele sachen doof zu machen also wirklich waren die 50 nicht eh für den ersten der kommt so nämlich danke 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 kampfkazi genauso für die erste person die ankommt gibt es 50 ausgaben ist sicher als werbemaßnahme absetzbar ja aber ist immer schwer werbe maßnahmen mit bargeld also so hallo ich habe jemandem als werbemaßnahme 50 euro gegeben schwer absetzbar dann halt eine woche sabbaton nachsetzen um wieder reinzuholen ja das stimmt chat freut sich auch auf das märz best of ja das glaube ich für den zweiten gibt es 100 stimmt der dritte kriegt 200 nein nein euch mal treffen wäre nice aber dafür auf die a2 ich weiß ja nicht ja muss ja nicht wie gesagt ganz entspannt du guckst auch einfach in den chat ja dann spielst du endlich mal wieder kebab simulator ich hoffe nächsten mittwoch das ist der erste plan auf der fibo wir haben direkt ein b2b panel ich glaube 16 16 30 das ist der erste plan danach werden wir wahrscheinlich bei mammut nutrition vorbei gucken und dann mal sehen ich bin noch nicht so sport drin ich hoffe das ändert sich dann jetzt mit der app aber letztes jahr war einfach generell also ich bin viel auf messen unterwegs gewesen was animes angeht war interessant mal was anderes eine andere messe zu sehen wanne nein was für eine app paul wir bringen wir hoffentlich noch erste hälfte dieses jahres eine sport app raus fabi 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 und rocken wieder den df stand er wollte wahrscheinlich ich schreiben ja mike ja mindestens ihr polaris freue ich mich auch schon wieder wirklich sehr darauf das war sehr schön letztes jahr tebalos nee es sind tatsächlich neun aber du bist in den top ten meiner instagram vips instagram vip wird man relativ simpel man schließt ein abo ab für 2,99 kostet glaube ich im monat bezahlplan zur allgemeinen nutzung was ist dein lieblings anime hast du ein naruto naruto falls man sich gehört hat ich muss noch üben mit dem mikro alles gut aber es sieht auch sehr idyllisch hier aus ne ich bin auch sehr zufrieden war ein supermarktsimulator ich glaube ich werde statt kebab simulator supermarktsimulator spielen natürlich will er genau hier rein willst du hier rein dann ich stelle die kamera weg ne okay dann nicht ja ollie hat nämlich einfach gesagt ich stelle das jetzt hier in einer anderen parklücke auf wo ich auch denke so mal fände es cool wenn ihr auf der messe mit sascha huber quatsch kommt darauf an ob wir ihn treffen haben wir nicht also wir haben da jetzt nichts geplant mit anderen creatoren aber verstehe den hype um naruto nicht ist einer der schlechtesten anime den ich je gesehen habe das ist okay wenn das deine meinung ist chill bruder also einer der schlechtesten dann hast du nur drei geguckt in deinem leben oder was ich mag halt das character development total gerne und deshalb hat noch diesen alten witz den haben die neuen nicht mehr also ich kann verstehen wenn jemand sagt ey ist nicht meins aber einen der schlechtesten nein nein wenn du hier rein möchtest kannst du hier rein ich räume das weg ich glaube ich muss wir müssen das einfach mal wir räumen es einfach mal weg weil die leute trauen sich wegen dem stativ nicht dabei okay jetzt sind wir ein bisschen höher freunde aber ist auch cool so jetzt haben wir einfach den gehweg versperrt wir könnten uns auch warte komm wir gehen mal zu unserem auto weil ich habe nämlich voraus gedacht wenn wir jetzt warte ha noch viel smarter jetzt sind wir nicht mehr so windgeschützt aber wir gehen auch nicht mehr der mehrheit der leute auf den sack weil als wir angekommen sind war hier niemand und wir haben es jetzt zu einem place to be gemacht ja das könnt ihr wenn ihr zum beispiel erics hat das steuerlich absetzen das ist eine geschäftsausgabe das ist eine geschäftsausgabe was okay ich habe eine debatte verpasst aber ist egal ja tag drewer hast mich vermisst die letzten beiden primetime shows das tut mir tut mir sehr sehr leid aber da wir jetzt fünf tage unterwegs sind habe ich einfach zeit mit frau und kind verbracht ich hoffe dir geht es trotzdem gut interviewt mal die leute nee ich muss hier jetzt niemanden niemanden zwingen ja die ich würde mal sagen das sind genießer 20 also es wollten drei leute schon in die parke gefahren haben sich immer nicht richtig gefaut aber es ist inzwischen so voll so ich übergebe ja ich übergebe und jetzt gehen wir mal aufs toilette macht mal wir haben wir haben unterhaltung schon gekauft so freunde mikro ist dran sehr schön ich komme mal runter zu euch wir waren gerade drin und haben verschiedenste lustige dinge geholt die wir uns gleich anschauen werden wir werden ok alles klar läuft wir haben wir werden gleich einen kleinen karate bifi rolltest machen wir haben alles geschaut was gab saublöde idee alter ganz ehrlich man und wir haben wird die räudigste wird das räudigste auto der welt werden wir haben ein paar mitspielfiguren geholt die wir dann auspacken werden gleich mal gucken wer wen kriegt das tageslicht tut meinen augen weh ich hab keinen chat leider ne ich hab auch keinen chat achso mach mal auf ja das ist eine gute idee ich dachte gerade paul hat natürlich die ganze zeit durch den carry ohne chat aber das ist ja quatsch der hat ja einfach ein handy der boy so das ist besser sehr schön ich muss das handy auf jeden fall gleich mal anschließen da ist der akku bald auch leer nach schon drei stunden stream brille misst ich meine auch aber machste nix danke domo ich glaub nicht dass das geht aber ich hab Angst dass der nach vorne kippt und dann dein tablet im arsch ist das ist wie der typ aus dem video mein neues tablet oh bitte nicht sehr gut schön ja 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 hängen die v-bänken miteinander tief ran ja das ist der plan vorne ist der wind nervt der wind oder geht das ich stell mich ja so ein bisschen mit dem rücken in den wind ist kein problem ich mach einfach so es sieht doch gar nicht seltsam aus jetzt ist übrigens grad standbild geht jetzt ist grad standbild geht okay ah paul hat gesagt wir können verschenkte subs also vergebene subs steuerlich absetzen sagt paul wild okay na dann wo sind wir gerade gewesen wie heißt das ding hier ah das hat einen lustigen namen ja das war esbar brot salat grill ne äh hier filipino ne wie heißt das ding wie heißt das denn hier flippy flippy blip flippy floppy flippy floppy rasthof hat einen lustigen namen ich hab's mir aber auch nicht gemerkt kann sein dass wegen paul gleich ein fernstrecken auf dem rasthof ein lipperland stimmt lipperland war natürlich ein lipperland ich glaub die leute bitte rast nicht auf der autobahn oder wach zu pratschen ne auf keinem wir sind ja auch also genau und wenn fabi und paul wieder da sind dann hauen wir auch wieder hin also das ist jetzt nicht so dass wir uns stunden zeit nehmen weil wie gesagt wir haben aller spätestens 16 uhr auf der fieber und termin halt also b2b termin wo wir halt auch nicht einfach mal so weg bleiben können witzig da ist ein sticker mit bodybuilding is not a crime ja ist richtig kriegt ihr den auf unser auto warte mal ich werde mal ich nehme euch mal kurz mit ah nee der ist da schon eine weile ich werde das mal hier hinstellen weil dann können die leute der ist schon echt der ist schon immaterial können die leute nämlich im hintergrund lang laufen ohne dass sie gefilmt werden ja smart so wie ollie das gerade demonstriert so wie ollie das gerade demonstriert wie so ein kangaroo aber es gibt ja 50 euro wenn zu euch kommt brave jonge ey aber macht mir bitte keinen quatsch ne also ihr könnt wenn ihr gerade zufällig hier seid yes aber bitte jetzt nicht irgendwie hier hin rasen oder so Flo vom Kiffen am Husten schreibt gerade einer ne ich habe gestern noch aufgenommen ich habe gestern noch zwei songs eingesungen und ich habe richtig meine Stimme gefickt weil ich alles genau das gemacht habe von meinen Vocal Coaches von denen meine Vocal Coaches immer sagen mach das auf gar keinen Fall das fickt deine Stimme hat das Auto kein USB doch ne hat es nicht hat es nicht das ist das Problem Fabian hat das neue Merch gezeigt ihr sponsort mich richtig wir können gerne darüber quatschen ich habe es auch schon an also zumindest die Jacke ist vom neuen Merch boah ist das kalt können wir uns bitte reinsetzen ich möchte nicht mehr draußen sein also meine ich wirklich ernst mir ist wirklich kalt vorne? zweimal USB-C dann kann ich hier reinstecken haben wir ein Kabel? ja da kommen noch gerade die beiden zurück dann ich gebe dir mal den Chat ja mach mal ich geh schon mal in Richtung rein ich nehme euch mal kurz mit Freunde ich muss auch das Stativuhr äh wieder kleiner machen Sekunde Paul red mal mit den Leuten während ich das Stativ kleiner mache also als erstes muss ich darüber reden dass meine beiden Atzen bei vollen Wolken ohne Sonne hier mit Sonnenbrille rumstellen wie die letzten Vollidioten aber ansonsten Chat ich hoffe euch geht es gut da draußen äh ich kann euch jetzt nicht lesen aber ich glaube Flo redet euch auch die ganze Zeit rein was natürlich mega geil ist und dementsprechend läuft es hier dann nehme ich sie gleich drin wieder ab ja so sweet usbc auf usbc hatte ich Oli gegeben äh warte warte ich hab doch für mein Ladekabel hab ich doch was bei er macht das mal dran ja aber das äh weiß ich nicht keine Ahnung also ich hab das und da würde ich jetzt meins kurz mal ranhängen aber wir haben zwei usbc sagt er oder? ja sweet okay dann erstmal gebe ich euch mal ganz kurz die Tasche nach hinten so Dankeschön wo hast du die usbc gesehen? Paul deine Jacke ist hot sagen die Leute ja da hinterm hinterm ipad sie ist da drin ja ey domo kannst du aus meinem Rucksack eine der beiden Induzium Powerbanks holen das hier ist usb das andere ist mirroring das ist beides usbc aber das eine macht halt carplay ja ich hab dir das carplay gelassen ja gut bringt mir nix aber wir brauchen ein längeres Kabel aber nicht das carplay lädt auf aber hier probier mal dat ja ist die magnetisch oder du kannst ja das ist ja sowas das ist ja sowas cooles apple ligget ja aber du kannst auch ein Kabel anschließen dann also du könntest auch das kurze Kabel nehmen aber mein Klapphandy hat dat nicht aber dat mit dem Kabel ist ne gute ja du kannst Kabel auf Kabel machen ja dankeschön so gerne danke 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 ja so Olli nimmt hier mal hin hallo hallo hier gib dich kurz ab abgegeben was geht ab Freunde ich hab auch ne windschnellige Frisur heute ne ja ich hab das bei mir auch schon festgestellt das ist ja lustig oh Digga was geht denn jetzt Jacke nicht vergessen ja gut hat Paul gemacht äh können wir vielleicht sogar warte mal warte mal äh warte was überlegen das muss ich erstmal wieder aufbauen warte warte ja aber dann kommst du dann kommst du nicht mehr in den Winkel da hinten rein ja jetzt ist richtig unbequem jetzt ist richtig unbequem jetzt ist richtig unbequem ja dann musst du den Winkel ja Paul winkelt mal kurz ich muss wieder zusammenbauen hier ja ja okay ich nehm bin wieder da so okay Getränk aus dem Fußraum geholt ja so eben war besser so das Ding ist wir müssen das hier rankriegen ja das ist ja das ist kein Problem auf der Seite soll ich mal reinstecken steck mal rein ah ja ich hoffe ich hoffe auch so wir sind live wir sind richtig rum wenn wir Pech haben wenn wir Pech haben sind wir richtig rum ne sind wir nicht sehr gut okay Achtung das ist aber dann noch ein Bug in der App oder? kann das sein? kann sein ja die ist ja auch neu so warte einmal da rein so vorne jetzt haben wir es geschafft oh 3-Bag sonst läuft die ja extrem gut stabil ja vor allen Dingen können wir halt hier mal festlegen best halten äh wie viel ähm du hast das verdient? das hat Flo ne ich hab's dir gegeben Olli was aber ich hab die gerade auch in die Hand gedrückt ne das zweite Mikro hattest du gerade noch aber ich hab ich hab eines was ich hatte das hast du mir gegeben und du müsstest das von ne ich hab das Olli gegeben als ich mich angeschnallt hab wir suchen das zweite Mikro warte wir könnten suchen indem wir laute Geräusche machen das Muten die Leute sagen ob wir näher dran sind ja wo soll ich das haben? ich hätte es in der Hand gehalten also ich weiß als du mir das gegeben hattest hattest du deins noch in der Hand ne ich hätte meins aber Olli gegeben hundertprozentig also ein tausend prozent bevor ich mich angeschnallt hab ich stecke drauf und ich gucke ob es bei mir auf dem Platz ist ne ne guck mal da vorne rein in das Loch ne ich mein da hinter dem hinter dem Chat hallo ist hier ein Mikrofon? hallo? hallo? hier ist nix hä? hier hätte ich sein äh guck nochmal in deinen Taschen trotzdem das ist nix hier ist nix das wird nicht ich hab mal guck ok das wird bei mir sie kommen nach alter hier ist nix 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 oh nein es liegt zwischen uns aha wir haben es gefunden Freunde es war in der Sofa Ritz ich wusste ich hatte es weg gegeben ja es ist richtig es klingt nach Fuß Raum ne es war zwischen Ollis und meiner Arschbacke ist ungefähr das gleiche mit einer tonfigur ist das war mein anschnaller jetzt kann auseinander gefallen beim anschnallen ich schwöre das war mein anschnaller wir reden nicht darüber macht das mal wieder ran ist wieder ab keine ahnung was das ist aber keine sorge vollkasko ohne selbstbeteiligung okay da sind wir wieder zurück war ein bisschen kompliziert und wir machen jetzt folgendes nein bitte bitte psychotest habt ihr im psychotest also eine bravo wir haben für jeden einen davon was ist das mystery figuren pack aber wir machen jetzt opening und musste verteilen jeder macht denn auf mystery minis wir machen jetzt alle einmal auf hier so mystery minis gibt es jetzt freunde es gab keine zeitschriften in dem laden übrigens aber sonst war die auswahl nicht so geil muss ich sagen also wir haben nicht so den knallern wir sind auf toilette gegangen fabi und ich und als wir zurückgekommen sind war die schlange um eine person weiter nach vorne also es ist nichts passiert in der zeit ja heißer tipp so einfach mit knien lenken dann kannst du selber auspacken sehr witzig ach so du hast schon hier nicht auspacken freunde da hinten wurde gequetscht schön wieder zurück in die box so wer fängt an die dahinten fangen an hier fangen an ok dann hier ist das ja noch mal so eingepackten so plastik ich wette ich wette ich wette ich wette domo hat mini oder sie heißt der grubel ich wette 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 Fabi was hast du ich präsentiere floh habe ich wette ich präsentiere mein zuerst ich habe den jackpot ich habe den boppel fett ich habe das druck und bobo ich habe gas spring oder ja jetzt sagt man ein ich habe gas spring oder kein schwert man könnte man könnte an der fehler ziehen und seinen kopf aber ich habe den auch hier okay die packen jetzt alle vornerein das ist grieft kager sagen die leute lando carissa ja okay ich habe doch alles ich habe gefragt ob das land ist ich glaube es land ist also nicht bläht ich muss mal ganz kurz müll nach hinten werfen ja ich habe hunger du be injections tun mir leidigen so freunde wir testen jetzt halt mal aber wir legen noch sie mit. So, zeig mal was wir haben Paul. Also wir haben erstmal die Veggie Variante von Beefy Karazza XXL. Wir haben natürlich die normale Variante von Beefy Karazza XXL. Wir haben die Veggie Variante von Beefy Roll. Wir haben die normale Variante von Beefy Roll und wir haben die Müllensnack Variante, die aussieht wie eine Beefy Roll. So ist es. Ich habe gedacht wir machen einen kleinen Beefy Roll, kleinen Karazza Test. Also die Originale gegen die Veggie Varianten. Was besser. Ich würde sagen, wir fangen mal mit den Originalen an. Und brechen die durch oder was? Ja. Was bei der Wurst nicht durchzubrechen. Aber der Wurst wird einfacher als bei dem Karazza. Nee, Karazza ist einfacher. Ich glaube die Wurst ist nicht gut durchzubrechen. Ja, aber der Karazza lässt sich nur durch zwei teilen. Hey, Chad, ist sich übrigens einig, dass die vom Mühlenhof echt schlimm sein soll? Oh, okay. Das war viel einfacher als ich dachte. Einmal für Flo. Flo wie Mittelstück. Ich nehme ein Stück. Nee. Doch. Nein. Doch. Nicht. Es gibt nicht mehr Wurst. Mehr Wurst, naja. Das ist mein Game. Gott, das Auto stinkt jetzt nach Beefy. Ja. So, das ist jetzt Original Karazza. Let's go. Beefy Roll. Beefy Roll. Ja, meine ich auch. Piece of Cake schreibt, Beefy Roll ist erst reif, wenn die Wurst grün ist. Beefy Roll ist ein bisschen wie Magerquark. Wird immer mehr im Maul, wenn man kaut. Das einzig Gute an Beefy Roll ist, dass das Brot das Fett aufnimmt und man das nicht als Fettfilm unter der Zunge hat. Ja. Sonst schmeckt das ein ganz klein bisschen wie eine ungarische Salami. Ja, ja. Und süßes, beschissen gewürztes Brot. Ich finde das gar nicht so beschissen gewürzt. Das ist ein bisschen lapschig, aber an Sie gesagt, als Burger-Bun würde ich es feiern. Aber? Ich brauche halt eine Soße. Macht aber auch trotzdem Spaß. Na, man kennt den Geschmack halt. Wir gehen jetzt direkt in die Veggie rein. Oh Gott, ich habe Angst. Guck mal, wie die Wurst schon aussieht. Da will ich kein Mittelstück. Doch, Flo. Jetzt sagst du, doomed for life. Ich will kein Mittelstück davon. Honeycake sagt immer, die Beefy Roll ist die Hölle auf Erden in Veggie. Die sieht richtig schlimm aus. Hör, die riecht, hör. Die riecht wie kalte Pizza und Schwanz. Die ist schon auf Paprika gemacht, ne? In der Ahnung, ihr seht, optisch ist sie widerlich. Die haben so dicke Stücken reingemacht, damit es so wie Knorpel drin ist, ne? Was ist da? Warum? Na, da stelle ich mir ein bisschen vor, so schmeckt, so schmeckt, wenn man so Nagetierfutter hat, hat so Trockenfutter ist, wo Alleinfutter draufsteht. Schmeckt wachsig. Auf der Mühlensnack steht übrigens Proseinquelle ungekühlt haltbar. Ja, immer gut. Kriegst du das noch ein bisschen nach hinten? Okay, ey, aber ganz ehrlich, Mann. Die Veggie Beefy. Okay, danke. Sorry, aber die Veggie Beefy ist wirklich räudig. Oh, die Mühle. Auch kein Fan, die hat so Paprika drin, aber das schmeckt einfach nur insgesamt nach Brot. Oh, die hat aber noch mal einen ganz anderen Touch hier, die Mühle. Aber die ist auch so rot. Ja, ja. Ih, was ist denn das in der Mitte? Ih, guck mal, was ist das? Was ist das für... Ih, guck mal bitte, was ist das? Seht ihr das? Aber ist nur bei dir, Oli. Da ist irgendwas in der Mitte drin, seht ihr das? Das ist nur bei dir. Als wenn die Perle noch da drin ist. Brother, öh. Wie groß ist das? Brother, öh. Willst du mal dran ziehen? Nein. Paul, guck mal hier. Wenn ich das so hochklappe, da ist so ein Zimmer dran. Vielleicht ist es ein Schnaller. Nee, genießt auch einfach. Zieh mal ein Schnaller. Achso, okay, war einfach irgendwas. Danke. Das Brot festigt weicher an. Ja. Das entzieht mir Wasser. Die ist noch viel stark. Die ist noch viel schlimmer. Ey, sorry, Leute. Aber das ist nicht essbar. Wie kann so was auf den Marken kommen? Also, sorry, Alter. Ich hab da... Oh, das war ein Kampf, das runterzuschlucken. Die machen ja ein paar stabile Veggie-Produkte bei der Mühle. Aber das Ding, Alter, das kannst du nicht auf den Markt bringen. Das ist ja ekelhaft. Wie die vegetarischen oder veganen Chicken Nuggets. Die sind mega lecker. Oh, nee, ist nicht schön. Ach, mach mal durch die Nase aus. Oh, nee. Geschmacklich, Konsistenz, alles Kacke. Ich möchte bei Karazza mit dem vegetarischen anfangen. Damit wir uns am Ende gesteigert haben. Flo stirbt neben mir. Das ist wirklich, das war wirklich nicht lecker. Ich muss hier schüffeln gerade. Okay, okay. Das wird jetzt schwer zu teilen, Paul. Na, das machen Teilungsprozesse. Paul teilt das Brot. Es ist halt schwer, diese Salamische-Scheibe da in der Mitte zu zerreißen. Hier. Merci. Egal. Was ist denn der vegetarische? Das ist Karazza-Veggie. Dann gibt mir das zerfetzt da, ich nehm das. Das ist auch einfach mein... Oder mit zum Mittelstück. Nee, es ist mir vollkommen egal. Oh Gott. Das Kabel hält. Das Kabel hält. Mein halber Karazza ist in die Tüte. Naja, ich hab noch genug hier. Das Witzige ist, das kann gar nicht scheiße sein, weil es schmeckt nur noch Tomatenmark mit ein bisschen Oregano. Ja. Nur das. Und da würde ich jetzt überraschend sagen, dass ich keinen bedeutsamen Unterschied zum Original schmecke, was ich so in Erinnerung habe. Aber nicht. Nee. Finden wir das heraus. Aber wie du sagst, wie Oli sagt, ist halt in erster Linie Brot und Tomatenmark und Gewürze. Und seine Scheibe wachst für die Konsistenz. Ja, okay. Paul hat so Schwierigkeiten, das auseinander zu kriegen. Ja, stark. Nee, die Wurst geht nicht. Also das ist ein Unterschied. Dann kriegst du mehr Wurst, Paul. Ich nehm ohne Wurst. Okay. Ja, ich nehm ohne Wurst, Freunde. Hier, Flo. Abon Appetit. Komisch. Ich schmecke vegetarisch als die andere. Da wäre mir egal, welchen du mir gibst. Fand ich den vegetarischen voll okay. Absolute in Ordnung. Ja. Ich kann euch sagen, ohne Salami ist nicht geil. Ohne Salami fehlt was. Was so von der Konsistenz. Nur Konsistenz, ja. Ich würde sogar sagen, ich fand den geschmacklich, den vegetarischen sogar besser. Fast, ne? Also der war einfach frischer. Der schmeckte nicht so toll. Ja. Also, unterm Strich, unser Auto riecht jetzt nicht mehr gut. Ja. Und, wenn ihr euch entscheiden müsstet, ihr müsstet, von den Dingern was kaufen, was würdet ihr euch holen? Den vegetarischen Karatzei. Das helfe ich auch. Vegetarische Karatzei. Ja. Oh, ihr Kopfschmerzen jetzt. Stativ wackelt irgendwie so ein bisschen. Ja, ich habe meine Beine nicht mehr drum geklemmt, wie beim letzten Mal. Vollkasko übernimmt die Reinigung. Ne, aber Endreinigung ist mit drin. Wie viel Roll mal in Copy & Taste machen? Aber, aber das ist ja kein, also, machst du Brot um eine Wurst? Das muss ich ja, naja, wir könnten eine Wurst selber machen und Luft trocknen. Hört mir ja schon krass. Und dann Brot selber backen und damit umschließen. Ich glaube, da wäre ein Karatzer spannender. Ja. Ein Karatzer selber machen könnte gehen. Ob man den dann wirklich halt so als Snack hinkriegt, dass der kalt genießbar ist. Und? Das ist ganz spannend. Karatzer selber machen, finde ich tatsächlich eine ganz spannende Idee. Und muss natürlich auch ungekühlt haltbar sein. Ja, klar. Ja, klar. Dry-Aged Beefy Roll. Öh, öh. Come on. So eine selbstgemachte Beef Jerky Beefy Roll. Chip mal drauf. Oh, alle sind am Aufstoßen jetzt, ne? Ja, ist nicht angenehm. Es tut mir total leid für unsere Mitfahrenden. Keinen Punkt, wir haben immer noch was. Was snackt ihr denn über Salzstangen, ne? Kuga Collaboration, let's go. Ja, ich sehe das Video schon vor meinen Augen. I dry-aged a steak in two kilos of Karatzer. Es gibt ja auch eine Beefy Currywurst oder Karatzer Currywurst. Ach, es gibt auch noch Ranger. Ja, aber das sehe ich. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Da kriegst du ja eine Tanke. Gibt Ranger noch. Also, wahrscheinlich nicht an jeder, aber ich könnte jetzt mit dir zu einer Esso fahren, bei der ich weiß, dass es da liegt. Aber ist halt auch lange haltbar, ne? Das ist leider das Problem. Dark Drever hat nochmal einen anderen Turn genommen. Ich kann schlachten, biete ein eigenes Copy- und Test-Schwein. Oh, nee. Danke. Danke. Aber Wagyu-Karatzer fühle ich. Also, ich sag mal, wenn es eh geschlachtet wird, warte mal ganz kurz, da muss ich ganz kurz zurückbrudern, ich meine, wenn es sowieso geschlachtet wird. Es schlägt so, als würde es für uns geschlachtet werden. Naja, also, nee, nur für uns finde ich blöd, aber wenn es sowieso geschlachtet wird, dann würde ich schon wieder Interesse anmelden. Tomo, du wolltest es sagen? Aua. Normale Spinne, ganz entspannt. Tomo hat eine Spinne entsorgt. Entsorgt? Ähm, was ich sagen würde, wenn man rückwarten, wenn man gucken hätte Burger King, dann geht durch. Das finde ich eigentlich auch geil. Einmal alles kaufen, was bei Burger King gibt. Irgendwie finde ich es nicht geil. Ich würde bei McDonalds wäre ich drin. Ja? Dann McDonalds wäre ich raus. Einmal alles, was auf der Karte ist. Ja, mal gucken. Wenn wir das zu fünft schaffen. Stimmt. Oh, stimmt. Ja, nein, dann ist er in fünf Tagen. Deswegen sage ich auch nur den Weg. Ja. Ich, äh, klemm dir mal kurz das Mikro ran. Ich mag es nicht, dass man bei Beefy immer ewig den Geschmack im Mond hat. Ja, verstehe ich. Ich versuche mal, was zu tun, Paul. Ich wundere mich, ich gehe mal, I'm going down on Paul. Ja. Go, go, go. Ähm, ähm, ne, wir fahren zu keinem Rastplatz mehr. Glubschi, danke schön für 26 Monate. Wer, Lutschi? Glubschi. Ja, so, danke. Ganz kurz, Oli, deine Griffe. Danke. Perfekt. Ich habe nur einen Stimpf Spiegel gesehen, deswegen muss ich mal kurz. Ich habe es unten ein bisschen länger gemacht, da jetzt. Ja, du hast es unten ein bisschen länger gemacht. Das ist schon richtig. Sorry. Ach so, weil ich jetzt so oft Beefy gesehen habe und zweimal da bei Bibi gelesen habe, wie steht ihr denn zu Bibi's neuem Lebens? Ich habe keine Ahnung davon. Ich habe schon gesagt, ich finde, alles gut und schön und alles cool und yo, let's go, Girl, aber wenn der erste Heilstein gedroppt wird, dann bin ich da. Macht die jetzt sowas? Nee, die macht jetzt so einen Live-Coach-gedöns halt. Bibi wird einfach der neue Karl S. Alpha-Weibchen. Stress aus. Ach so. Bibi's nächster Post wird auch, 90% von euch sind einfach faule Ratten. Oh Gott, das war eine sehr akkurate... Das war ein Zitat von Karl S. Ja, ich fand, ich habe ihn auch gehört ein bisschen. Ja, Hauptsache, alles so geht's gut, so sieht's aus. Und ich habe jetzt gelesen, endlich folgt Bibi auch Julienko wieder auf Instagram. Ist das so? Ja. Crazy. Oh mein Gott, er will ein Bettrennen. Er will ein Bettrennen. Oh Gott, er kriegt uns. Ich glaube, der Job davor wird gebrannt. Nein, ja, der Tesla ist auf unserer Seite. Yes, schrück ihn weg. Da wollte uns jemanden rechts überholen, hat nicht geklappt. Bibi Pumper Karl, den konnte ich noch nie ernst nehmen. Ja, verstehe. Wer? Ach so, der Karl S. Ja, Karl S ist auch wirklich ein komischer Vogel. Aber bei Karl S ist einer eines dieser Mysterien, wo ich immer nicht weiß, ob der wirklich erfolgreich ist in seiner Sparte oder nicht. Ich glaube, ganz ehrlich, der hat genug Leute, die ihm zu viel glauben, aber nicht so viele, wie er behauptet. Verstehe. Paul, deine bisherige Meinung zur neuen Germany's Next Topmodel-Staffel? Huckt, hat mich erstaunlich gehuckt mit den Männern. Ich bin da dran noch. Und ich finde es super spannend und was ich auch wieder bezeichnend und gut, in Anführungsstrichen, gut finde, ist, dass Heidi halt gezeigt hat, das hat nichts mit Frauen zu tun. Sie ist halt generell einfach super oberflächlich. True. Streamt ihr auch live von der FIBO vielleicht. Aber wir konzentrieren uns da primär aufs Filmen. Also wenn, dann ist das Bonus. Also fürs Auto ist der Ton richtig top, lieber den Stream. Ja. Danke, ZZ. Dank unserer Schuh-Move-Mics ist das alles kein Problem. Nein, das ist ja richtig. Ja, aber es ist ja geschickt und wir waren halt sehr glücklich darüber. Ey, es ist nicht genug, die schicken uns so viel geile Technik zu. Es war... Schuh-Mics? Nein, nein, Move-Mics von Schure. Schure, sagt der Deutsche. S-A-R-E. Ja, ich habe auch lange keinen Germany's Next Topmodel mehr geguckt. Ich hatte immer versucht, noch wieder reinzugucken und immer in der ersten Folge wieder abgebrochen. Aber die neue Staffel jetzt mit Männern und Frauen hat mich direkt... Finde ich ehrlich. Bitte vorsichtig, wenn du den vor uns überholst. Der hat nämlich ein Gewehr. Ja. Gewehr? Ja, aber alle Angaben ohne Gewehr, muss man auch dazu sagen. Was meinst du, für welche Gewerkschaft arbeitet der? Weiß ich nicht, aber ich glaube, die kümmern sich um irgendwas mit Gewehr, Schäden. Näh. Ja, doch, 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 doch. Ist egal, auf jeden Fall sind Sie das Gewehr betreiben, ne? Stark, stark, stark. Die Ihre Gewerbesteuer bezahlt haben? Es gibt gar keinen Sinn, weil niemand das im Chat lesen kann, weil das auf dem Auto... Der Formsverlaster, der hat hinten ganz fett... Oh mein Gott. ...G-E-W-E-A zu stehen. G-W-E-A. Soll ich mal kurz hier... Aber die Blink-I-Blink machen, oder? Weißt du, was die machen? Die machen nur Hallenheizung. Eine Firma, die spezialisiert darauf ist, für Hallenheizung zu machen. In Halle Heizungen? Ja. Ja, die machen nur in Halle Heizung. Ich bin froh, dass bei dem nicht eine österreichische Flagge statt der Schweizer drauf ist. Du meinst bei Siegmann? Nein. Oh, Wallfahrtsort Stromberg sind wir gerade. Ui. Da wirst du einfach von so einem ganz schlecht genervten, ungebildeten Chef angeschrien. Wann sind wir da? Wie lange dauert es noch? Äh, Stunde 45. Stunde 48. Und gelb. Ja, aber du fährst schnell, deswegen Stunde 45. Er hat schon die Add-on-Zeit mit reingerechnet. Was haltet ihr davon für seine Runde? Ich packe meinen Kofferspielen. Nein. Können wir machen. Ich bin drin. Ich bin richtig schlecht in dem Spiel. Ich bin richtig schlecht in dem Spiel. Machen wir jetzt zu fünft oder zu dritt? Ne, alle. Okay. Vorbei, wir müssen an die Mikros rumgeben. Also immer der, der da dran ist, kriegt Mikro. Okay? Okay, wer fängt an mit? Ich packe meinen Koffer. Du. Flo fängt an. Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Zahnbürste. Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Zahnbürste. Und... Schon draußen. Wie? Achso, ich glaube nicht so lange überlegen, oder was? Nee, Quatsch. Achso. Achso. Und wie fällt nichts ein? Und eine Reise-Etui für meine Zahnbürste. Muss das genau so formuliert sein, oder reicht ein Reise-Etui? Für die Zahnbürste. Okay. Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Zahnbürste, ein Reise-Etui für meine Zahnbürste und ein Strauß Tulpen. Oh, Tulpen ist hart. Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Zahnbürste, ein Reise-Etui für die Zahnbürste, ein Strauß Tulpen und ein Nackenkissen mit. Nackenkissen. Okay. Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Zahnbürste, ein Reise-Etui für meine Zahnbürste, ein Strauß Tulpen, ein Nackenkissen und ein Buch. Ein Buch? Ein Buch. Welches? Nee, ein Buch. Nee, mach auf jetzt. Okay, Flo. Ihr habt vergessen, dass wir da mit Olli spielen, Alter. Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Zahnbürste, ein Reise-Etui für meine Zahnbürste, ein Strauß Tulpen, ein Nackenkissen, ein Buch und eine Rolle NATO-Draht. Oh, sehr gut. Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Zahnbürste, ein Etui für die Zahnbürste, ein Strauß Koffer, ein Reise-Etui für die Zahnbürste, okay, Entschuldigung. Einmal angezählt, ein Blumenstrauß Tulpen, ein Nackenkissen, ein Buch und eine Beefy-Roll. Aber du hast die Rolle NATO-Straht vergessen. Die Rolle NATO-Draht, ich bin ein, ich bin raus. Ich habe dich schon wieder vergessen. Ihr habt mich so rausgebracht mit dem Reise-Etui, ihr Schweine. Jetzt bin ich als Erste rausgebracht. Okay. Okay, ich packe, nehme ich die Beefy-Roll jetzt trotzdem mit oder ist das komplett raus? Das ist wichtig für mich. Jetzt ist das raus. Na, dann ist es raus jetzt. Okay. Ist es raus. Okay, also ich packe meinen Koffer, nehme mit eine Zahnbürste, ein Reise-Etui für die Zahnbürste, ein Strauß Tulpen, ein Nackenkissen, ein Buch, eine Rolle NATO-Draht und eine Vase für meine Tulpen. Aber da reicht die Vase. Wie ist das, dass ich mich wieder kenne? Ich packe meinen Koffer mit einer Zahnbürste, einem Reise-Etui für die Zahnbürste, ein Strauß Tulpen, ein Nackenkissen, ein Buch, ein NATO-Draht, eine Vase. Eine Rolle NATO-Draht, du bist auch angezählt. Eine Rolle NATO-Draht, eine Vase, und ein Schlauchboot. Oh. Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Zahnbürste, ein Reise-Etui für meine Zahnbürste, ein Strauß Tulpen, ein Nackenkissen, ein Buch, eine Rolle NATO-Draht, eine Vase, ein Schlauchboot, und eine Dose Cola. Ah. Eine Dose Cola. Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Zahnbürste, ein Reise-Etui für meine Zahnbürste, ein Strauß Tulpen, ein Nackenkissen, ein Buch, eine Rolle NATO-Draht, eine Vase, in Klammern für die Tulpen ist recht, die Vase, ein Schlauchboot und eine Dose Cola. Und? Stark. Oh. Und einen Klappspaten. Und jetzt endlich die Zahnpasta. Ich packe meinen Koffer mit einer Zahnbürste, einem Reise-Etui für die Zahnbürste, einen Strauß Tulpen, ähm, was hatte ich nochmal? Ähm, ein Nackenkissen, ein Buch, eine Rolle NATO-Draht, eine Vase, ein Schlauchboot, eine Dose Cola, ein Spaten, ein, eine Zahnpasta. Ein Klappspaten, mein Freund. Zwei, 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 du hast nur Spaten gesagt. Zwei X'e beim nächsten Mal, ist raus. Ähm, noch was schweres? Besuch. Ähm. Was machen wir nochmal schnell, was ich wollte machen? Esel. Eine Hantel. Gibt's ein Bundesgesetzbuch nach deutschem Reise? Es gibt Bundesgesetzbuch. Solidar Gaming sagt das richtig. Zusammengefasst haben wir vier, die Urlaub machen und einen, der seine Stellung befestigt. Ja, Bundesgesetzbuch nach deutschem Gesetz. Und Bundesgesetzbuch? Okay. Okay, also ich packe meinen Koffer und packe ein, eine Zahnbürste, ein Edwin für meine Zahnbürste, ein Strauß-Tulpen, ein Nackenkörnchen, ein Buch, eine Rolle NATO-Draht, eine Vase für die Tulpen, ein Schlauchboot, eine Dose Cola, ein Klappspaten, ein Klappspaten, die Zahnpasta, das Bundesgesetzbuch für deutsches Gesetz und ein Krogu. Was? Ein Krogu. Ein Krogu. Krogu? Boah, den kann ich, da bin ich raus. Krogu kann ich nicht. Scheiße. Ähm, ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Zahnbürste, ein Reise-Etui für meine Zahnbürste, einen Strauß-Tulpen, ein Nackenkissen, ein Buch, eine Rolle NATO-Draht, eine Vase für meine Tulpen, ein Schlauchboot. Die Cola fehlt, oder? Nein, ein Schlauchboot, eine Dose Cola, ein Klappspaten, die Zahnpasta, das Bundesgesetzbuch für deutsches Gesetz, ein Krogu und den Max Brooks Zombie-Survival-Guide. Max Brooks Zombie-Survival. Okay, ich packe meinen Koffer, nehme mit einer Zahnbürste, ein Reise-Etui für meine Zahnbürste, ein Strauß-Tulpen, ein Nackenkissen, ein Buch, ein NATO-Draht, eine Vase, ein Schlauchboot, eine Dose Cola, äh, dann ein Klappspaten, dann die Zahnpasta, dann ein Bundesgesetzbuch für deutsches Gesetz, dann ein Grogu und den Max Brooks Zombie-Survival-Guide und eine Parkscheibe. Immer gut. Ja. Ich packe meinen Koffer mit, äh, ich hab das erste vergessen. Einer, was ist die Zahnbürste? Eine Zahnbürste, ähm, ein Etui für die Zahnbürste. Okay, du hast es, sorry, Reise-Etui wäre es gewesen, du wirst jetzt dreimal gezählt worden. Hallo. Äh, ich packe meinen Koffer und nehme mit, eine Zahnbürste, ein Reise-Etui für meine Zahnbürste, ein Strauß-Tulpen, ein Schlauchboot, ein Buch, eine Rolle NATO-Draht. Stimmt. Shit. Oh, jetzt haben wir, jetzt haben wir, jetzt haben wir... Bin ich eigentlich der Einzige, der immer NATO-Draht versteht? Ja, bist du. Habe ich nur NATO-Draht gesagt und nicht Rolle? Okay, dann bin ich auch angezählt. Ach du Scheiße. Also, ich packe meinen Koffer und nehme mit, eine Zahnbürste, ein Reise-Etui für meine Zahnbürste, einen Strauß-Tulpen, ein Nackenkissen, ein Buch, eine Rolle NATO-Draht, eine Vase für meine Tulpen, ein Schlauchboot, eine Dose Cola, einen Klappspaten, die Zahnpasta endlich, ähm, ein Bundesgesetzbuch für deutsches Gesetz, ein Grogu, ein Max Brooks Zombie Survival Guide, eine Parkscheibe und einen Laserpointer. Okay, ich packe meinen Koffer und nehme mit einer Zahnbürste ein Reise-Etui für meine Zahnbürste, ein Strauch, Tulpen, ein Nackenkissen, ein Buch, eine Rolle NATO-Draht, eine Vase, ein Schlauchboot, eine Cola, eine Dose Cola, eine Dose Cola, zweites Mal angezählt, ein Klappspaten, die Zahnpasta, dann das Bundesgesetzbuch für deutsches Gesetz, ein Grogu, Max Brooks Zombie Survival Guide, eine Parkscheibe, einen Laserpointer und ein Mountainbike. Schau mal, der hat sogar ein Kennzeichen mit Bike. Der hat sogar ein Mountainbike, alter, krass, was ein geiler Typ. Ich packe meinen Koffer mit einer Zahnbürste, ein Reise-Etui für meine Zahnbürste, ein Strauß Tulpen, ein Nackenkissen, ein Buch, eine Rolle NATO-Draht, eine Vase für meine Tulpen, ein Schlauchboot, eine Dose Cola, ein Klappspaten, die Zahnpasta endlich, das Bundesgesetzbuch für deutsches Gesetz, ein Grogu, Max Brooks Zombie Survival Guide, eine Parkscheibe, ein Laserpointer, ein Mountainbike und einen Maulschlüssel. Ich packe meinen Koffer und nehme mit eine Zahnpasta, ein Reise-Etui für meine Zahnpasta, ein Strauß Tulpen, ein Nackenkissen, ein Buch, eine Rolle NATO-Draht, lass mich nicht lügen, die Vase, ein Schlauchboot, ein Riesenkäfer, eine Dose Cola, ein Klappspaten, jetzt weiß ich gerade in der Reihenfolge, nach Flo bin ich dran, die Zahnpasta, dann kommt das Bundesgesetzbuch, für deutsches Gesetz, ein Grogu, Max Brooks Zombie Survival Guide, eine Parkscheibe, ein Laserpointer, ein Mountainbike und ähm... Ich hab vergessen, was du als letztes gesagt hast. Bitte, 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 Moment, gib mir ne Sekunde, was hast du als letztes gesagt, hat was nicht zuletzt mit Werkzeug zu tun, ach ja, danke, ne Maulschlüssel, ja, fuck, danke, ich wagge meinen Koffer, ich nehme mit eine Zahnbürste, ein Reiseetui für meine Zahnbürste, ein Strauß Tulpen, ein Gartenkissen, ein Gartenkissen, oh nein, aber, fuck, aber ist gut, äh, nein, es ist einfach, es ist, es ist relativ entspannt, es sind einfach, äh, Rasensamen, ja, stark, als Maul, Olli, ich wagge meinen Koffer, ich nehme mit eine Zahnbürste, ein Reiseetui für meine Zahnbürste, ein Strauß Tulpen, ein Nackenkissen, ein Buch, eine Rolle NATO-Draht, warte, 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 was willst du denn immer mit Walle? Weil der Chat sagt, Paul ist raus, Paul hat nicht die Zahnbürste, aber alle schreiben das, ja, geil, die oft sollten jetzt noch anfangen, bis ich raus bin, ja, aber das müssen wir ja erst mal klären, das ist das dritte Mal, dass du mich unterbrichst, tatsächlich, möh, im ersten Mal schon mit, oh, der hat die Dose gefehlt, nee, ich hab ja gesagt, die Dose gefehlt, die Reitfolge zwischen Schlauch und Dose war falsch, wenn der Chat sagt, aber alle sagen, Paul hat Zahnbürste, Ich habe als allererstes Zahnpasta gesagt, statt Zahnbürste. So sieht es aus. Das sagen alle. Das HB habe ich auch nicht vergessen. Man müsste sich eine Wiederholung angucken. Ich habe keine Ahnung. Ich schaue mir diese Wiederholung an. Freunde, nach 4 Minuten 41. Ne, 40 Minuten 44. Alle sagen das. Ja, ist mir egal. Ist mir egal. Ich möchte es hören. Aber gut. Ich habe gesagt, Reisezwiebel für Zahnpasta. Ach so, das kann sein. Da streite ich mich dann nicht mehr. Ne, Flo hat gewonnen. Außerdem ist dann viel lustiger, wenn die anderen entweder wieder mitspielen können oder wir wird andere spielen. Okay, ich sehe was, was du nicht siehst und das ist orange. Ja, das ist der Truck da. Das ist korrekt. Das wird sie aus dem Gegenverkehr, was zu nehmen. Das ist dann einfach weg. Keine Ahnung, was sind denn gute Autospiele? Beleidigungen aus Nummernschilder-Buchstaben. Oh ja, Beleidigungen aus Nummernschildern ist tatsächlich sehr, sehr gut. Wir warten mal, bis wir das nächste sehen können. Mal gucken, wann ihr das nächste lesen könnt. Mal einen kleinen Augentest machen. Das ist GT, Gütersloh, glaube ich. GTMF 7.1. Machen wir deutsche Beleidigungen oder Englisch? Get the fuck out, motherfucker. Ja, wo ist denn dann O? Ja, habe ich dazu gedichtet? Nee, geht nist. GTMF. Gottloser Trottel-Mutterficker. Ja, schon nicht schlecht. Get mother fucked. Wo ist denn T? Bei GT. Machen wir deutsche? Ja, ja. Get mother fucked. Okay. Ich glaube, wir sollten das nicht machen. OERWB. Nee, das kann ich nicht mal merken. Verfiss dich, du Wichsbumsel. Mistkrüppel. Nee, Alter, hör auf, das Spiel ist nicht gut. Das ist nicht gut, Oli. Lass uns unbedingt was anderes spielen. Das wird gar nichts. Jetzt, wir sagen, This is how to be cancelled one on one. Ja. Das ist ein BM-Spiel. Ich hatte den Dremdwerk im Kopf. Ja, okay. Cockfotzen-Lutscher ist es jetzt schon, oder? Der 2-CFL ist schon stark. Nun. Einigen für uns auf einen Unentschieden. Einigen Cockfotzen-Lutscher ist auch sehr inklusiver. Sehr inklusiver Schimpf-Ausdruck auch. AWF-JH wäre auch gut gewesen. Ja. Ja. Oder statt Beleidigungen einfach Nettigkeiten. Nee. Kerstin zockt, ich bin auf deiner Seite. Nee. Stadt-Land-Fluss ist super witzig ohne aufschreiben. Trust me. Stopp. V. 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 Feltins. Vega. Gibt's den überhaupt? Das ist der Fluss. Hä? Aber hä? Vorwerk. Wir sind bei Firmen. Wir haben's falsch gemacht. Denk, wir sind bei Stadt. Stadt-Land-Fluss. Nee. Aber wir waren... Stadt-Land-Fluss. Ich will nicht derjenige sein, der den Fluss als... Wolter. Mit... Kannst du gucken, ob's die Wolter als Fluss gibt? Aber es wird mit... Nicht die Wolter. Die Wolter. Ausgedachter. Sind das nicht die Brüder? Das ist die Vega. Gibt's den Wolter als Fluss? V-O-L-T-A? Oder ER? Es gibt die Wolter. Fluss in Ghana. Bam, Junge! Und gibt's die Vega? Oder den Vega? Mit W jetzt? Nee, mit V. Weger. Oder Vega? Nee, egal. Ob das V. Es sollte ein Fluss sein oder... Ja, klar ist ein Fluss. Es gibt die Weser. Nee, die meine ich nicht. Kennt ihr Reise nach Kanikanu? Nee. Nee, das sagt mir ja nicht. Was soll das sein? Chaoskicks, die sagt, ja... Lieder und VOD ist schlecht. Ja, aber nicht, wenn wir was singen. One-Word-Geschichte. Ach so, wir müssen immer die Geschichte weitererzählen. Tötergeister? Das stimmt, das geht. Hä? Wie? Auf Grund einer Baustelle auf A1, fünf Kilometer vor dir musst du mit zehn Minuten verzogen werden. Das ist tiefrot! Du befindest dich noch immer auf der Westen. Das ist richtig tiefrot. Guck dir das mal an. Ja, irgendjemand hat da verkackt einfach. Du gehst. Aber das stimmt, das könnten wir machen. Was ist denn das Reise nach Kanikanu? Nein, ein Wort-Geschichte gleich. Also jeder sagt... Wow, ein Wort ist super anstrengend. Der... ...um Ausfahrt A1 ist zum Kleid von Amain zu gehen. ...vater... ...schleicht... ...langsam... ...gen... ...abgrund... ...entgegen. Punkt. Gen-Abgrund entgegen. Geil. Ja. Cool. Meine... Eier... ...sinn... ...gespannt... ...auf... ...deine... ...Fußmatte. Auf jeden Fall ein Satz, den man nicht zu seinem Masseur sagen sollte. Aber... Okay, wir machen weiter. Ja. Als... Empfängst du neu an? Ja, das ist neu an. Als... ...Torsten... ...diesmal... ...wirklich... ...tief... ...in... ...seine... ...Seele... ...sah... ...erfuhr... ...er... ...von... ...de... ...dem... ...Sensenmann... ...der... ...nebensatz eingeschachtelt hat. Warte. Christian... ...chon... ...lange... ...auf... ...bundesliga-Niveau... ...wegflanken... ...konte... ...konte... ...so... ...dass... ...eh... ...jedermann... ...zweifellos... ...eine... ...harte... ...Niederlage... ...zu... ...geben... ...muste... ...ja... ...kan ich mal den ganzen Satz einmal aufschreiben... ...das war sehr wild... ...trinkspiel... ...wenn ein Lkw kommt, ein trinken... ...gutes Trinkspiel... ...was soll ich trinken? Wasser? ...tot... ...bei dem Spiel sagt man, was auf die Insel Kanikanu mitnimmt... ...und jemand, der die Regeln kennt... ...sagt dann, ob das erlaubt ist oder nicht... ...ziel ist die Regel rauszufinden... ...ahhhh... ...okay... ...als Thorsten diesmal wirklich... ...ja, aber ist ja... ...geil... ...ist der falsche... ...aber hier ist jetzt dafür der Richtige... ...guck mal hier... ...hier ist der Satz von Tim... ...als Thorsten diesmal wirklich tief in seine Seele sah... ...erfuhr er von dem Sensenmann... ...der Christian schon lange Bundesliga-Niveau wegflanken konnte... ...dass jedermann... ...zweifellos eine harte Niederlage zugeben musste... ...ja, das ist gut... ...das klingt wie was... ...was beim Fußball passiert... ...ja, trinken am Anime... ...trinken am Anime... ...trinken am Anime, ja... ...oh, das ist ja jetzt ätzend... ...eieieiei... ...meine Eier sind gespannt auf deine Fußmatte... ...ist auch wirklich... ...das Spiel, wo... ...beleidigungen... ...aus den Kennzeichen... ...nimmt... ...das nur als, dass man Sätze bildet... ...wenn's ein bisschen... ...kompromisierter sein... ...ja, DTJ... ...das tut gut... ...also, wat willst du mitnehmen... ...auf die Insel? ...wohin denn? ...wat für eine Insel? ...ja, Paul hat das eine Regel geschrieben... ...und wir sagen, dass wir was mitnehmen wollen... ...und Paul sagt, ob das... ...seiner Regel entspricht... ...und wir müssen rausfinden, was die Regel ist... ...ja... ...ja, ähm... ...leguan... ...dass du nicht mitnehmen... ...also, keine exotischen Tiere... ...schade... ...ich hätte gerne einen Pinsel mitgenommen... ...nein, darfst du nicht mitnehmen... ...oh, geil... ...warte mal kurz... ...ein Rasierer? ...ne, darfst du nicht mitnehmen... ...hatsen mit Haaren zu tun... ...oder Borsten, Alter? ...ne, hat ja eine Echse nicht... ...ich würde gerne... ...äh... ...ne Scheibe Toast mitnehmen... ...oh, warte mal... ...ne Scheibe Toast darfst du nicht mitnehmen... ...aber du darfst einen Toast mitnehmen... ...okay... ...ich darf einen Toast mitnehmen... ...ein Fensterrahmen... ...ein Fensterrahmen... ...ein Fensterrahmen darfst du mitnehmen... ...aber du darfst also... ...kennst du, wie groß ein Leguan ist? ...einst du, wie groß ein Leguan ist? Ernst du, wie groß ein Leguan ist? ...und ungefähr... ...ja, ich weiß, wie groß ein Leguan ist... ...ne Top... ...ne Toppflanze? ...eine Spillegröße zu finden... ...ne Toppflanze? ...ein Toppflanze darfst du mitnehmen... ...ja... ...ich habe vergessen, was du mitnehmen darfst... ...also, du darfst einen Fensterrahmen... ...aber du darfst also keine Scheibe Toast... ...aber einen Toast... ...am ganzen... ...Ich würde auf jeden Fall nicht in den Chat gucken, Oli... Nene, nehm mal... Gerade währenddessen... Klar darf er nen Toast mitnehmen. Ups, Entschuldigung. Muss reagieren. Olli, nimm mir mal das Ding aus dem Auge bitte. Auaaaah! Aber warum glaub ich keine Scheibe mitnehmen, aber ein ganzes Toast? Ähm... Ja, warum kehren Leguern? Was hat der mit der Scheibe Toast zu tun, aber nicht mit dem Toast? Ähm... Darf ich... Darf ich... ne Packung Gummibärchen mitnehmen? Ne. Darf ich ein Funkgerät mitnehmen? Nein. Darf ich unverpackte Gummibärchen mitnehmen? Nein. Darf ich einen Mixer mitnehmen? Nein. Ich hatte kurz gedacht, Dinge, die bei uns in der Küche im Büro sind oder so. Aber ich mach die Originalregeln von dem Spiel gerade. Ah, oh, die kenn ich ja nicht. Darf ich... Darf ich ein Messer mitnehmen? Ja. Aber einen Rasierer nicht. Ne. Aber ich mein einen Klingenrasierer. Ja, darfst du nicht. Oh Gott! Nein! Nein! Das USB-Kabel ist abgegangen. Richtig. Und wenn wir es jetzt rein stöpseln, ist der Stream aus. Gut, Freunde, wir haben noch 29 Prozent. Leute, das hat es nicht geladen auf Deutsch. Ne. Du hast ihn mit 35 Prozent angeschlossen. Nein, nein, 22. 22. Also er lädt dann langsamer, weil er natürlich auch Strom verbraucht. Ja, okay, gut. Ich dachte bloß er jetzt gar nicht geladen. Ich war bei 35 Prozent und dachte, wir hätten jetzt mit USB-Kabel noch 29. Ne. Pinke Unterhosen. Nein. Hä? Du darfst generell keine Unterhosen mitnehmen? Ja. Ich finde das spielärzend übrigens. Ich auch. Aber du darfst Hosen mitnehmen. Ich hab so gar kein... Darf ich? Ähm, ich... Ein Metermaßband. Ja. Darfst du mitnehmen? Amen, Akkoi! Nein. Äh... Start da übrigens. Zollstock? Ja. Zollstock darfst du auch mitnehmen. 30 Zentimeter lineal. Nein. Die Frage ist, warum hat Paul bei Zollstock kurz überlegen müssen? Weißt du, was ich meine? Ja. Also 30 Zentimeter lineal nicht. Ein Metermaßband ja. Ein Zollstock auch. Pinke Pinke und Bälle darf man auch nicht mitnehmen. Aber warum muss er bei Zollstock kurz überlegen? Was muss man bei einem Zollstock... Kann ich mitnehmen, was nicht einen halben Meter lang ist. Ein Toastbrot ist kein halben Meter. Darf ich nur Dinge mitnehmen auf die... Auf denen... Etwas, was farblich... Farb hat? Es ist einfach... Es ist doof, wenn man... Ich darf nur mitnehmen, worauf eine Krähe reiten kann. Nein. Also... Nur nochmal zur... Es ist ja... Kanu Kani heißt die Insel. Ja. Ja, Kanu oder Kani nicht ist die Frage. Nee. Kanu oder Kani nicht mitnehmen. Das muss man auch so nuschelnd sagen. Ich find's gut, wie Domo nur nachdenklich aus dem Fenster guckt. Darf ich ein Kanu mitnehmen? Nein. Was für ne Drecksinsel? Was für ne Scheißinsel. Aber... Ein Kani Mani? Nein. Darf ich mal ein Game Boy mitnehmen? Ein Kani Vibe? Ein Game Boy darfst du mitnehmen. Eine Playstation? Nee. Eine N64? Ja. Eine Super Nintendo? Nein. Eine Playstation 2? Nein. Eine Playstation 3? Nein. Eine Playstation 4? Nein. Eine Xbox? Ja. Eine Xbox 360? Ja. Aber warte mal, sind wir beim Buchstaben? Ist die Regel, dass das Wort immer anfangen muss mit einem Buchstaben, der hinter einem bestimmten Buchstaben im Alphabet ist? Nein. Aber Buchstaben ist gut. Darf ich nur was mitnehmen, was in der zweiten Hälfte des Alphabets quasi als Buchstaben vorkommt? Nein. Wo nicht? Der Name der Insel sagt es eigentlich vor. Eher nur Sachen, die mit K anfangen, wie Nintendo 64. Nein. Toast. Nintendo 64 darfst du nicht mitnehmen, aber ein N64 darfst du mitnehmen. Ist das die Länge des Wortes? Nee. Mach bei Toppflanz auch keinen Sinn. Ist der Präsident dieser Insel schlimm gestürzt? Bestimmt. Ich hab gerade ganz kurz nach rechts geguckt und dachte mir, ah! Ist ja so eine Stauspur. Viel breiter als mein Auto. Sind es Dinge, die nur zwei Vokale haben? Nein. Was? Toast? To-oast. To-oast. Einige im Chat sind jetzt auch noch am Start und haben's. Ich hab keine Ahnung. Hast du die lesen gehört? Nee, ich... Es ist die... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Kein I und kein U Insel. Kein I, kein U. Ach. Ach. Ach je. So. Ich hasse dieses Spiel. Hey guys, das sieht ja noch viel schlimmer aus. Okay, ich hab ne Regel. Okay, du machst jetzt ne neue? Ich hab ne Regel. Let's go. Aber kannst du, äh... Kannst du der Insel dann... Ich will nicht noch ne Runde. Dodo spielt's für mich. Die Insel heißt... Fick dich. Nee, wie heißt die? Nein, nein. Ich dachte die Insel... Ach ja, das ist immer so. Hi, man. Hier, warte, ich klemm dir ran. Ey, spiel halt mit, du! Ja, wie heißt die Insel jetzt? Halt ihm das doch mal hin! Die Insel heißt... Äh, nein. Okay. Ähm... Ich mein natürlich... Äh, nein, Island. Äh, darf ich ne Gummipuppe mit auf die Insel nehmen? Ja. Ne Waschmaschine? Ja. Darf ich generell alle Haushaltsgegenstände mit auf die Insel nehmen? Nein. Okay. Darf ich nur Gegenstände mitnehmen, die zur sexuellen Befriedigung dienen? Ja. Ja! Ich wusste das... Ich war sofort bei Step-Step-Rom-Stack. Ja, genau. Aber ja... Okay, ich hab auch ne Regel. Okay. Ähm... Wie heißt denn deine Insel? Das war schon... Bei Flo war's ein guter... Ähm... Ich muss mich kurz mal überlegen. Ja, denk dir mal einen kurzen Namen aus. Hä? Wo kommt denn der Gedanke her, Dark Drever? Welcher? Okay, pass auf! Flo, nicht Paul aus dem Auto treten! Meine... meine Insel heißt... meine Insel heißt... russischer Bare Knuckle Underground Fight. Island. Island. Was? Darf ich Wodka mit auf deine Insel nehmen? Ja. Ja. Darf ich... Das Spiel macht viel mehr Spaß, wenn man die Insel hat. Darf ich alles mitnehmen, was Bobr gefällt? Ja. Okay, fertig. Ich hab die Regel. Was ist die Regel? Ich darf alles mitnehmen, was Bobr gefällt. Aber es gibt noch mehr. Das ist nicht die Regel. Darf ich den Angriffskrieg auf die Ukraine mitnehmen? Ja. Okay. Dann ist das schon mal weg jetzt. Darf ich ein eingerahmtes Bild von Wladimir Putin mitbringen? Ja. Okay. Ich will da gar nicht hin. Ich will nicht auf diese Insel. Geh weg. Weg mit der Insel. Landen Sie woanders. Ich will wieder zurück nach... Oh nein, Island. Darf ich nur Sachen mitnehmen, die russischen Bezug haben? Ist das die Frage nach der Regel? Ja. Das ist nicht die Regel. Okay. Aber ich darf alle Sachen, die russischen Bezug haben, darf ich mitnehmen? Ja, schon. Darf ich ein eingerahmtes Bild von Biden mitbringen? Ja. Ich weiß doch gar nicht, wer der andere ist, den ich meine. Ich mach mal kurz Luft. Ja. Ja. Der hat eine Weile gedauert. Darf ich ein Bild von Jesus mitbringen? Ja. Also ich kann schon mal einen ganzen Posterladen aufmachen. Ja. Hä? Aber okay. Darf ich Waffen mitnehmen? Ja. Darf ich die DVD von Cocaine Bear mitbringen? Auf jeden Fall. Okay. Darf ich Kokain mitnehmen? Ja. Darf ich Antibiotika mitnehmen? Krass. Das ist... Darf ich ein T-Shirt mitbringen, auf dem Nihoi steht? Ja. Ja. Warum freut er sich? Darf ich dich mitnehmen, Olli? Wer schwanz aus den Bergen? Da ist die Regel, dass man alles mitnehmen darf. Ja, alles ist erlaubt. Boah. Guck mal, da voll das idyllische eine Haus. Sorry. Jetzt macht aber der Name wirklich Sinn. Der Name ist schon auch ein Programm. Okay, pass auf. Ich habe auch noch eine und zwar, lass mich ganz kurz überlegen. Es ist... Welcome to Rotor Island. Und... Okay. Rotor im Sinne von... Darf ich einen Hubschrauber mitnehmen? Auf keinen Fall. Darf ich ein Propellerflugzeug mitnehmen? Nee. Darf ich alles nicht mitnehmen, was ein Rotor hat? Ein Stoppschild? Ja. Eine Clownsnase? Ja. Ein Tuch, um einen Stier zu fangen? Geht's um das Tuch oder um das Stierfangen? Das Tuch. Ja. Stierfangen darf ich nicht? Nein. Auf der Insel? Darf ich nur mitnehmen, was rot ist? Nee. Schade. Wachte wegen Rotor Island. Aber nicht schlecht. Nee, hat aber damit nichts zu tun. Schade. Darf ich ein Bananeneis mitnehmen? Ja, aber nicht zu viel. Eins. Höchstens. Okay. In der Woche. Im Monat. Oh. Ist das eine Ig-Insel? Nein. Wie oft darf ich auf Toilette gehen? Darf ich mehr als 30 Minuten in der Woche auf Toilette gehen? Ja. Ist die Regel, dass ich... Aber dann gehen wir auch mal zum Arzt und gucken. Lassen wir das mal checken. Kann ich ein Hochhaus mitnehmen? Schon. Schade. Ich dachte, die Regel ist, dass alles, was von einem Rotor zerteilt werden kann, mitgenommen werden darf. Muss ich... Darf ich als Frau auf die Insel? Ja. Darf ich als Mann auf die Insel? Ja. Ja. Ich dachte, man muss vielleicht die ganze Zeit den Propeller machen. Bananeneis? Ja. Ja. Darf ich die gesamte erste Fußball-Bundesliga mitnehmen? Macht's doch mal nicht so groß, Alter. Ja, von mir aus macht er auch. Ist mir egal. Okay. Pass? Würde die denn auf die Insel passen? Ja. Okay. Sind Gabeln erlaubt? Nicht unbedingt. Also eher nein. Na, eigentlich ist es mir nicht so recht, nein. Kuchengabel? Nein. Löffel? Ja. Teelöffel? Ja. Sind nur stumpfe Gegenstände erlaubt. Wäre mir schon lieb. Okay. Baseballschläger? Na, auf gar keinen Fall. Eine Pistole? Nein. Denkst du hin? Maschinengewehr? Nee, wenn eine Pistole nicht erlaubt ist, dann ein Maschinengewehr natürlich erlaubt. Ganz klar. Darf ich auf deiner Insel keine Waffen mitnehmen? Alles was man als Waffen nutzen kann? Nein, gar keinen Fall. Niemals. Das war die Frage nach der Regel. Nein, das ist nicht die Regel. Oh mein Gott. Bruder, Alter. Ja. Vor uns hat sich gerade jemand entschieden, ich fahr mal ganz kurz in jemand anderen Reifenhof machen. Ja, wirklich. Der wollte gerade mal jemand von der Straße abdrängen, Alter. Ja, weil am Handy sitzt der Penner. LOL. Oh Gott, Alter, da kriege ich aber Todesakkole. Also er saß so am Steuer. Ja. Na, nicht mal so. Und hat unseren, ich glaube er hat unseren Stream geguckt. Das Handy war auch unten tatsächlich. Handy raus. Handy. Ne. Quick. Auch einfach so, wie so. Bleibt mal bei Haushaltsgegenständen. Darf ich eine Steckdose mitnehmen? Ne, muss nicht sein. Muss jetzt nicht sein. Also nur wenn jemand... Darf ich eine kindergesicherte Steckdose mitnehmen? Schon eher. Eine Kuscheldecke? Ja, klar. Spielzeug? Kommt drauf an. Bauklötze? Aus welchem Material? Schaumstoff. Ungern. Die aus Holz? Ja, schon eher. Ah, oh, es geht um, äh, wie ein... Wie ein... Ja, aber. Ja, okay. Es geht also um Eltern. Der Name der Insel kommt jetzt langsam ran. Nur was das Helikopter-Eltern hat. Ja, genau. Oh, okay. Oh, oh. Deswegen Rotor. Ja. Aber sind Helikopter-Eltern auch automatisch so Öko-Eltern? Ja, ich hab's jetzt dazu gemacht. Ich wollte euch ja hinbringen. Okay. Deswegen sind Maschinengewehre nicht erlaubt, ich verstehe. Genau, das ist der einzige Grund. Trotzdem scheiß Insel. Schon? Würde ich nicht hinfahren. Ich bin ja eher bei so... Hm, nein. Die hat mir besser gefallen. Die hat mir besser gefallen. Bei Russian Bear Knuckle Fight Shit on Everything Island, ja. Okay. Ey, Freunde, was gibt's noch für geile Reisespiele? Haut raus. Wie kommt ihr darauf, dass der Stream ausgeht, wenn ihr das Ladekabel wieder anschließt? Also, Jabez. Weil wir es probierter. Das letzte Mal, als wir das Ladekabel angeschlossen haben, hat sich in der App das Bitte bewertet uns auf Google-Ding aufgemacht und den Stream beendet. Das ist unsere Erfahrung bisher damit. Das zweite Mal, als wir das Ladekabel angesteckt haben, auch. Stimmt, wir könnten einfach spielen. Wer bin ich? Oh, nee. Das hasse ich. Du hasst alle Spiele? Ja. Alles, wo ich... Wo mein... Wo mein Hirn sich anstrengen muss. Hä? Aber... Dir ist klar, dass wenn du keine Gegenstände hast bei so Autospielen, du musst immer dein Gehirn anstrengen. Außer... Ich sehe was, was du dieses Jahrhundert ist vorbeigefahren. Und ich bin für das Spiel. Jeder macht weirde Tiergeräusche. Das ist so ein dämliches Spiel. Probier mal. Es gibt auch... Wir können auch Lieder raten. Also du musst summen und die anderen müssen das Lied erraten. Oh. Okay. 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 Dann... Aber es sollte ein Lied sein, das alle kennen. Okay. War das, was ich dachte? Ich weiß nicht, ich hab's nicht ganz erkannt. Ja, das ist geil. Ha, ha, ha... Ha, ha, ha... Das ist irgendwie... Nein... Ha, ha, ha... Ha, ha... Ha, ha... Ha, ha... War das das, was du gerade angefangen hast? Nee. Da, 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 da... Da, 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 da... Ja, ist mir schon klar. Oder sowas wie... Ja, das ist Europe Final Countdown. Nein. Das war aber genau die 2-Folge. Mach nochmal. Jetzt bin ich da drin. Jetzt hab ich gekämpft. Den Song belöscht. Ach so, das ist Strassic Park. Ja, genau. Aber dir ist schon klar, wie du das gemacht hast. Aber jetzt, nachdem du uns einmal das angestimmt hast, war es super schwer, da wieder wegzukommen. Da, 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 da. Da, 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 da. Okay, die sind alle... Ja, stimmt. Gefällt mir wieder die Folge von Meschel ein, die ich gestern geguckt hab, wie er einfach da steht und sagt... Wie er einfach Digimon zitiert. Meschel ist auch anders wild. Ey, aber Meschel musst du auf Deutsch gucken. Weil die sind beim Synchronisieren wirklich, die sind so Full Bud Spencer Nuts gegangen. Die haben sich einfach irgendwas ausgedacht. Habt ihr bei Physical 100, der neuen Staffel, in den Interviewsituationen, da sind die, also ich weiß nicht, warum sie es machen, aber ich find's übel lustig, weil die so ganz krasse die Jugendsprache benutzen. Einer hat irgendwie gesagt so, ja, da hab ich gedacht, ich mach das mal so auf Lock. Das ging mir so auf den Sack, als ob er das sagt. Wirklich? Ja, in der Synchro so. Ja, ich mach das mal auf Lock. Und es passiert oft tatsächlich, dass sie dann so reden, das ist so witzig. Alter. Ich glaube, die hatten einfach sehr viel Spaß beim Dialogbuch schreiben. Ja, es kann sein. Also alle sagen übrigens, auf Deutsch ist nur geil. Es ist viel lustiger auf Deutsch. Ey, Meschel. Ey, Meschel auf Deutsch ist so fantastisch. Ey, wirklich. Übrigens, Lüt Nord ist gesperrt, falls jemand wissen möchte. Vollsperrung. Ja, ist tatsächlich so. Stunde noch, dann sind wir da. Start mit dem lustigsten Namen in Deutschland. Köckern? Ist und bleibt Hodenhagen. Odenhagen? Ja. So, der Chat hatte gerade den Vorschlag. Wir sind jetzt übrigens gerade hier Dortmund-Essen, so die Ecke, Dortmund-Süd. Dass ich mal nach ein paar Black Stories gucke. Oha. Auf Black Stories habe ich die Regeln nie gepeilt. Wie funktionieren Black Stories? Du musst einfach nur erraten, wie es da hingekommen ist. Also, du kriegst eine Geschichte vorgegeben oder ein Ereignis und musst sagen, wie es dazu gekommen ist. Ah. Also, ein toter Mann liegt splitterfasernackt in der Wüste. Alles, was er bei sich trägt, ist ein halbes Streichholz. Was ist hier geschehen? Das ist sozusagen die Standardgeschichte von Black Stories. Das ist die erste, die hier steht. Sie heißt splitterfaser, tot in der Wüste. Eine Frage. Da gibt es jetzt so Fragen. Da ist jetzt zum Beispiel, nur um es einfach zu machen. Das Ende der Lösung ist, die sind in einem Heißluftballon. Der ist immer weiter runter gegangen. Die haben sich ausgezogen, um Gewicht zu verlieren. Das hat nicht gereicht. Dann haben sie Streichhölzer gezogen. Der hat das Kurze gezogen und es rausgesprochen. That's end of the story. Okay. Ich glaube, ich guck mal die Lösung. Kennt ihr die? Mal gucken. Also kennt ihr die, warum... Achso, ich dachte, du würdest mir mal zeigen. Ein Taucher liegt tot im Wald. Was ist passiert? Ist das das Ding mit dem Tornado? Ne. Ne, das ist wahrscheinlich... Das kann passieren tatsächlich, dass wenn ein Tornado übers Wasser ist, dass Leute mit reingesaut werden. Ne. Also. Dann geht's los. Äh... Ich will keiner los... Doch, doch, doch. Ich will schon wissen. Dann geht's los, habe ich ja gesagt. Äh... Okay. Taucher... Der hat eine Taucher aus Rüstung war voll an. Komplett. Komplett. Das ist aber ein richtiger normaler Wald. Das ist jetzt nicht so ein Unterwasserwald. Nein. Es ist ein... Also... Normal nicht unbedingt, aber es ist ein ganz... An sich ein normaler Wald. Ja. Er hat eine Besonderheit. Ich weiß nicht, welche Fragen ich stellen darf, aber hat er... Hat er Verletzungen? Ja, nein. Fragen darfst du stellen. Ja, also der ist... Also offensichtliche... Ganz schön... Ja. Von außen eingewirkt, jetzt Stichwunden oder sowas. Schusswunden. Ist der Wald an einem Wasserdamm? Bitte? Ist der Wald an einem Wasserdamm? An einem Staudamm? Nee. Ah. Ich geb dir das mal nach hinten, dass wir nicht schummeln können. Du musst aber dafür auf den Chat achten. Wenn irgendwas Cooles kommt, musst du Bescheid sagen. Und... Achso, nee, kommst du jetzt nicht ran. Hm... Okay. Ist im Wald oder in der Nähe des Waldes eine große Wasserfläche, wo man tauchen kann? Ja. War das in Australien? Weißt du das? Irrelevant. Irrelevant. Von mir aus. Okay. Ist diese große Wasserfläche relevant für die Geschichte? Schon. Okay. Wasserrille? Okay. Stelle. Fläche, hab ich gesagt, aber gut. Ist relevant, was das für ein Wald ist? Jein. Okay. Also sind das Mangroven, fragt ihr bei dem Chat? Nein. Nein, okay. Ähm... Ja, erstmal aussteigen, find ich gut. Boah, ist der Typ aus... wollte der aus einem Flugzeug abspringen, um den Taucheinsatz zu machen und wurde vom Wind davon getragen? Nein. Weil er viel zu leicht ist. Nein. War der vorher in der besagten Wasserstelle tauchen? Ja. Und ist von dieser Wasserstelle durch Fremdeinwirkung im Wald tot gelandet? Ja. Ist er ertrunken? Nein. Also er ist durch den Sturz gestorben? Ja. Vermutlich. Aber er war vorher in diesem... diesem Wasser, was dort im Wald ist. Ja. Da hat er getauft. Ist dieses Wasser natürlich angelegt? Irrelevant. Ah. Ich hatte ganz kurz nur, damit du meinen Gedankengang verstehst. Ähm... Ich dachte, da wäre vielleicht ein künstliches Wasserbecken mit Killerhaien und die haben ihn geschleudert und der wäre rausgeflogen. So? Nein? Okay. Was ist mit dem Wald? Was ist mit dem Wald? Was ist mit dem Wald? Ich habe mal gefragt, was... Ist das ein Sumpfwald? Nein. Ist das, äh, 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 ist der Wald intakt? Nein. Ah. Ist der Wald überflutet? Nein. Ist der Wald das Gegenteil von überflutet? Ist er abgebrannt? Ja. Oh ja! Jetzt haben wir die Lösung. Ich denke... Der Hubschrauber hat Wasser aus dem Meer geholt. Da war der Taucher drin, hat es darüber abfallen lassen, um den dran zu löschen. Er ist in einem Löschflugzeug aufgegriffen, also aufgegabelt worden mit den Wassermassen zusammen und darüber abgeworfen. Was für ein massiv beschissener Tod. Ja. Wild? Aber ja. Krass. Gute Frage gewesen, Olli. Gute Frage gewesen. Ja, man muss sich ja fragen, warum der Taucher im Wald ist. Muss ja was mit dem Wald zu tun haben. Das ist richtig, Olli. Das war die Frage. Was für ein Scheiß. Warum liegt da ein Taucher im Wald? So. Glück im Unglück. In einem Raum befinden sich zwei Tote. In der Nähe der Toten befindet sich außerdem eine leere Glasflasche und eine Pistole. Einer der beiden Toten hat ein Loch im Kopf. Was ist geschehen? Da muss sich Roulette gespielt. So auf Party mit Flasche drehen. Mit Flasche? Wow, das ist gar nicht so doof. Aber beide sind tot. Oh Gott. Das war keine Frage, ne? Musst du denn das Frage formulieren? Ich muss ganz kurz die Lösung lesen. Achso, du lest mal die Lösung. Erstmal ja. Oh Gott, die scheint komplex. Ja. Also beide sind tot. Ja. Ich weiß halt bei den Black Stories zum Beispiel nicht, was ich nicht einschätzen kann, ist, hat die Flasche dann eine Bewandtnis oder kann das einfach random sein? Ja. Und nur einer von beiden hat ein Loch im Kopf. Ja. Aber ein Einschussloch. Ja. Hat er andere Verletzungen? Also der andere ist auch tot. Ja. Aber er hat keine offensichtlichen Verletzungen. Wie der andere. Keine Schusswunden? Nein. Also nochmal. Zwei Tote in einem Raum. Es ist eine leere Glasflasche da, eine Pistole und einer der beiden hat ein Loch im Kopf. Ja. Einer ist tot durch die Kugel und der andere weist offensichtlich Dehydrationserscheinungen auf. Das heißt, sie waren eingeschlossen, einer hatte, das Wasser war dann endgültig alle. Sie wussten, sie machen es nicht mehr. Mit der letzten Kugel durfte sich einer erschießen und der andere verdurstet? Nicht ganz. Ja. Ich war, ich habe zuerst überlegt. Aber um das zu beschwingen, einer durfte sich erschießen. Durfte. Durfte impliziert, dass er das nicht eigentlich nicht wollte, sondern so verzweifelt war, dass er es tun musste. Also die beiden waren eingesperrt. So wie Flo's Formulierung war, einer durfte durch den Schuss den schnellen Tod wählen. Oh, dann ist jetzt die Frage, war das vielleicht bei irgendwie einem Bombenangriff oder so? Oder sie wussten, dass sie der Tod erwartet quasi? Ja. Also sie wussten, dass der Tod sie erwartet und sie haben selber... War in der Flasche Wasser? Nein. Ist das relevant, was in der Flasche war? Also in der Lösung steht, es war eine Alkoholflasche. Okay. Aber das ist nicht relevant. Also quasi einer ist verdurstet und verhungert und der andere hat sich Mut angesoffen und durfte sich dann erschießen. Nein. Okay, schade. Aber das hat schon was damit zu tun, dass sie aus diesem Raum nicht rauskamen. Ja. Und das zwei Männer? Ist doch nicht egal. Ja, aber ist egal. Egal. Hätte ich jetzt nur gefragt wegen, weil vielleicht hätte es ja auch sein können, dass das irgendeine Szene in einer Ehe... Ja. Eine Männer können ja auch verheiratet sein, no shit Sherlock, aber... äh... Er sein können irgendwie... Sie hat sich... Sie hat sich... Sie hat sich... betrunken und ist gestorben und er hat seinem Leben ein Ende gesetzt, so mäßig. Romeo und Julia. Aber wir sind nicht nah genug dran. Du warst schon sehr nah dran. Ja, es ist schon sehr nah, nur... Wurden die beiden gegen ihren Willen eingesperrt? Ne, nicht gegen ihren Willen. Haben sie sich eingesperrt? Selber aus Versehen? Ne, es ist eine Definitionsfrage, aber ich würde sagen nein. Nein. So wie du es denkst nicht. Also, aber die haben sich quasi eingesperrt, weil draußen irgendwas vorgefallen ist, vor dem sie sich... Okay. Aber... Sie konnten nicht mehr raus. 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 Weil draußen eine Gefahr auf sie wartete. Da wo... Wann die im U-Boot? Ja. Oh, wow. Ah. Genau. Und da ist Wasser eingedrungen und sie waren nur noch zu zweit und haben Flaschendrehen gemacht. Wer darf sich erschießen, wer nicht? Ah, da war ich mit dem Flaschendrehen doch ganz gut dabei. Ja, Flaschendrehen hat mir gut gefallen, deswegen... Ja. U-Boot. Warte, wir haben jetzt noch 50 Minuten. Hier in Bruchmühle, wo es fast zu einem Bruch kommt. Ja, wir haben plötzlich 50 Minuten, weil theoretisch wären wir da. Ja. Ja. Jetzt ist es wie... Wie spät... Ja, eigentlich... Weil wir vorhin los sind, war 14 Uhr angesagt, wären wir da. Aber es ist jetzt nicht... Haut nicht ganz hin. Eine halbe Stunde Verspätung, dank vieler Baustellen. Ja, hier ist jetzt plötzlich Stau. Aber ich nehme gerne den Chat zurück. Eine lustige habe ich noch, bevor wir den Chat zurücknehmen. Also lustig in Anführungsstrichen. Black Stories sind ja nie lustig. Aber eine Frau kauft sich ein neues Paar Schuhe, am nächsten Tag ist sie tot. Also, am Tag darauf stirbt sie. Ist sie an einer Thrombose gestorben? Nein. Eine Frau kauft sich ein neues Paar Schuhe, am Tag darauf ist sie tot? Ja. Ähm... Es hat... Ich gehe davon aus... Oder warte, gehe ich recht in der Annahme, dass es weniger mit den neuen Schuhen als mit dem Fakt des Kaufens neuer Schuhe zu tun hat? Nein. Hat es mit den neuen Schuhen zu tun? Ja. Die Schuhe sind schuld daran, dass sie starb? Ja. Also im übertragenen Sinne? Oder sind die Schuhe die Mordwaffe? Nein. Okay, im übertragenen Sinne. Im übertragenen Sinne. Das heißt, sie ist auf eine gewisse Art der... Also ihre Schuhe müssten auf eine gewisse Art präpariert sein, um sie zu schützen. Die neuen waren es nicht? Nein. Ist sie aufgrund der Schuhe verunfallt? Weil sie irgendwo langgelaufen ist und die Schuhe ihr keinen Halt geboten haben, sie ist eine Klippe runtergefallen oder sowas? Ohne deinen Zusatz hätte ich ja gesagt, mit deinem Zusatz nein. Also ist sie aufgrund der Schuhe verunfallt? Ja. Hat es was mit den Trittgeräuschen der Schuhe zu tun? Nein. Oh, fand mich richtig clever. Ja. Ähm... Aber sie ist verunfallt. Hat es was? Sie ist verunfallt. Also sie ist nicht durch Fremdeinwirkungen ermordet. Sie ist nicht ermordet, aber durch Fremdeinwirkungen verunfallt. Ach du jene. Zitz. Wurde sie verwechselt? Nein. Es ist Fremdeinwirkungen der Schuhe. Nein. Also durch eine zweite beteiligte Person? Ja. Hm. Die die Schuhe haben wollte. Nein. Aber keine Verwechslung. Nein. Und kein Raubgelegs. Kein Neid. Ein giftiges Tier im Schuh, find ich witzig, aber nein. Das hat ja mit der Person auf sich. Mit der zweiten. Die zweite... Trägt sie sonst... Hat sie sonst hochhackige Schuhe getragen? Ah. Oder war das ihr erstes Paar? Das... Ne, das wäre ja mit den Trittgeräuschen wieder, oder? Ne, sie hatte vorher keine hochhackige. Das waren ihre ersten hochhackigen. Ne, das ist nicht... Sie trug die vorher nicht. Ja. Und sie hat der zweiten Person auch nichts davon erzählt, dass sie neue andere Schuhe hat. Aber hat sich ihre Größe dadurch verändert? Ja. Und sie war dann plötzlich größer und dann ist was mit ihrem Kopf passiert? Ja. Oh, weil sie größer war, hat sie sich in den Kopf so sehr gestoßen, dass sie gestorben ist. Nein. Was passiert dir mit deinem Kopf? Oh. Ne, macht keinen Sinn. War es eine Stewardess und die ist in Rothoff vor einem Flugzeug gelaufen, weil sie plötzlich größer war? Nein. Aber ihr seid also... In einem Bus sitzt man, das macht keinen Sinn. Oder stand sie in einem Doppelstockbus? Nein. Hat sie die Schuhe beruflich gebraucht? Ich würde sagen nein, aber es ist dann bei ihrem Beruf passiert. Was passiert dir bei deinem Beruf bei der Größe? Wo arbeitest du, wo die Größe so entscheidend ist? Also sie ist aufgrund einer Kopfverletzung gestorben? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Zirkus? Ja. Was? Ah, Digga. Ähm, die hat mit einem Messerwerfer zusammengearbeitet und statt knapp über ihren Kopf zu werfen, hat er da diesmal aus Muscle-Memory-Gründen einfach voll in die Stirn gehackt. Ja. Uh. Das ist die Story. Wie kommst du nur da drauf, Digga? Da bin ich in 100 Jahren nicht drauf gekommen. Wow. Ein Problem ist, ich muss hier irgendwo rauskramen, aber ich kenn die alle. Ja. Okay. Einer der berühmtesten, die ich noch kenne ist, ähm, äh, hier ein, äh, ein Mann wird tot auf, ein Mann wird tot auf dem Dachboden gefunden, unter ihm eine Pfütze. Also, was ist passiert? Das Ding? Ja, mit dem Eisblock. Ja, genau. Crazy. Vorhin, ich muss vorhin so viele Leute gefragt haben, wie lange hält denn der Akku von diesen Move-Mikes? Ja. Die so klein sind übrigens, und ich find's erstaunlich, dass wir immer noch auf 65% sind. Ja, aber... What the fuck? Das Handy ist alle bevor die Dinger hier leer sind. Ja, definitiv. Hä? Also das, was auf... Ich hab jetzt nur das untere geguckt, bei dem oberen weiß ich den Start nicht. Aber das ist bei 85% sind wir gestartet und wir sind jetzt bei 60. Also kannst du den ganzen Tag mit filmen? Sechs Stunden, ja. Im Grunde kannst du wirklich den ganzen Tag mit filmen. Holy shit. Crazy. Schon beeindruckend. Ja. Es gibt noch so eine alte, weiß nicht, ob du die auch noch kennst, mit so einem Radiomoderator, der seine Frau umbringt, dann wieder ins Auto steigt, das Radio einschaltet und sich dann umbringt. Boah, ja, macht auch was auf. Ich care. Irgendwas klingelt da auch. Eigentlich wollte er ein Stück, ich glaube, Mozart oder so auflegen, was sein Timing deckt, aber die Platte hatte einen Sprung und dadurch hatte er ja kein Alibi mehr, weil er dann im Radio gehört hat, dass sein Song nicht weiter läuft. Das ist ja die Lösung. Es gibt ja viele. Freunde, habt ihr und der Chat Lust auf Russisch Roulette? Russisch Stream Roulette? Das heißt, du willst Leute permabandeln? Nein, nein, passt auf, passt auf. Wir haben nur noch 15% Akku im Handy. Der ist hier schon rot und sagt, oh, 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 oh. Wir wissen ja, was vorhin passiert ist, als wir das Kabel eingesteckt haben. Ja. So, und wir haben jetzt noch knapp eine Dreiviertelstunde vor uns. Aber es ist jetzt auch schon fast 14 Uhr. Wir könnten sagen, wir stecken das Kabel rein und wenn der Stream nicht beendet wird, lädt das Handy, wir können länger streamen. aber wenn der Stream beendet wird, bleibt der aus. Ach so. Ja, aber dann würde ich... Ja, aber wir wissen ja, dass er beendet wird. Also es war jetzt... Vielleicht eine einmalige Geschichte gewesen. Das ist beim zweiten Mal doch auch passiert, als wir vorhin kurz online waren. Ne, da hatten wir es ausgemacht. Da war was anderes. Da war es was anderes. Ah, wir könnten... Äh... No risk no fun. Ja, stimmt. Ich kann eine Umfrage machen. Umfrage. Wir machen eine Umfrage, Freunde. Länger streamen, weil wir den Akku laden. Weil sonst ist wirklich einfach ein 10 Minuten Schluss vom Akku her. Okay. Das ist der Raid Knopf. Alles klar. Da... So wie ich neulich. Jena raided. Ich will Shoutout machen und gebe aus Reflex slash Raid ein. Hab Raid zu ihm zurück gestartet. Aber zum Glück abgebrochen. Das war wild. Abbrechen. Reinstecken ist immer die richtige Antwort. Let's do it. Just do it. Let's go. There is no fun. Die Leute haben schon Bock draus. Okay, ich merk schon. Okay. Massive Beschleunigung gewesen von dieser Kerle. Ja, das ist Wahnsinn. Massive Beschleunigung dieser Kerle. Okay, ich kann keine Umfrage machen. Wir können keine Umfrage machen, leider. Also eins in den Chat, wenn ihr Bock auf Russisch Roulette mit uns habt. Das heißt, ich zähle jetzt... Nach 800 Metern links halten und auf A1 bleiben. Na guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Ob mindestens 900 Leute das lösen, dann sind es über 50%. Ja, aber wollen wir jetzt noch 5 Minuten machen? Oder wollen wir jetzt stecken? Na, ich hätte jetzt schon gesagt. Du hast doch eine Idee, was wir 5 Minuten lang machen. Aber nicht so tief dieses Mal. Okay. Links halten und auf A1 bleiben. Was ist hier zum Kotzen hier, das letzte Stück? Wirklich, also das letzte Stück ist hier wirklich vor allem... Was ich mal geil finde, ist, die nehmen dann auch nicht eine Spur weg für die Bauarbeit. Die haben anderthalb Spuren weg. Und zwei Autoreihen müssen sich plötzlich anderthalb Spuren teilen. Wie soll das gehen? Da kannst du auch gleich einspurig machen, oder? Was soll denn das? Das passt hier halt auch nicht durch. Ich bin ja normalerweise so ein... So eine linke Spur... Ja. Ja. Aber mit der Karre macht das keinen Sinn. Hup mich nicht an hier. Ja, echt klar. Was soll das? Was ist los hier? Oh, ganz unangenehm. Oh, ganz unangenehm. Oh. Okay. Chat sagt, mach rein. Mach rein, sagt Chat. Okay. Okay, Paul? Soll ich stecken, oder was schon wieder? Also Freunde, im Zweifel sind wir gleich weg, weil wir machen jetzt russisch Roulette. Und... Tschüss Chat, war nett mit euch. War schön. Äh... Falls wir uns nicht mehr sehen sollen. Wir sehen uns. Mal gucken, was passiert. Hey, hier, Elstream ist lustig.